Einen neuen Karl-Heinz-Real-Life-Online-Live. Wir sind wieder weg am Start und ich freue mich drüber, denn lang ist es ja, dass wir über Karl-Heinz gespielt haben, sicher einen Monat oder so, ja, wenn es mich nicht ganz irrt. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mehr Karl-Heinz sehen wollt, lasst es mir wissen, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst doch kostenlos ein Abo da, sagt euch Leuten Bescheid, hier gibt es einen Hund, der GTA spielt, würde mich sehr freuen, wir starten durch und ja, wir sind wieder zu spät, perfekt, hatte recht für drei Minuten, kurz, rechtes Ohr, ja, du bist auch mein rechtes Ohr, du weißt ja, wann ich den Stream durchstarte oder nicht. Er muss es doch wissen, so, ab geht die Post, wir sind heute nämlich auf dem Roller wieder unterwegs, auf unserem Tuning-Roller, der wieder viel zu schnell ist und, ganz wichtig, wir müssen noch scout für die Kiste, Fall der Fälle, wenn wir heute irgendwie Scheiße bauen sollten, dass wir da auf jeden Fall mit wegkommen, oder wir holen unser Mofa, ihr wisst, unser illegales Motorrad raus, mit dem wir eigentlich nicht fahren dürfen, das können wir auch holen, aber offen, war perfekt, wir brauchen Wunschkennzeichen dafür, fällt mir gerade so ein, ich muss ein Wunschkennzeichen mal herkriegen, hat das Outdoors offen? Andels Outdoors hat mal wieder zu, das ist wieder perfekt, ich liebe Andels Outdoors, das hat immer zu, wenn man was braucht, da muss ich mich ein bisschen durchfragen, danke, by the way, auch an Habub, Freunde, fürs neunte Mal Resub, vielen Dank, und Vince, vor einer Stunde, genauso wie zu, mit der Mango, hat das vierte Mal Resub vor einer Stunde, vielen Dank fürs Resub. So, dann vorn mal durch, und, Alter, Julian, danke für fünf Mitgliedschaftenverschenkungen, vielen Damen, haut da raus hier, genauso wie, äh, Bader, auch schon seit vier Monaten Mitglied, Servus, Moin, da müssen wir mal gucken, die Haupttäti braucht wieder ein Rasenmäher, bei, bei der Stadthalle, ich, äh, müsste mal gucken, das ist krass, dass der Roller fährt, der übelst schnell eigentlich, ne? Alter, müssen wir aufpassen, dass ich heute kein Krankenhaus-RP mitmache, oh, ganz wichtig, eine Weste muss ich kaufen, eine Weste brauche ich, äh, Weste brauche ich, weil wenn ich, wenn ich damit aufschallere, dann bin ich tot, vor allem, ich kann als Karl-Heinz keinen Helm aufsetzen, das ist ein großes Problem, Leute, das ist ein dickes, fettes, großes Problem, warum schreibt da irgendwer die ganze Glattenrost in den Chat? Habe ich irgendwas verpasst in meinem Leben? Habe ich irgendwas verpasst? Der schreibt einfach Lattenrost, so richtig ohne Kontext, perfekt, einfach nur Lattenrost, so müssen wir diese Waffen waren da vorne, ne? Alter, da müssen wir hin, wo wir uns erst mal pavesten, ich muss auch ein bisschen Essen einkaufen, ich habe meine ganzen Sachen verloren, by the way, vorhin, bin ausgerutscht mit dem Rucksack in der Schule, mein Joghurt hat alles, äh, im Rucksack kaputt gemacht, musste mir ein neues iPhone holen, neues, äh, walkie-talkie, alles neu geholt. Ja, passiert in der Schule, wenn man mit dem Rucksack und Joghurt stürzen muss. Passiert öfters. Oh, mach einer Lump, Österreicher, habt keine Angst vor der Energiekrise, in eurer Hymne heißt es Land der Strome. Da hast du tatsächlich recht, Land der Strome. So. Land der Berge, Land der Dome, Land der Ecke. Ne, anders war das, äh, Land der, Land der Strome, Land der Ecke, Land der Dome, so war das. Ja, perfekt, ich kann nicht mal um die eigene Nationalhymne, das ist wieder richtig gut. Mussten wir damals in der Schule sogar singen, weiß ich noch. Mussten wir auswendig können, ich kann sie heute nicht mehr komplett. Und heutzutage darf man nicht mehr Land der, Land der Brüder sagen, sondern auch Land der Schwestern oder so, musst du sagen. Das ist irgendwie, und wenn du es nicht so machst, dann bist du direkt, Assi. Weil man muss es machen, so. Gab es ja mal, wer das gab, wer hatte da so ein, äh, unsere Hymne gesungen, ohne Land der, der Schwestern oder sowas. Da war das nochmal, irgendein Sänger, ein Bekannter bei uns in Österreich. Der Gabalier war, das stimmt, der darf voll auf den Deckel bekommen. Wobei ich mir denke, wenn ich in einem Lied, auch wenn es das Nationalhymne-Lied ist, wenn ich das so schreibe, als Dichter, dann ist das doch Kunst, oder? Das ist wie wenn ich jetzt Mona Lisa, einen Bart drüber mal, weil ich sage, die Mona Lisa könnte auch männlich sein. Also, komplett bescheuert heutzutage, was da so abgeht. Ist ja, ist ja nur ein Lied. Aber ich kann die ja jetzt kaufen, stimmt. Also manchmal denke ich mir echt, dass die Leute echt keine Probleme haben. Da Waffen kurz, ja. Dann ist man Feminismus. Das ist der andere, ich springe. Naja, ich verstehe, ich verstehe ja so Feminismus an sich, der, der, der Haupt-Hintergrund, ne. Aber es gibt halt schon Leute, die es übertreiben, zum Beispiel das mit den Ampeln. Kennt ihr das mit den weiblichen Ampeln? Dass, dass man da auch ein Mädel drauf zeichnen soll? Aber wisst ihr, wo ich mir dann wieder die Frage stelle, wer sagt, dass die Figur auf der Ampel, hallo? Hallo, er sagt, dass die Figur auf der Ampel nicht eine Frau sein kann, ist ja nur so ein Strichmännchen, kann ja auch eine Frau sein, oder? Und irgendwo in Deutschland haben sie tatsächlich eine Ampel gebaut mit einer Frau drauf und ich mir gedacht hab, hä, warum muss eine Frau einen Rock tragen? Muss ja nicht, die kann ja auch das Strichmännchen sein. Wobei, dann heißt es ja Strichmännchen, stimmt. Logik, Logik, die ruft wieder an, hallo, Klingelingeling. Unsere Themen sind hier wieder super. So, wir fahren mal Richtung Hauptplatz. Glaubt ihr, der halt mich an, weil ich mit dem Roller fahr? Wobei, Marshall darf ja nicht mehr, stimmt, die dürfen ja nicht. Ist ja ein Marshall, da hinten. Ist ja ein Marshall, der darf mich ja gar nicht anhalten. Könnte ich dir richtig Mittelfinger zeigen und ich kann weiterfahren. Oh, ich fahr einfach mal über Rot. Er kann nichts machen. So, erstmal Richtung Hauptplatz rasen. Ich muss mal tanken fahren, stimmt. Und dann muss ich gucken, ob Frau Geldautomat da ist. Ich brauch wieder ein bisschen Kohle. Ist das Ding eigentlich voll getunt? Ich bin mir ganz unsicher. Dann müssen wir mal gucken. Gehen wir mal tanken, Rubelose holen. Das ist wichtig und wichtig, dass wir Rubelose holen. Oh ne. Das ist der Sound, aber ich spinne dich. Leute, dafür will ich jetzt doch anhalten. Okay. Wetten, die wissen das nicht, dass ich die Genehmigung habe? Hallo? Schau, schau. Schau dir das an. Ich glaube, die wissen das nicht mit der Genehmigung. Vom Chief. Ich habe ja eine vom Chief bekommen. Vom Chief, höchstpersönlich. Guten Tag. Hallo. Wo müssen du? Karl-Heinz. Okay. Karl-Heinz. Darfst du sowas schon fahren? Ja, ich muss, ich muss, was aus dem Ding, darf ich absteigen? Ja, dürfen Sie absteigen. Ich habe einen Zettel nämlich dabei. Es ist vom Chief ausgestellt worden. Okay. Warten Sie. Das habe ich irgendwo in einer Box drin, muss ich gucken. Ist da unten unter dem Sozius. Da habe ich einen Zettel reingesteckt. Ja. Warten Sie. Ähm, das müsste das sein. Haben Sie bekommen? Ja. Ich glaube, das ist das richtige Dokument. Okay. Hiermit wird bestätigt, dass Karl-Heinz einen Roller sowie eine Enduro-Maschine bis 50 Kubik fahren darf. Damit darf er aber nicht auf der Autobahn fahren. Okay. geltende Gesetze halten. Perfekt. Gut. Geht's von mir wieder. Dankeschön. Ist ausgestellt worden vom, ja, Chief hat es erlaubt und vom Supreme Court wurde es noch abgesegnet. Okay. Ähm, ja, dann einen Moment. Die wird einmal geschoben. Habt ihr ihn zu schnell irgendwie gemessen oder sowas? Nein. Das Problem ist, dass ich keine Eltern habe und die Busstruktur eher etwas blöd ist. Hier fahren kann der Bus. Das Einzige, wo ich fahren kann, wäre ein Taxi und sonst mit einem Fahrrad und sonst kaum in irgendeinen Sinn, weil ich alleinerziehend bin. Okay. Du bist alleinerziehend? Ich erziehe mich selbst. Du erziehst dich selbst? Ja. Meine Eltern sind nicht da. Ich habe eine Schwester, die ab und zu da ist und ich mache ab und zu den Rasen beim Supreme Court und und deshalb und deshalb habe ich die Genehmigung bekommen, 50 Kubik Roller zu fahren mit 13. Kann ich dir mal was zeigen? Du willst mir was zeigen? Ist das moderne Erziehungsmaß? Warte mal, ich zeige dir mal was. Ich kann den Fortnite-Tanz. Ich bin ja wieder unterwegs. Jo. Mit dem hier. Guten Tag, Heinz. Ist cool, das ist der Chicken-Fortnite-Tanz, den habe ich heute, den habe ich heute, habe ich den gelernt. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon gewusst, Herr Kollege, er erzieht sich selber. Das finde ich spannend. Wie alt ist er? Ich bin selbst erziehend. Ich kann mich selber erziehen. Ich weiß, was gut für mich ist. Und ich habe letztes Mal auch mit, mit dem Dings geredet. Ich habe gestern mit dem Dingel, Entschuldigung, das Parfum ist ein bisschen zu viel. Es riecht sehr streng. Das ist, das ist ohne Toilette ist das. Ja, es riecht auch nach Toilette. Ja. Ähm, ja, ich war jetzt jedenfalls das letzte Mal dort und die haben auch gesagt, ich verhalte mich in letzter Zeit sehr kooperativ und gut und deshalb darf ich jetzt auch damit fahren und das so eine Abmachung und alles cool. Ja, also, kurzsätzlich darfst du damit fahren und auch gut, dass du angehalten hast. Natürlich, ich darf ja. Aber grundsätzlich, ähm, ein bisschen langsamer in der Stadt. Natürlich. Er meinte ja, er ist mit über 100 nicht ganz oder nur knapp hinhergekommen. Ich bin aber ziemlich langsam gefahren, also schneller als für eine Fertikiste auch nicht. Also für einen Selbsterziehenden hat er schon eine lange Strafakte. Also für einen Polizisten finde ich es lustig, dass sie nach Toilette riechen. Ja, das ist mein Job. Manchmal muss ich Leute aus der Scheiße holen. Ja. Und siehst du dann das Klo, wo die Scheiße drin klebt, oder wie? Nein, ich bin die Hand, die reingreift. Aber sie sind doch das Klo. Ich kann dich auch mitnehmen, lieber Karl-Heinz. Ja, wie jetzt? Nee, ich wollte jetzt nicht beleidigen klingen, aber sie haben selber gesagt, sie riecht nach Toilette. Also, irgendwie. Du wirst es in der Schule noch lernen. Ist Ihnen aufgefallen, dass es aussieht wie ein rollendes Klo? Gucken Sie mal, da hinten, der sitzt jetzt aussieht wie so eine Toilette. Auf jeden Fall eben nicht. Und wenn man da drauf sitzt, denkt man mal also auf ein Scheißhaus. Setzt dich mal drauf. Ja. Kann ich mal zeigen. Es sieht aus, als würde ich gerade eine Wurst auspressen. Guck mal. Aber wenn du dich dabei anstrengst, wenn du noch... Also, wenn du dich dabei anstrengst, sieht es wie so aus. Darf ich es angestanden? Lass nichts rauskommen. Und der Auspuff stinkt auch. Es kommt hin. Es kommt hin. Kommt hin, ne? Ja. Na. Gut, Karl. Meine Vorstellungen. Ich muss gehen. Meine Vorstellungen. Na, das war schon wieder zu viel. Alles gut, Karl. Dann lege ich mal Urlaub. Pass. Alles gut, Karl. Einfach ein bisschen auf die Geschwindigkeiten achten in der Stadt. Es sind 80. Ja, dann mache ich 80. Das ist ja Tempomat da an. Ist okay. Genau. Und auf rote Ampeln auch bitte achten. Ja, ich achte auf rote Ampeln. Geht da auch vor allem drum, dass du nicht über den Haufen gefahren wirst. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Und dann fahre ich durch. Nee, das ist nicht gut. Ja, eben nicht halt. Also, wenn was passieren sollte. Problematik, ich wollte eigentlich auch einen Helm kaufen. Ich weiß, es gibt keine Helmpflicht, aber mir passt kein Helm, weil ich so einen großen Kopf habe. Ja, das kann gut sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber dafür ist da viel drin. Das glaube ich. Also, in dem Alter. So gewitzt. Ja, ich weiß auch sehr viel über das Universum. Okay. Ich nicht. Sind sie Veganer? Nee. Weil jedes Mal, wenn ich mit Veganern rede, sind die schockiert, wenn sie draufkommen, dass sie in der Milchstraße leben. Auf jeden Fall. Hast schon recht. Muss man aufpassen. Nicht so viel vom guten Milch. So, ich start durch. Ich muss zur Tankstelle. Mein Roller ist fast leer. Passt. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schöne Nacht noch. Danke. Tschüss. 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 War einfach die Ente. Hat er gesehen? Diese große Ente. Boah, wie cool. Boah. Supervisor. Emergency Call 911. Ist das sein Roller? Nur bitte nicht zerkratzen, wenn möglich. Was hat denn der 11. September mit der Polizei zu tun? Ist das ein Inside-Job? Äh, das ist die Notrufnummer. Ach so. Wusste ich nicht. Ich habe die noch nie angerufen. Da kann man anrufen, wenn ein Notfall ist, wenn man die Polizeiretung oder Feuerwehr braucht. Das ist auch vom vom Paul Walker, der Fast & Mirios, der Auto da. Boah, cool. Boah, cool. Bist du Paul Walker? Nee, nee. Boah, aber cool. Ja. Cooles Auto. Mach das, mach das. Kannst du mal durchdrehen lassen, die Reifen? Die Reifen durchdrehen lassen? Ja, kannst du mal voll durchdrehen lassen. Und dann hupen sie oder so. Keine Ahnung. Lass sie mal voll durchdrehen. Durchdrehen. Gummi, Gummi. Boah, cool. Nee, mehr. Mehr. Da muss richtig Rauch raus. Hier ist die Polizei. Ist doch egal, der sieht das nicht. Komm, dreh durch. Boah, die hören das. Gummi, Gummi, komm. Gib Gummi. Boah. Boah, du traust ja gar nichts. Du bist ja gar nichts in dem Film. Volle machen, D-Stärke, Reaktions, Stärke, Ex-Wähigkeit, etc. Gah? Bist du mein Opa? Der hat, der hat, ah, nee, doch nicht. Das ist ihr Opa? Nee, ich hab nur geguckt, er sah von hinten so aus, weil Opa sah genauso aus von hinten. Sind sie sein Großvater? Darfst du damit überhaupt schon fahren, kleiner Mann? Ja, darf ich. Der hat reiche Eltern und der hat sich da so anscheinend kauft. Ich hab keine reichen Eltern, das ist, ich hab mir das selber hart erarbeitet. Das ist Schiebung, wissen Sie, wie es im Staat manchmal läuft, was die die Freitalwirtschaft, Ja, und ich darf nicht mit Spirulato fahren. Ja, sie müssen, sie müssen da ackern, bis ihr Rücken bunt, das weiß ich, ja, es geht mir auch gleich, ne? Ja, 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 die verböhnten Kinder. Ich bin selbe. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend, fahren Sie ruhig weiter, gell? Danke, schönen Tag, ebenfalls. Ja, ja. Gehen wir ins Tripclub jetzt die Lade? Ja, ja. Der hat, der hat by the way geöffnet, gell? Wo gehen die hin? Ja, ist doch immer so. Die gehen, die gehen was trinken. Die gehen, ähm, die gehen jetzt Cocktail trinken. Aber man darf doch nicht trinken und Autofahren gleichzeitig, oder? Na, die werden wahrscheinlich dann im Auto fahren. Ja, oder so. Aber der hat gerade gesagt, dass er trinken und Autofahren gleichzeitig wird, haben sie gehört. Wasser trinken, Wasser trinken oder Cocktail. hat er gesagt, aber. Ja, ja. CRD 302. Beim Kofferraum werden sie nichts finden. Ich bin nicht im Kofferraum, ich gucke mir das Kennzeichen an. Für was steht das CRD? Ähm, das hat wirklich keine Bedeutung. Das ist wahnsinnig. Das ist irgendwas. Cooler Rouladen-Dance. Oder so. Sag mal, wie ist dein Name? Lotto. Lotto? Sag mal, belastet dich gerade was? Also, laut, laut, Muppet, Karl-Heinz ist der Name. Karl-Heinz. Karl-Heinz, belastet dich gerade was? Nö, warum? Na, du hast nur so ein bisschen reingeschaut, so als ob dich was belastet. Mich belastet gerade gar nichts. Okay. Belastet sie gerade was? Also, du kommst mir eher so vor, als würde sie gerade was belasten. Ja, das ist alles doch gerade. Ach so. Verstehe ich nicht. Dafür bin ich noch zu jung. Das ist auch Mr. Kroos. Mal rumbellos aufschauen, ob wir heute Glück haben oder nicht. Sie haben leider verloren. Oh nein, wer hätte es gedacht? Ach so, oh, schon wieder verloren. Oh, bitte heute nicht ins Krankenhaus, bitte. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Nein, laut rumbellos im Krankenhaus. Außer, ich kriege jetzt ein Zehntaui. Wenn ich jetzt Zehntausend gewinne, dann komme ich nicht ins Krankenhaus. Aber das, ja, weißt du, jetzt gewinne ich, das ist wieder so typisch, Alter. Zuerst gibt er mir die ekelhaften Rumbellose und jetzt gewinne ich wieder am Stück. Ja, laut rumbellos komme ich ins Krankenhaus. Perfekt. Danke für nichts. Danke. Wollt ihr da Krankenhaus-RP? Ja, gut, wenn ich mit dem Roller fahre, sowieso, ne? Ich überlege nur, ob ich heute noch irgendwie mein Motorrad auspacken soll und schauen soll, ob die da... Oh ja, ich weiß, was ich heute mache. Oh nee, war das Ding offen. Ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die Gasen wegen Rasen mähen, muss ich mal gucken. Bop, 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 bop. Oh nee, das nervt. Beim Tempomaten immer. Dann kann ich ja gar nicht treten, so. wo der Tempomat an und ausgeht. Auf RLO 3.0, by the way, gefixt, das Problem. Auf 3.0 gefixt. Ich schade, ob der da ist, damit ich Rasen mähen gehen könnte und wenn nicht, dann ist es auch gut, aber könnte es heißt, die Geldautomate nicht da ist. Vielleicht ein bisschen später, wer weiß das schon. Ich sehe eh keinen Kopf hinter mir, ne, weil ich fahre gerade so schnell, ich kann. Ach, komm. Bitte, Frau Geldautomat, bitte. Ich hoffe, wenn man das nicht klappt, ne. Oh, da geht er über die Straße. Schau mal, ob wir da, ah, das ist wer da. Es ist auf jeden Fall, oh, alter. Schöner M3 in Breitbau. Schau mal, ob da der Kofferraum offen ist, oder? Oh, schade. Hätte ja sein können. Nexus, danke für 2 Euro, kümmern, Lord. Bin auch wieder dabei. Einen schönen Steam, der Dankeschön. Das Rubbellos, danke fürs VIP-Werden, aber danke für nichts Gönnen heute. Konstantin Schmidt, danke fürs VIP-Werden. 11700-Werden ist auch VIP-Werden. Basti, sieh, hallo Xion, hier hast du mal was von mir, vielen Dank. Zoom-Cash, meine erste Spende, mein lieber, Dankeschön. Xion's Krallen. Karl, das tötet Menschen. das hab ich ganz vergessen. Liebe Grüße aus dem Saarland, Dankeschön. Xion's Krallen. Oh, das sind Leute da. Jawohl. Jawollski, ich freu mich. Oh, ist das nicht der Herr Eibe? Das ist der Herr Eibe, aber im VIP-Kenn ich ihn noch nicht. Hallo. Hallo Karl-Heinz. Braucht ihr einen gemählten Rasen für ein bisschen Kleingeld? Ja, immer. Cool, dann hol ich meine Sachen. Ja. Wie viel krieg ich dafür? Müsste ich kurz nachfragen, wie viel Geld ich habe? Ich nehm alles, alles, was sie haben. Jawohl, wieder. Das waren die 190.000 dann. Ja, nehm ich an, komm, hast du akzeptiert, ich bin gleich wieder da. Es ist, ich sag es so, okay, also eigentlich theoretisch hat er jetzt einen mündlichen Vertrag gemacht, ne, 190.000 Dollar fürs Rasenbeet. Und wenn das klappt, ey, wenn ich jetzt, der kriebt sicher viel, der ist sicher, der Herr Aibe ist sicher netter, oder? Schau mal, Herr Aibe hat richtig viel Kohle auf dem Konto, 190.000. Herr Aibe, was arbeitet, also der arbeitet ja hier, stimmt, der kriegst ja nicht schlecht. Dann geh ich hier Rasen mähen, dann krieg ich von Herrn Aibe ein bisschen Geld. Soll ich wieder ein Blaulicht einbauen? Ne, dann krieg ich wieder Probleme. gebe. Und wir fragen Herrn Aibe, ob wir uns jetzt ausborgen dürfen. Herr Aibe, bitte. Boah, Alter, was ich für den Lachflash bekommen hab, wie Herr Aibe im, im Dings, äh, nieder, äh, gedingst wurde, also, äh, niedergedingst, genau. Er ist zusammengebrochen im, im, äh, Dings, ich werde sie vergessen. Im Court, im Supreme Court. Ist er einfach, ist er einfach zusammengebrochen, der Herr Aibe. So, schauen wir gleich mal. Ah, holen wir uns mal unser Dings. No loud stereo and unnecessary use of horn. Tz, 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 tz. Keine Ahnung, was auf dem Schild gerade da stand, aber ich glaube, die wollten nicht, dass hier Hupen und die Stereoanlage anmachen. Perfekt. Haben wir hinbekommen. Haben wir hinbekommen. Was hab ich eh an, ne? Erstmal das Ding abbauen. Zack. So. Das Schild ist mir noch nie aufgefallen hier. Ist mir noch nie aufgefallen. Eines Legende, sowas von. Zoom, Zoom, äh, crash haben wir vor, wie das genau. Michael Röllig, dank für ein Euro, dann der Chef, eins, zwei, drei, ja, dank für zwei Euro auch. Lyric, dank für eins, 28, Siv NBK wieder am Start. Vielen Dank, äh, mein Bester bin auch wieder am Start. Eins zu sieben, vielen Dank. So viel Dank für's Zipp werden und, äh, Bini Best 71. Auf einen ganzen Stream noch, nebenbei, gute Besserung. Dankeschön. Ja, ganz weg ist es ja noch nicht, aber es ist schon auf jeden Fall sehr gut. Ich muss nicht mehr so viel husten. Und heute der erste Tag ohne Hustensaft. Schuppi, danke für zwei Euro und nächstes Dank für zwei Euro. Viel, wie ein Darm. Aber, ey, Schuppi, schön, dass du auch wieder dabei bist. Freut mich. Boah, jetzt kann ich das ganze Ding wieder langfahren hier. Das ist so nervig. Dieses, dieses Gerät ist so langsam und das ist auch selbst mit Noss langsam. Da kannst du gar nichts machen gegen die Kiste. Oh, ich dachte, 1 zu 7 steht jetzt da oben. 1 zu 8 steht leider. Schade. Könnte ein Spieler bitte rausleften, dass wir 107 Spieler haben. 1 zu 7. Immer noch arbeitslos Sozialhilfe. Ey, wie wär's denn, wenn wir uns theoretisch, ich hab jetzt voll die geile Idee, als, ähm, als Transportfahrer irgendwo eintragen lassen und einfach Transporterjobs machen? Vielleicht merkt das die Polizei, gar nicht und wir können dann einfach unser Geld, äh, äh, richtig krass machen. Ich hab gehört nämlich jetzt die Transportarbeiten, die geben richtig Kohle ab. Wollen wir mal gucken. So, dann fangen wir hier mal an zu mähen für den Herrn Eibe. Herr Eibe, ich mähe für Sie. Äh, hier. So, zack, Mähmaschine anbauen und los geht die Luz. Also erst mal diese kleine Grünfläche hier. Einer schreibt durch Hustensaft, bekomme ich immer mehr Husten. Das heißt doch Hustensaft, ne? Ah, ist das dumm. Oh, mein Tank ist fast leer. Upsala, upala, upala. Äh, ich muss schnell tanken fahren. Ich hab ja kein Ding dabei, dann brauch ich das ja nochmal ab. Ich hoffe, das geht sich noch raus mit zur nächsten Tankstelle. Ich hab das voll vergessen, dass mein Tank gleich leer ist. Upsi. Ja, Gott sei Dank ist da drüben gleich eine Tankstelle bei den Mechanikern. Baby, don't hurt me no more. What is love? Bitte, baby, don't hurt me. Bitte, baby, don't hurt me no more. So, hier. Ah, das geht sich sogar noch aus. Holy moly. Wenn wir Glück haben, geht sich das wirklich noch aus mit der Kiste. Paar Meter noch, dann haben wir es geschafft, dann sind wir beim... Ach, nee. Oh, der Security-Typ ist vielleicht wieder da. Der mich auf seine Hochzeit eingeladen hat. Ich glaub, ich hab die Hochzeit verpasst. Oh, nee. die zwei Meter, Alter, wirklich. Ach, komm, das ist doch... Das ist ein Dreck. Jetzt räche ich extra in Kanister holen. So. So. So, voll tanken das Ding und dann geht's zurück. Ich bin gespannt, was Herr Eibel mir für Geld gibt. So. Max Roth, schön, dass du wieder da bist. Dankeschön an Max Roth für 2 Euro. Und Konstantin Schmidt, danke für 2 Euro. Bestes Trümer, feier dich. Vielen Damen. Oh, Manuel Rost, Gruß aus dem Dönerladen. Gemütliche Sitzen, Döner-Teller essen und Stream-Gönnen auf 14-Zoll-Tablet-Kuss. Danke schön, Manuel Rost. Ich hab heute auch einen Döner gegessen. Ich hab sogar noch einen Döner in der, ähm, ich hab heute 2 Döner geholt. Also Schandler 2 Döner geholt. Einer ist im, im Kühlschrank. Einen hab ich gegessen heute. Hm. Der wird zwar dann wieder labbrig, aber besser besser als kein Döner, ne? Der will hier tanken, ne? Der will hier tanken. Sind sie Polizei? Ja. Boah, cool. Was machst du denn da? Ich tue Rasenmähen für die Stadthalle. Ach, bist du Prümkot da? Ja, ja. Ihr müsst, ich muss sich den Rasenmähen. Ach so. Da krieg ich Geld für. Das ist aber nett. Ja, irgendwie muss man ja seine Kröten zusammenkriegen. Das ist richtig. Irgendwie muss man ja Geld verdienen, ne? Ich wollte nur sagen, ihre Heckscheibe ist kaputt. Ja? Also bei mir. Ich weiß nicht, ob sie bei Ihnen kaputt ist. Bei mir nicht. Ich frag mal bei den Mechanikern, sonst lasse ich die reparieren. Okay. Danke. Tschüss. Das war ein Korpus. Habe ich dir das gar nicht gut checkt, was das ein Korpus ist. So halbwegs. Voll der Nette. Auf mich werde ich nicht angefangen. Oh, oh, alter. So. Auf zum Supreme Court. Jetzt aber schnell. Den Rasenstelle mähen. Oh, wir könnten eigentlich diese Dinge hier auch mähen. Dann können wir extra verdienen vielleicht. Mir ist noch nie aufgefallen, dass hier so eine fette Grünfläche ist. So, schon mal diese fette Grünfläche aufgefallen. Also mir nicht. So, auf geht's. Irgendeine geile Musik hören hier. Was gibt's denn hier? Der Fortnite-Tanz. Hallo. Das ist der Polen-Beat, ne? Wer mir zuguckt. So viel Spaß hat Rasen haben wir noch nie gemacht. Und Herr Albe guckt ganz genau hin, dass ich nichts auslasse. Herr Albe guckt ganz genau. Oh, 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 schwarzer Maibach. Schwarzer Maibach. 1 zu 7 ist da. Ach stimmt, wir haben unsere Regeln noch gar nicht geschrieben. Unsere 1 zu 7 Regel. Also 1 zu 7 Regel. Die Gangregel wegen letztem Mal. Ich kann's vergessen. Er wollte eigentlich fertig schreiben, aber, ähm, ja, soviel dazu. Werde ich nach dem Stream angehen. Nach dem Stream erstmal fette Regeln schreiben. Und hinten ist einer von den Marshals. Guck. Da parkt der gleich sein Auto aus. So, das tun wir nochmal mähen. Dann fahre ich hier nochmal zurück. Wird hier nochmal genau gemäht. Hört doch irgendwie coole Musik hier. Ne, ne? Ah, hier, das hier muss ich noch mähen. Uppala. Upp. Ups. Fahren wir mal zu Herrn Aibe ins Büro. Stimmt, ich muss ja hier oben auch wieder mähen, ne? Ich dachte, ich hab letztes Mal nämlich ganz genau gemäht hier oben. Ah, hier komm ich nicht hin, ne? Das ist wieder Kacke hier. Hier komm ich nicht hin. Ah. Wird ich doch nochmal hinten mähen können. Na ja, egal. Komm, ich probier nochmal mähen. Für Herrn Aibe. Er muss mich heute gut bezahlen. Er hat mir einen guten Preis genannt. Ich hoffe, ich bekomme den auch. 100... Was hat er gesagt? 190.000? Ah! Aui! Scheiße. Nein, ich will es stecken. Nein! Aui! Ich glaube denn, du kommst da so nicht raus. Doch, ich schaff das. So. Eeeh. Mit das abbauen, nee. So eine blöde Kacke aber auch. Die Dings hängt hier fest. Für Herr Albe. Ah, ich hab's geschafft. Oh, nee. Oh, nee. Hallo? Oh, Menno. Jetzt brauchen sie nicht mehr kommen. Das mach ich schon selber. Ach so. Geschafft. Schub, 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 schub. Schub, schub, schub. Bup, 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 bup. Für Herr Albe. Geschafft. Oh, Frau Geldautomat ist da. Ui. Ui, warte mal, Frau Geld. Och, nee. Herr Albe kommt auch raus. Nein. Die sind zu zweit. Sonst hätte ich die auch fragen können, ob sie mir Geld gibt. Warte mal. Hallo? 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 Frau Geldautomat ist auch da. Es ist schade, dass sie zusammenstehen. Das macht mich echt gerade traurig. Sonst hätte ich dann doppelt abzocken können. Wisst ihr noch einmal, wo ich Frau Geldautomat abgezockt habe? Wo ich schon bezahlt wurde? Ich hab sie nochmal nach Geld gefragt und sie jetzt einfach überwiesen. Aber jetzt klappt es leider nicht, weil die Beine da stehen. Das ist sehr schade drum. So, das hier machen wir noch. Dann gehen wir noch einmal hinten durchfahren und dann sind wir fertig mit dem Rasenmähen. Ah, nee. Oben muss ich dann noch einmal. Also müssen wir ja ein über die 190.000 geben. Der Eibe. So, da haben wir ja schon angefangen zu mähen, die eine Linie, ne? Da müssen wir also, also die hier ist ready, glaube ich. Da müssen wir noch die hier mähen. Und hier, das hier müssen wir noch mähen. Alles, was noch hier ist, hier hinten. Also wir lassen uns ja schon Zeit, dass wir hier viel Kohle kriegen. So ist ja nicht. Ich muss schon zeigen, dass ich hier auch wirklich den Rasen mähe, ne? Weil sonst ist das ja unschon. Das ist das auch nur für Spende. Für das Geld. Was die da ausgeben für den Rasen. Ich kriege ja viel dafür. Ist ja nicht. Ja, Karl-Heinz muss halt den Rasenmähen von irgendjemandem. Aber wir könnten echt mal so ein Rasenmähen unternehmen aufmachen. Und schauen, ob bei Ebay Kleinanzeige uns irgendwer schreibt. Da haben wir ja fertig. Dann muss ich nur noch oben mähen, ja? Nur noch oben. Ups. Was tut denn der so? Mit dem falsch. Herr Eibel, Herr Eibel. Ich muss oben noch den Rasen machen. Oben ist kein Rasen. Ja doch, was ist denn? Ich guck mal, wie hoch das hier ist. Ja, das sind so komische Schilfe. Ups, dann hab ich aber... Letztes Mal hab ich den da weggemacht. Upsi. Dann ist ja was schön nachgewachsen. Dann fahr ich dann nicht mehr rauf. Gut, dann bin ich fertig. Weniger Arbeit für mich. So. Bist du fertig? Ich bin fertig, ich krieg Geld. Er hat gemeint, ich krieg 190.000. Was hat er gesagt? Ich hab... Wir hatten eine Abmachung. Gut, jetzt bin ich raus. Herr Eibel, das ist ihr Part. Weil ich wär bei meinen üblichen 50.000 geblieben. Aber wenn Herr Eibel 190.000 macht... Ich hab gesagt, ich hab 190.000. Ja, er hat sein Bankkonto geleakt und ich hab gesagt, ich nehm das, was sie haben. Und er so 190.000 hab ich auf der Bank. Hab ich gesagt, okay, gut, ich hol den Rasen. Und er hat gesagt, okay. So, Herr Eibel, jetzt ist... Kann ich so bestätigen. Jetzt ist mies, Herr Eibel. Das machen wir 100.000, Herr Eibel. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Also 190.000 hätte er... Ich hätte Karl eins nicht von mir bekommen. Ich nehm auch die 50.000. Mir ist das egal. Ich will nicht, dass Herr Eibel irgendwann kein... kein Geld mehr hat wegen mir. Gut, ich entlaste jetzt mal, Herr Eibel. Okay? Ja, bitte. Nächstes Mal müssen Sie aber genauer mit mir reden, weil das war nämlich ein Vertrag, den wir da ausgemacht haben. Das... Herr Eibel übt das noch, mit... mit einem Kind zu sprechen. Kann er das nicht? Anscheinend nicht. Okay. Dankeschön. Bitte schön. Die stehen tief in meiner Schuld. Nächstes Mal zahlen Sie. Ja? Ja. Komm mal her, Kleiner. Kleiner, komm mal her. Mit dem Geld kein Blödsinn machen, gell? Ich hab schon lange kein Blödsinn mehr gemacht. Ich wurde heute sogar schon angehalten und ich hatte mein Dokument. Aber nichts Böses machen, ja. Oh, dankeschön. Schauen Sie mal, Herr Eibel. Der hat mir sogar gerade auch Geld gegeben. Na gut. Damit er nicht so viel geben muss. Na gut. Herr Eibel hat gar nichts gegeben. Der erwartet, du kriegst noch was von mir. Ah, nimm den nicht dabei. Der arme Herr Eibel. Ich glaub, wir finanzieren Karl-Heinz die ganzen Sachen, die er zum Spielen nimmt. Aber ich hab mich jetzt daran gehalten. Ich bin heute schon angehalten mit meinem 50-Kubik-Roller und hab mein Dokument vorzeigen können. Das ist super. Alles tut dir, Frutti. Das ist richtig gut. Ähm, hast du eine Handynummer zufällig? Ja, ich muss gucken. Ähm. Ähm. 800-93-663. Also 9-3-663. Herr Eibel hat anscheinend kein Bargeld dabei. Er muss das über Online-Banking machen. So, halten. Boah, ist aber wenig, Herr Eibel. Da haben die anderen aber mehr zu beigesteuert. Aber dankeschön. Bitte. Ein geschenkten Gaul guckt mal nicht ins Maul. Da haben sie recht. Bitte. Aber wollen sie damit sagen, dass der Herr Eibel ein geschenkter Gaul ist? Ähm. Herr Eibel kann nichts dafür. Nee. So nicht. Gut, ich geh da mal, bevor hier Streitereien ausbrechen. Vielen Dank und chill. Ich komm dann wieder, wenn der Rasen hoch ist. Mhm. Und ich würde auch hier oben mähen, wenn sie wollen. Aber einfach anrufen. Ja, machen wir. Upsi. Ja, Herr Eibel. Ich glaube, ihr habt ihr gesehen, wie er mir 11.000 gegeben hat. Der Arme. Alle, der weiße Bein, der hat mir einfach 50.000 gegeben, ey. 50.000. Bar aber. Der hat ein Bar, 50.000 dabei. Und der Eibel so, ja, 11.000. Der Eibel vor, ja, 190.000. Aber hey, ich hab, ich hab insgesamt 110.000 Dollar bekommen. Das ist saumäßig viel. 110.000 Dollar fürs Rasenmähen. Also, ich schau dir das mal vor in Real Life. Er geht, er geht, wohin? Ein Rasenmähen kriegt 110.000 Dollar. Das ist halt der Kinderbonus. Der staatliche Kinderbonus fürs Rasenmähen. Get on my Fend. Wie nennt man einen Bauer mit Studium? Akademiker. Boah, das ist aber auch schon alt. Vielen Dank für 2 Euro. Gutmut. Danke fürs Wippwerden. Kurtgurt. Servus Kurt. Kannst du mir natürlich den Kurtgurt kennen? Wir noch. Magen, du hast schon gewusst. Studenten. Plural. Feminin. Studerpell. Plural. Maskulin. Warum heißt es eigentlich kotzen und nicht Feedback? Warum heißt es nicht Breakfast? Das Breakfast. A Breakfast. Ich geh erst mal aufs Breakfast. So, danke. Ich geh mal keiner Lumpf wieder für diese wunderschöne Flachwitze, die du uns jeden Tag an den Tag legen möchtest im Stream. Oh ne, hier komm ich ja nicht hoch. Ah doch, so komm ich hoch, glaub ich. Michelle Wand. Vielen Dank für 5 Euro, Michelle. Auf einen witzigen Stream schau dich seit der Beta-Version von RLO und freu mich schon auf 3.0 Kuss. Ah, ne. Hilfe. Ach, ne. Ich roll zurück. Was mach ich denn jetzt, Hilfe? Ist ja mal echt kacke, das Ding, ne. Komm ich da rüber? Sag jetzt nicht, ich fahr jetzt einfach in den fremden Garten, passt schon. Aber ich komm hier so schneller hin. Ich glaub, ja, so bin ich, glaub ich, schneller. Einfach in den fremden Garten fahren, das Passschüsse. Das Ding da zurückbringt ist immer ne, ne, ein Krampf für sich, ne. Jedes Mal ein Krampf mit dem Ding. Das könnt ihr schon schneller fahren, ne. Kann schon schneller fahren, aber stell dir mal vor, wir könnten Intune, Alter, so richtig heftig. Mit so 100 PS oder sowas. Brauchst du so einen Kawasaki-Motor ein. Los geht, Iluzi. Alter, ne, das ist halt echt. Oh, ne. Bin ich ja letztes Mal hochgekommen, eh, eh so mit der Fahrweise, ne. Einmal so, immer so raufkringeln irgendwie, dann klappt das schon irgendwie so, aber. Oh, ne, da kommt ein LKW. Äh, äh, äh. Ich hab's gleich geschafft. Dann krieg ich sogar noch das extra Money fürs Rasenmähen, schaut mal. Rasenmäht? Äh, Rasengemäht 72, da krieg ich das Geld hier auch noch. Äh, äh, ich hab's gleich geschafft. Ja. Ja, ich seh schon das Häuschen, wo man sich rupt und nicht laut Musik hören darf. Ich hab's geschafft, ja. Bin über den Hügel. Ich hoffe, mein Moped steht noch da. Äh, Dark Arrow, danke für den Euro. Eigentlich wollte ich einen, was Zeitreisewitz erzählen, aber dann, den mochtest du nicht. Der war auch nicht schlecht. Danke dafür. Deadpool Gamer, schön, dass es wieder besser geht. Das hab ich schon vorgelesen, ne. Ja. Oder, hab ich schon vorgelesen? Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann, äh, Kuskid raus. Und Deadpool Gamer. Äh, Cardog, Sand für's Hip werden. Vielen Dank. Und Jochen der Rochen. Oh, jetzt kommt's. Oh, unser Roller steht noch da. Gut, der wurde nicht geklaut. So, wie viel krieg ich jetzt dafür? Hallo? Ah. Oder muss ich nur daneben stehen und der, der ist weg, oder was? Wir sollen auf den Dings oben machen, ne. Ah, hier. 234 Dollar extra. Geil. Ähm, ähm. Ähm, geil. Schauen wir mal, was wir uns davon kaufen können. Also, ich überleg mir grad, na auch davon zu kaufen, von dem ganzen Geld. Wie viel haben wir auf der Bank eigentlich liegen? Das weiß ich grad gar nicht. Wir haben auf der Bank. Sage und schreibe. 149 Dollar. Alter, ich hab übelst viel Kohle als Karl-Heinz. Ja gut, das kommt vom Rasenmähen. Aber trotzdem, hallo? Äh, wir könnten theoretisch einen Gebrauchten kaufen, guten. Oder gehen zu einem des Autos, wo wir uns erstmal ein Wunschkennzeichen für unseren Roller. Können wir Rollklo oder sowas draufschreiben. Aber, äh, das ist immer nicht offen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendeinen finde am Hauptplatz. Ich muss unbedingt ein Wunschkennzeichen kaufen. Für einen Roller. Und einen Roller vielleicht neu herrichten, ne. Den würde ich mal, äh, umlackieren. Vielleicht mal in, in Violett oder so. Oder so richtig giftiges Screen wäre geil. Das würde ich geil finden. Aber auf, äh, RLU 3.0 haben wir ja neue Mopeds. So 50 Kubik-Roller. Die sehen so geil aus. Und auch, ähm, mit Derby Sender habe ich, äh, gemoddelt. 50 Kubik. Äh, schon die ähnliche, die wir auf dem Server haben. Aber halt mit der originalen Lichtmaske und so weiter. So einzelstückmäßig. Das wird richtig geil. Ey, dann kannst du ein richtig geiles Moped-Tuning machen. Hat mich voll an meine alte Derby erinnert. Die ich hatte. Mit dieser Lichtmaske. Mit dieser Doppeloptik-Lichtmaske. Habe ich, äh, 3D modelliert und draufgeklatscht aufs... ...modell. Sieht richtig gut aus. Und mal gucken, ob ich hier irgendwie einen Finde, der ein Wunschkennzeichen hat. Ich frage mich mal durch. Hallo, die Dame. Haben Sie ein Wunschkennzeichen zum Verkaufen? Ich kann dir eins geben, ja. Haben Sie eins? Ja. Cool. Wie viel haben Sie? Eins oder mehr? Ich hab 10. Könnte ich 2, 3 Stück bei Ihnen kaufen? Ich kann dir so welche nehmen. Dann würde ich nämlich 3 Stück nehmen, wenn Sie die verkaufen, was Outdoors hat, nicht offen. Dankeschön. Wie viel wollen Sie haben dafür? Ich will dafür nichts kaufen. Na, irgendwas gebe ich Ihnen. Aber geben Sie nicht alles auf einmal aus. Alles klar. Warten Sie, einen habe ich noch. Ich habe ein altes Schul-Sandwich dabei. Das könnten Sie haben von mir. Es war noch von meinem Jausenbrot. Ich wollte es nicht essen, weil da so eine Butter drin ist, die ich nicht mag. Da ist so eine Kräuterbutter drin, die nach Arschritsch schmeckt. Die mag ich nicht. Aber Dankeschön. Ja, kein Thema. Jetzt kann ich endlich ein Rollklo draus machen. Das ist das, was ich bin. Danke. Ist Rollklo schon weg? Ja, Rollklo! Rollklo als Kennzeichen. Ich schlöre es nicht mehr. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ein Rollklo als Kennzeichen genommen. Das ist super. Hier ist alles super. Also jetzt muss ich nur noch anders tun. Ist das Ding kaputt? Wenn ich da jetzt 50.000 Dollar bezahlen muss, muss ich eh rüberfahren. Ah, nee, es war nicht kaputt. Das ist gut. Ich dachte schon, mein Roller wäre irgendwie kaputt. Boah, also ich habe so viele Autos als Karl-Heinz. So sehe ich jetzt gar nicht angefahren. War nichts kaputt gewesen am Roller. Das wundert mich ein bisschen. Ich hatte es aber noch nirgends... Ah gut, mich hat es auch noch nirgends aufgeschmissen. Stimmt auch wieder. Dann tuben wir den mal, den Roller. Machen wir den mal zum schönen Rollklo. Oh, nee, Polizei. Ist das ein echter Cop? Nee. Ah! Fake Cop! Traurig, wenn man ein Fake Cop sein muss. Tadada, tada, tada. So. Tuning. Aber vom Feinsten jetzt. Wie lackieren wir das Ding am besten? In, äh... Orange. So verbessert ist ja schon alles, ne? Das ist... Ja, der ist voll. Ich mach mal Mutter aus. So, Kennzeichen. Können wir nicht schwarz machen. Sieht ganz geil aus, so. Komm, wir machen ein schwarzes Kennzeichen. Felgen. Oh mein Gott, wir können einfach die Autofelgen dran montieren. Nein, ja doch können wir. Wie geil ist das denn? Gut, auf der anderen Seite sieht es halt kacke aus. Weil es halt Autofelgen sind, die passen da nicht drauf. Aber sonst Motorrad. Oh mein Gott, wir können ja... Die sehen ja übelst klein aus, wenn wir die dran bauen. Guck mal. Guck mal, wie klein die aussehen, wenn wir die dran klatschen würden. Ist ja richtig lässig. Schau mal, so fett und dann so... Sieht aus wie von so einem kleinen Spielzeugmotorrad irgendwie. Aber wäre schon irgendwie nice, ne? Wäre schon nice irgendwie. Hätte das was. Soll ich das machen? Das sieht aber irgendwie kacke aus dann, ne? Ja, sieht dann irgendwie kacke aus. Ne, mache ich lieber nicht. Das machen wir dann lieber nicht. Motorblock, Scheibentönung. Ah ja, Scheibentönung haben wir ja vorne gemacht, dass es schwarz ist, ne? Ja, haben wir gemacht. Lackierung. Primär blau. Ah stimmt, wir können ja zwei Farbigen machen. Grün. Monster Energy mäßig. Grün-Schwarz. So die Farbe. Oder soll man so einen Käse mobil machen? Und das hier einfach gelb. Weil das gelbe wäre doch geil. Warte, ich nehme mal dieses gelb hier. Und mache mal per Lack auch nochmal so ein grün. Ich glaube, das könnte ganz lässig aussehen. Oder auch nicht. Oder blau. Oder gold, ne. Hm. Lila oder pink? Alter, stell dir mal pink vor. Aber lila wäre doch geil. Ja, ja. Lila würde ich feiern. Aber es wäre halt... Wir haben nur pink. Haben wir irgendwo lila? Müsst du in der Blau sein, ne. Oder müssen wir Lila selber mischen. Haben wir irgendwo lila? Pink? Rot? Ah, Violett hier unten. Wobei, würde ich feiern. Also die Lackierung würde ich feiern. So in dem, äh, Violett. Oder, Alter, das Matt sieht ja mal geil aus. Matt, tief, Violett. Ich würde, ich würde jetzt, no joke, dieses Violett würde ich feiern. Oder das hier. Wenn wir das machen, noch mit extra Farbe. Tiefviolett. Oder das hier. Mit extra. Das heißt, ich nehme mal hier dieses Tiefviolett. Und mache Perlack, Violett. Oh, ja, das sieht, das sieht ja... Ui. Sieht ja mal richtig gut aus. Oh, Alter. Oder was ist, wenn wir das mit Blau machen? So richtig krasses... Huch. Das ballert ja richtig. Ja, aber ich nehme, ich nehme Violett unten. So ein... Violett Metallic, Matt Violett. Ich nehme dieses Violett Metallic. Das sieht richtig nice aus. Und Sekundärfarbe können wir... Entweder weiß lassen. Ich würde, ich würde sogar weiß lassen irgendwie. Ich weiß nicht. Hat irgendwie was, oder? Oder soll ich das auch violett machen? Oder vielleicht andere Farb tun, Violett? Boah, Alter, wäre das hässlich in Orange oder sowas. Ne, also ich glaube, ich mache das auch violett. Ja, sieht glaube ich am besten aus. So. Schauen wir mal. Wie das von außen jetzt aussieht. Ich habe keine Ahnung. Boah, doch. Hat schon Stil. Hat schon Stil. Oh, da hat er seinen Anhänger liegen lassen. Wäre ich so was drin? Boah, wäre geil, wäre da was drin beim Anhänger. Kein Fahrzeug in der Nähe. Was ist mit dem Anhänger? Hofferraum verschlossen. Schade. Oh, da geht es auf ein Rollklo von der Pizzeria. Guck. Ob das Ding offen ist? Ne, schade. Aber schaut mal, ein Pizzeria-Rollklo-Lieferservice. Mit, mit Malossi, äh... Malossi Sport. Zylinder. Sehe ich das hier? Ne. Aber, ähm... Der hat auf jeden Fall... Das hat der hier nicht, der Roller. Der hat einen Sportluftfilter verbaut. Richtig geil. Aber Sportauspuff ist exakt derselbe. Der Polini Sportauspuff ist dran. Sieht sogar fast gleich aus. Ob der schneller ist, der Pizzeroller? Das würde mich mal voll interessieren, ob der schneller ist. Aber ich weiß es nicht. Würde mich interessieren. Ja, egal. Liefer-Service-Roller bleibt euch erst mal stehen. Ich schau mal, was ich für ein Skate kriegen könnte. Weil den 50er, ähm... Den 50er-Enduro-Dings gibt's ja nicht mehr, ne? Aber den hätte ich am liebsten mir geholt. Den, äh... Die Derby. Was würdet ihr davon halten, wenn wir einfach ein, ähm... Ein Auto uns kaufen und damit rumgerucken? Und einfach hoffen, uns erwischt damit keiner, weil es so unauffällig ist? Warte, der wär ja auch mal mega, ne? Der wär richtig mega. Der kostet ne 19.000? Das ist ja nichts. Oder sowas. Alter. Ja gut, damit fällst du halt auf. Irgendwas classy wär geil. Oder sowas. Oh shit. Klassik hab ich ja nie in der Abteilung, so wie ich durchguck. Oder was Offroad-Fähiges. Würde ich auch mal feiern. Für Karl-Heinz. Ich muss echt mal überlegen, was wir für Karl-Heinz uns holen. Boah, der wär ja immer mega. Aber leider so ein Standard-Auto. T6. Hm. Oder wir schauen mal gebrauchtwagen, was es da gerade im Angebot gibt. Das wär auch möglich. Ich muss uns mal gebrauchtwagen, bevor ich mir Daltos kaufe. Ich hätt mal Bock auf was Neues, das wir tunen können. Ein Quad wär auch mal nice, ja. Ich schau mal, was ich in der Garage so stehen hab. Und was wir... Ach stimmt, wir haben ja diesen, ähm... Diesen geilen, äh... C63 haben wir doch, ne. Schau mal, stell auf jetzt in die App rein. Das gibt, äh... Auf gelbe Seiten gibt's sicher was Gutes. Verkaufe Mitsubishi GTO Full. Äh... Verkaufe Full-Tune Toyota. Haben wir, glaub ich, schon. Verkauft sein Haus. Für 3,5 Millionen. Da kannst du lang warten. 7.500 für KTM-XC. 25.000 X5. Der wär vielleicht nicht schlecht. AMG, GTS, Full. Ja gut, die kosten alle zu viel, das kannst du vergessen. 50.000 für ein BMW. E46 Full. Alter, gebt ihr euch mal die Kiste da vorne. Was ist denn mit dem passiert, mit dem Ball? Guckt mal. Der ist voll getunt. Warte, kann man tunen? Oh mein Gott, den kann man tunen. Oh, den überlege ich mir, ne? Den kann man ja richtig... Den überlege ich mir, den kann man ja richtig geil tunen. Ah, voll nice. Jetzt wusste ich gar nicht, dass man den so tunen kann, den Wagen. Wenn er gerade gefahren ist. Oh, so ein Rari wär's halt auch. Aber was will der dafür? 40.000 nur. Volles Tuning. Warte mal, 40.000 für ein Ferrari mit vollem Tuning? Okay. Full-Tune Supra? Haben wir eine Supra? Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss mal meine Fahrzeugliste durchgucken, was ich alles habe. Boah, Alter, wie ich solche Fotos liebe. Man sieht einfach nichts. 10.000 für ein Evo 9 mit vollem Tuning. Ohne Unterboden. 10.000 nur. Das ist echt ein Schnäppchen. Ah, es gibt schon ein paar Schnäppchen hier. M5F10 für... Der wär halt auch geil, ne? Ein M5F10. M4 für 110.000 auch. Was ist das denn? Was? Wenn ihr sie kennt, bitte melden. Was? Hä? Was? Wenn ihr sie kennt, bitte melden. Das ist keine sie, oder? Okay. Guten Abend. Wir suchen unseren Enkel Ben Black. Dafür ist das eigentlich nicht da, aber... Okay. Dafür ist das eigentlich nicht gedacht, die eBay Kleinanzeigen. Genauso wenig wie das hier, was passiert da. Das ist auch nicht für die eBay Kleinanzeigen gedacht. Ich überlege gerade echt. Also, der Benzer, der da gerade gefahren ist, der war mega geil, ne? Oh, Alter, stimmt. Den kannst du ja so tunen, den Wagen. Den E-36. 13.000. Hier vorhin, der hier. Ich muss mal überlegen, was ich mir hole. Ich schaue schnell in meine Garage, was da alles drin steht. Weil ich habe keinen Bock mehr auf Roller fahren, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu langsam. Vor allem, ich will ja was Kriminelles heute angehen. Ich möchte ja nicht den ganzen Tag Roller fahren. Ich möchte ja irgendwas heute auch noch angehen. Und dafür ist der Roller ein bisschen... Was ist das? Oh, du hast den Kopf vorne. Ja, super. Schauen wir mal, was wir haben. MK3, R32, RS5U-Bus. Der ist nicht in der Garage, mein Jesus-Mobil. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob mein... Ah, stimmt, ich fahre schon rüber. Ich, 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 wisst ja was. Ich parke mal das Ding aus, was nicht in der Garage ist. Das ist, glaube ich, mal das Scheideste, was ich machen kann. Mach mal das mal so. Ich hier noch irgendwas, äh, zack. Lion High, du könntest so, äh, ein Mini-Auto holen und sagen, das ist ein Moped-Auto. Meinst du, so ein, so ein Smart? Also, wir hätten, ich hätte nur so ein Smart oder, weißt du, was gehen würde? Ich könnte theoretisch ein, ähm, ein Golf-Card könnte ich holen. Theoretisch ein Golf-Card wäre möglich, aber... Oder sonst? Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehen würde. Golf-Card? Legal zum Fahren? Nee, aber ich scheiß drauf, ganz ehrlich, ich hol jetzt ein Auto. Vor allem, ich würde mal gerne ein neues Auto mir holen. Hätte ich mal Bock drauf als Karl-Heinz. Irgendwas, was die Polizei noch nicht kennt, wo man voll die Scheiben verdunkeln kann. Ist das, was ich meine? Dann können wir damit richtig, ähm... Undercover unsere Sachen machen. Weil die Cops kennen schon fast alle Karl-Heinz-Autos. Uff, was ist denn da passiert? Ups. Was ist denn da passiert? Sag ich mal, ich muss mal ein Auto, bitte. Ja, komm, wir fahren mal hier hin und schauen, ob da was abgeschleppt ist. Und dann, wenn nicht fahren wir... Och, du Kacke, ich wäre fast hingefallen jetzt. Also, wenn es hier nichts gibt, dann fahren wir drüber zum Dingsen. Genau, zum Dingsbums fahren wir dann. Zum Dingsbums. Zum anderen Abschlepper. Schauen wir mal. Aber vielleicht, wenn ich ein neues Auto kaufe, dann nicht gebraucht. Also, gebraucht gibt es gerade nichts Gescheites. Wenn dann beim Gebrauchtwagenhändler... Irgendwas Geiles. Also, zum Beispiel der Mercedes hat mich übrigens angesprochen. Der in Gold, der da vorhin an mir vorbeigefahren ist. Ist das was richtig Unauffälliges? Das finde ich halt nice. M2 schreiben ganz viele. M2 und Quad... Alter, M2 wäre auch nice für Karl-Heinz. Habt ihr recht? M2 wäre mega. Was sagt der Chat? Was habt ihr noch für Sachen, die wir uns holen könnten? Maybach in Pink ist zu teuer. Maybach ist zu teuer. Also, viele schreiben mal was fürs Gelände holen, ne? Viele schreiben mal was fürs Gelände holen. Oh, der Marshal-Einz-Met. Ja, M2 ist nice, schreibt einer. M3, M4, P... Ach komm, P1 kann ich mir nicht leisten. Ich hab nicht so viel Kohle. Das muss auch schon realistisch sein, Leute. M2, ein AMG. Ja, was für ein AMG? Wir haben viele AMGs. Golf 6. Ferrari für 40.000. Ich weiß nur, dass der Ferrari für 40.000 nicht so gut fährt, glaube ich. Und der M5 würde ich auch fühlen. F90, M5. Wäre geil. Das ist halt dieses Polizeiauto, was die Cops immer fahren. Damit könnten wir... Ja, wir machen so ein... Leute, was sagt ihr dazu, wenn wir so ein Fake-Polizeiauto machen würden? Entweder wir holen uns so ein Ford Crown Victoria. Oder wir holen uns so ein... Okay. Wir holen uns so ein... So ein Charger könnten wir uns noch holen. Oder so den M5 F90. Limousine halt. Und dann richten wir dann so ein bisschen her, wie die Undercover-Cops immer herrichten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja doch im Moment eine geile Idee. Oder eine G-Klasse, aber die überschlägt sich leider schnell. Ja, gut. Aber würde ich auch hart fühlen, M5. Da müssen wir mal gucken. Würde ich... Würde ich alles irgendwie so fühlen. Weil, ich glaube, so wären wir am wenigsten aufgehalten, wenn wir so ein... So ein Fake-Polizeiauto fahren würden. Also sowas, was so aussieht wie ein Cop-Auto. So ein Charger, so ein Ford Crown Vic oder halt der M5 F90. Wenn wir da... Das Geile ist am M5, da können wir die Scheiben komplett verdunkeln, glaube ich. Also dann kannst du auch gar nicht reingucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ui, Memo, guck mal hier. Smoke on the water, ist da was drin? Nee, verschlossen, natürlich, war so klar. Tschüss, Mama, was haben wir denn hier? Ach, den hab ich ja geschenkt bekommen, ne? Warum wurden der abgeschleppt? Hab ich doch eingeparkt. Ja, super, gut, dann fangen wir mit dem da runter. Oh, ich brauch ein Skateboard, muss ich mir wieder kaufen. Ich hab kein Skateboard mehr. Boah, der Wagen geht aber eh ab. Aber Handling ist halt kacke. Okay, dann müssen wir schon ein Skateboard holen. Dann parken wir die Kiste auch gleich drüben ein und den C63 oder was wir da haben. Oder S63, den holen wir gleich zurück. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angehalten mit der Kiste. Da wird jetzt echt kacke. Ist das ein Pop? Jetzt sind alles zu grün. Skateboard kaufen. Ja, endlich. Ich, die Polizisten holen sich ein echtes Skateboard aus dem Skatershop. Ja. Florian, Adam, danke für den Euro auch. Wunderfälliges Auto kaufen und auffällig tunen fühle ich. Ja, würde ich auch geil finden. Gott sei Dank ist keiner beim Auto raus gerade. So, gut. Skateboard und dann holen wir den anderen Wagen nochmal zurück. So, machen wir das schnell. Cedric, viel Spaß beim Stream und liebe Grüße aus Sachsen. Dankeschön. Urufood131, danke auch fürs VIP-Werden. Und Cedric nochmal, hey, viel Spaß beim Stream und liebe Grüße aus Sachsen. Der hat einfach zweimal raus. Dankeschön. Der Flottenadmiral ist auch wieder am Schlüssel. Dankeschön an den Flottenadmiral. Moin, bin auch wieder am Start. Und danke fürs VIP-Werden. Hauter, hast du jetzt gerade frisch VIP rausgeholt? Vielen Dank. Heiße Teig waren, weil sie mal Teig waren. Oh ne, so ein Epic-Wolf-LP. Das zieht wieder ganz anders. Darf er auf RLU mit Controller spielen? Fragt Justin Gaiman. Natürlich darf man das. Darf er das? Ja, darf er. Manuel Rost, kannst du die Rasenmäher nicht modden? Das nächste Mal einfach High-Speed-Unit. Theoretisch könnte ich den so schnell modden, dass der 500 fährt. Aber die Frage ist, wollen wir das? Das ist halt jetzt die Frage aller Fragen. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Was ist mit dem Security, mit der Maschinenpistole? Ja, die konnten das jetzt im Endeffekt nicht wirklich eins zu eins nachweisen. Es gab ja keine handfesten Beweise, dass das die ausgepackt hat. Und keiner, was da passiert ist. Ich weiß bis heute nicht, ob er die mit Absicht rausgeholt hat oder nicht. Keine Ahnung. US Army, 81, danke für SIP-Werden. Sven Schäfer, danke auch für den Euro. Nochmal Cedric, haut raus wie ein Darm. Wie ein Darm. Und da hat auch noch wer raus. Jochen, der Rochen. Nochmal mit Zini. Er hat Zins-Benz G-Klasse mit dem Kennzeichen Dario. Das wär's. Ne, Habub. Mit dem Kennzeichen Habub und dann Gold machen. Die G-Klasse. Ein Kennzeichen einfach Habub. Würde ich hart fühlen, oder? Würde ich hart fühlen, das Karl-Heinz. Habub-Mobil. So, einmal do Eini. Es geht do Eini und do Hose, gell? Jo. Genau so ist es. Ist auch immer unser Auto. Ich schau mal, ob ich damit überhaupt Richtung Ding fahren kann. Ah, da ist ein... Jesus-Mobil. Alter, so ein geiles Auto. Einer meiner Lieblingsautos auf dem ganzen Server, muss ich sagen, mittlerweile. Aber man muss schon sagen, der Wagen ist echt geil. So ein geiles Kfz-Set, so rein damit. Und das, obwohl ich keinen Mercedes-Fan bin. Ich mag Mercedes überhaupt nicht. Aber der Benz hat es mir schon angetan. Ist ein geiles Auto. Aber der muss halt genauso aussehen mit solchen fetten Felgen und mit so einer Lackierung. Entweder mattschwarz oder schwarz muss er sein. Dann sieht er echt nice aus, der Wagen. Vor allem die Rückleuchten gefallen mir so. Die Rückleuchten, weil die sich so richtig stretchen nach außen. Sieht richtig mega aus. Hat aber auch irgendwie was für ein VW, ne? Irgendwas. Wie so ein alter Passat irgendwie. Warte, ja jetzt. Kommt's erst. Sieht ein bisschen aus wie ein Passat von hinten. Wenn du ganz weit weg guckst. Die Augen so ein bisschen zusammenkneifen. Könnte ein Passat sein vom Weiten. Und ihr wisst, was ich meine. Also, Justin, Pistolen, Aim, Profi, 1-7, React, Opa, Bilibald. Ey, was ist das für ein langer Name? Ford Explorer wäre auch cool. Aber ich glaube, wir haben keinen zum Verkauf. Aber Ford Explorer wäre nice, wenn man den privat kaufen könnte. Aber haben wir, glaube ich, kein Modell, was zu mir ist. Ist das eine Scheiße, wenn ich damit am Hauptplatz fahre? Ich glaube nicht, ne? Ist sicher eine richtig mega tolle Idee. Vielleicht schieße ich wieder einen Chief oder so. Oder einen Commissioner. War das ein Cop? Oh, bitte sag nicht, das war ein Cop. Bitte sag nicht, dass das ein Cop war gerade. Die fahren ja so eine... Man, nee, ist ein Ferrari. Oh Gott sei Dank, ne? Ach Gott sei Dank, Mann. Ich dachte gerade, das wäre... Ich dachte gerade, das wäre eine Corvette mit dem Cop drin, ey. Ich habe mich kurz eingestuhlt. Okay, ich habe alle Sachen wieder. Also, wir haben... Ein Mk3, R32, RS5, Uru... Wir haben unser Dixi-Clo-Urus, stimmt. Hallo Karl-Heinz. Hallo. Äh, wisst ihr was? Ich hole meinen, ähm... Guck mal mit meinem Mofa raus. Mit meinem Fake-Mofa. Damit fahren wir jetzt erstmal rum, dann sind wir ein bisschen schneller als mit dem Roller. Mofa 50 Kubik. Das beste Kennzeichen. So, und jetzt gehen wir nochmal zum Gebrauchtwagenhändler und gucken nochmal, was es da gibt. Das ist einfach beste, beste Motorrad ever, Alter. Mofa 50 Kubik. Hat aber 900, ne? Schau mal hier, der Benzer. Ist ja richtig nice. Was ist denn das für einer? 560 SEL. Guten Abend. Hallo. So, jetzt schauen wir mal, Leute, was wir uns holen. Also, ähm... Wir müssen mal gucken unter Limousine. Dann müsste eigentlich dieser... Was ist denn? Oh, der Typ da drin sitzt, ne? Na, auf 3.0 gefixt. Beste. Oh, Alter. CLA wäre halt auch nice. Schau mal. Ich habe überlegt, vielleicht so einen Ford Crown Victoria zu holen. Den voll aufzutunen. Oder so einen Dodge Charger haben wir nicht. Für 25.000. Ist halt so ein Fake-Polizei-Auto. Kannst du daraus machen. Bei so einem Benzer E420. Ich glaube, da kannst du auch komplett die Scheiben lackieren. Das ist halt nämlich wichtig, dass wir die Scheiben getönt bekommen. Genau, hier ist der M5 F10. Ähm... Wobei, das ist auch gar nicht den Wagen, den die Cops fahren, oder? Ne, das ist ja gar nicht der. Cops fahren ja den F90. Wahnsinn, den gibt es ja hier gar nicht. Den müsste ich im Autohaus kaufen. Ach, scheiß. Habe ich gar nicht dran gedacht. F90 gibt es nur im Autohaus. Das ist kacke. Audi S8. Der fährt sich halt kacki. Den werden wir nicht holen. Gepanzerter S600. Würde ich irgendwie auch fühlen. Hätte was. Mit fetten Felgen dran. Aber das wäre der Wagen. Der übelst günstige ist, den man tunen kann. Sollen wir uns den holen? Für einen guten Preis. Ich meine, der kostet 9.000, aber das ist nichts. Das ist gar nichts, wenn man den holen. Das ist nichts weg. Ich überlege aber trotzdem den F10 M5 hier zu holen. Der ist echt nice. An sich. Hm. Aber kostet 50.000. Oder den hier als Taxi machen. Ein Käsetaxi. Oder Muscle Car. Wobei Muscle Car haut es mir mal irgendwo die Scheiben runter. So fahre ich irgendwie ins nächste Gemüsebeet rein. Das weiß ich jetzt schon. Der wäre halt auch geil. So ein kleiner Mustang, so ein alter. So ein Schweiber. Hm. Das ist halt schwer zu sagen, ne? Schwer zu sagen. Kombi? Das für ein Kombi? Nee. Ich weiß nicht. Irgendwas, was die Cops nicht merken. Wo ich die Scheiben komplett tönen kann. Ist halt die Frage, ne? Kann ich da die Scheiben komplett tönen? Das ist immer die Frage. Ich kann ein Auto kaufen, dann kann ich es testen, ob ich die Scheiben tönen kann. Ja, nein, vielleicht. Den haben wir schon. OP vielleicht. Den haben wir ja auch schon. Jawohl. Was? Der kostet 30.000. Na gut, das ist aber hässlich. Was macht denn die Corvette? Die müsste unter Muscle Car eigentlich sein, ne? Die Corvette. Ich frage mich nur, ob die gut fährt, ne? Corvette wäre auch mal was nice. Das wäre keiner. Ist dir schon mal aufgefallen, dass keiner eine Corvette fährt auf dem Server? Ich habe noch keinen gesehen damit. Die müsste aber eigentlich unter Muscle Car rein. Da ist M2. Wollten viele. Kostet aber 50.000, ne? Ich frage mich, wie schon hier die Corvette fährt. Ich bin noch nie gefahren auf dem Server. Ich bin hier noch nicht einmal gefahren, die Corvette. Das würde mich echt mal interessieren, was die fährt. Da würde ich unten zum Muscle Car gehen. Haben wir da nicht auch noch eine Corvette drin? Ne, da haben wir eine Viper haben wir noch drin. Oh, ich würde da so hart interessieren, was die fährt, ne? Was kostet denn die Corvette? 35.000. Ich überlege, ob ich die kaufen soll und einfach mal Probe fahre. Ich weiß nicht, wie schnell die fährt. Ja, die Viper haben wir hier. Also entweder eine Viper wäre auch mal geil zum Probefahren. Die bin ich auch noch nie ausgefahren, eine Viper. Und sonst, ja, die Musine würde ich mir halt sonst gerne mal hier diesen alten Benz holen oder den M5. Ja, die lieben wir halt auch nice. Wobei, ich glaube, die fährt sich kacki. Ne, die fährt sich kacki. Die, äh, die war nicht... Ich meine, die ist günstig, aber die fährt sich sicher kacki. War ich die lieber nicht. Aber ich überlege gerade Corvette. Ganz viele schreiben M2. Aber es fährt halt niemand Corvette. M2 fahren so viele. Oder was halt auch geil wäre halt, weil viele geschrieben haben hier auch eine Dodge Viper. Wäre auch mal geil zu probieren, zum Fahren, ne? Kostet aber 60.000, ist übelst teuer. Warum kostet die 60k? Mach Umfrage. Ich bin mir unsicher bei der Umfrage gerade. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich sein darf, ich will irgendwie die Corvette testen. Weißt du was? Sollen wir mal die Corvette Probe fahren? Ich fahr sie mal Probe. Wenn sie scheiße ist, verkaufe ich sie. Sie kostet 35.000, aber auch nicht viel Verlust. Wir kaufen die für 35k. Fahren die jetzt mal Probe. Oh nee, ich hab sie in Kiese-Mobil bekommen. Perfekt. Und wenn sie kacke fährt, dann geht sie direkt wieder zurück. Mach mal so, okay? Da ist eh kein Kopf da vorne. Ich hör mal, wobei die fährt. Aber bis jetzt fährt sie sich richtig kacke. Boah, die fährt sich scheiße. Okay, es gibt einen Grund, warum keiner eine Corvette haben möchte. Die fährt sich ja mal richtig beschissen. Und langsam ist sie auch noch. Oh nee, das fährt sich echt wie... Es fährt sich echt wie so eine Scheibe Käse fertig, das Ding. Also die Lackierung passt dazu. Direkt verkaufen, Alter. Nee, direkt verkaufen. 15.000 Minus gemacht. Was haben wir jetzt bezahlt? 30.000? Ich weiß gar nicht, ob ich dafür bezahlt habe. 35.000 oder 30.000 hab ich für die Kiste gerade bezahlt. Das ist halt echt... Bist du Dämmert. Okay, es macht auf jeden Fall Sinn, dass keiner dieses Fahrzeug auf dem Server fahren möchte. Es macht einfach Sinn. Jetzt weiß ich, warum Andel auf 3.0 die Handings alle neu macht. Genau wegen solchen Autos. Uh, da fährt sich das scheiße. Die fährt 180, dann ist Ende. Aber die Viper würde ich noch gerne. Aber die Viper ist halt vom... Vom Dings her problematisch. Vom Preis. Da mach ich 30.000 Minus, sobald ich sie verkaufe. Naja, immerhin weiß ich jetzt, dass ich dieses Fahrzeug nicht mehr fahren werde. Und nicht mehr kaufen werde. Das ist ja wirklich Humbug. Damit rumzugucken, ist ja wirklich... Komplett Humbug. Man hat sieben Blinker, ja. Immerhin etwas. So wird direkt verkauft, das Ding. Direkt verscherbeln. 15.000... Ey, das kaufen wir auch keinen ab, das Ding. Das wäre hier niemals los. Wenn der die Probe fährt, war es das. Oh, 17.500 kriege ich zurück. Gut. Klasse Ding. Kriegst du ja niemals verkauft. So, ich gehe nochmal zurück. Also, das war ein Griff ins Klo. Aber ein richtig fälles Griff ins Klo. Die Viper wäre halt noch geil zum probieren. Oder der Mustang. Der kleine hier. Wobei ich glaube, der wird sicher Drift anfällig sein. Oder ein Firebird. Viper ist halt sicher auch hecklastig, ne. Oder das Ding hier. Chevrolet Z28 für 10.000 nur. Ey, das Ding kannst du halt richtig heftig tunen, ne. Das ist halt so eine richtige Tuning-Schüssel. Ich glaube, den hier kannst du gar nicht tunen. Hm. Ich hätte halt mal gern was, was die anderen nicht fahren. Um das geht es mir gerade. Irgendwas, was nicht jeder fährt. Aber es gibt auch einen Grund, warum die Leute diese Sachen nicht fahren, ne. Und M2 ist mir fast wieder zu teuer. Gucken wir. M2 30... Äh... 50.000. Vielleicht hier unter... Dunst du da kompakt? Ne. Ich würde irgendwas gern muscle, Kami. 60.000 für die Viper halt, ne. Ach, das wäre so teuer. 60.000 für eine Viper. Und keiner fährt sie. Die Viper kostet 60.000, da mache ich sehr viel Verlust. Aber ich... Ich könnte auch einfach... Ich könnte es auch einfach kaufen und probieren. Oder ich kaufe mir... Ähm... Mir sowas. Eine Chevrolet Z28. Hm. Schönes altes muscle car. Wisst ihr was? Ich... Ich... Ich probiere so. Ich... Ich teste selber aus. Oh, Alter. Oh, Alter. Die zieht. Die zieht auf jeden Fall Handling auch besser. Oh, ja. Das fährt sich sowas von viel besser. Ja. Das Ding fährt sich auf jeden Fall sportlicher. Oh, nee. Bitte nicht. Oh, Alter. Ich dachte gerade, ein Koppis hinter mir. Wilder Sound, ja. Fährt sich auch gut. Oh, Polizei da vorne. Fährt sich auch nice, muss ich sagen. Ich überlege, ob ich die behalten soll. Die fährt sich richtig gut an sich. Also so Drift-mäßig halt. Aber schlecht fährt sie sich nicht. Ich fahr mal in die Tür gerade. Schau mal, was man dann machen kann. Ah, ich fahr lieber mal zu der hier runter. Wichtig ist nur, dass wir die Scheiben komplett tönen können. Das ist das Wichtigste. Wenn wir das nicht können, dann kann ich es gleich wieder verkaufen gehen. Dann ist es Karl-Heinz ungeeignet. Weil, sobald da der kleine Karl-Heinz drin sitzt, werde ich angehalten. Dann war es das. Na, schauen wir mal. Hoffen wir, dass wir das Glück haben. Aber geil ist die Vibe. Also, soundtechnisch heftig. Handling ist okay. Okay, Geschwindigkeit. Ja, könnte schneller sein. Aber es ist ein geiles Auto an sich. Schauen wir mal, ob wir das Ding tunen können. Also optisch meine ich jetzt. Wenn du optisches Tuning dran machen kannst, dann ist das natürlich mega geil. Schauen wir mal erstmal hier. Die Scheibentönung ist halt wichtig, ne? Oh nein. Scheide. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Guck mal. Ja, der hinten bringt es für nichts, Alter. Guck dir das an. Hinten macht er voll. Und vorne nichts. Ja, dann kann ich die Dinge eigentlich verkaufen. Außer, ich kann geiles Tuning machen. Dann behalte ich sie vielleicht. Ja, toll. Man kann den Auspuff seitlich machen. Wow. Das Logo kannst du abmontieren. Wow. Wow. Okay, ja gut, das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber das war's. Spoiler. Okay, das ist, das ist geil. Das muss ich sagen, ist wiederum geil. Hier, die Spoiler. Also das ist. Aber es ist halt, es ist halt kacke. Ich kann die Scheibentönung nicht machen. Dafür bin ich jetzt 60.000 Dollar bezahlt. Warte, trotzdem. Ne. Also das Problem ist halt, wenn ich so fahre. Ich werde angehalten. Die sehen, es ist Karl-Heinz drin. Das geht's gerade. Wobei, ich könnte es probieren zu tunen und dann auf Ebay Kernanzeigen reinstehen. Und hoffen, dass das irgendwer kauft für besseres Geld. Als was ich bezahlt habe. Weil Tuning kostet sicher, glaube ich, gar nicht so viel. Und ich werde angerufen. Mach mal volles Tuning. Vielleicht behalte ich sie einfach so just for fun. Ich überlege nur seitlich Auspuff. Oder hinten. Seitlich ist halt schon geil, ne. Ich habe eine Idee, was ich draus mache. Ich mache mal hier das Motor aus. Sieht ja nicht schlecht aus, ne. Sieht ja. Ich mache die blau. Mit, ähm. Diesem Brace-Streifen halt, ne. Also Sekundär, Weiß. So. Und Perlack noch Weiß. Oder Blau. Ja. Ja. So in etwa. Das ist barscht. Ich kann mal hier noch irgendwas machen. Sticker, Tachometer, Tank. Äh, ne. Ja, es sieht halt gut aus, ne. Ich bin gespannt, wie das Ding fährt, wenn es jetzt voll getunt ist. Und wenn es mir irgendwann nicht mal gefällt, kann ich ja jederzeit verkaufen für einen guten Preis. Was ist mit der Felgenfarbe passiert, Alter? Schwarz, bitte. Sport. Also Chrom. Ich finde sogar die Standardfelgen sehr geil drauf, ne. Die würde ich sogar fast lassen. Das hat was. Wobei, ein BBS-Felgen auf dem Ding. Ach, wäre auch mega geil. Ui, ui, ui. Alter, okay. Das sieht schon irgendwie nice aus, wenn ich das hier so ansehe. Es fährt halt keiner ne Viper auf den Server. Hab ich noch nie gesehen, dass das... Ich glaub, einmal ist mir wer entgegengekommen und ich fand das halt geil aus. Aber ich wusste halt nie, wie das Handling davon ist. Und jetzt mit Endgeschwindigkeit würde es mich halt interessieren, wenn ich damit mal auf der Straße fahr. Boah, Alter, die Felgen sehen ja immer Hammer aus. Weil da dieses Blau drin ist. Gut, es sind halt Nismo-Felgen. Passen eigentlich überhaupt nicht auf das Ding drauf. Aber es sieht halt mega aus. Wobei, hier gibt es noch solche. Ne, die sehen nicht so geil aus. Gibt es so ähnliche vielleicht? Das wäre halt auch nice. Schauen wir mal, auch so mit blauen Akzenten. Puh, da gibt es echt gute Felgenauswahl für das Ding. Da sehen es richtig... Also viele Felgen sehen da einfach richtig aus auf dem Teil. Gibt ja sehr selten Autos, wo man sagt, dass die Felgen überall drauf passen. Aber hier passen fast alle Felgen. Ja, das kannst du irgendwie alles drauf fahren auf dem Teil hier. Sieht alles mega aus. Hoffentlich ist das... Ist das der Korb von vorhin? Bitte nicht. Machen wir jetzt keinen Platz. Ne, bin weg. Ist kein Kopfsicher, oder? Ich hoffe es mal. Oh, Alter! Die Breite! Alter, wie breit das ist! Sheesh! Ist das breit! Okay, das ist das krass. Ne, ich glaube ich nehme da Tuning-Felgen irgendwas. Das wäre halt auch krank, wenn du mit sowas rumguckst. Alter! Nee, ich gehe unter Sport und hole mir hier irgendwas Nices, was gut aussieht einfach. Ne, schauen wir durch. Nochmal. Irgendwas... Also ich finde sogar, dass hier den Groben ganz gut drauf passt auf der Viper. Da passt sehr viel und ich finde das Groben passt hier gut. Also irgendwas Grobenmäßiges. Mal schauen. Das hier wäre auch nice. Ich bin gespannt, wie das aussieht, sobald ich hier rausfahre. Bin sehr gespannt, wie das aussieht. Weil draußen sieht die Farbe immer besser aus, als wenn du da drin bist. Boah, das ist schwer, Alter Bruder. Ich bin echt am überlegen, was ich nehme. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Super. Wobei ich finde sogar, dass die hier ganz gut aussehen auf einer Viper. Sehr dezent halt. Aber sehr sportlich. Hat was. Oder das hier. Diese Felgen. Man, Alter, ich weiß nicht, was ich draufballern soll. Oder BBS-Felgen. Ich weiß halt echt nicht, was ich drauffahren soll. Ey, das macht mich so fertig. Leute, ich kann mir hier scheinbar, was ich drauf tun soll. Weil so viele Felgen gut aussehen. Aber irgendwas aus der Tuning-Abteilung will ich draufhaben. Irgendwas aus dieser Abteilung muss auf jeden Fall drauf auf die Kiste. Oder ich lasse die Standard-Felgen. Aber ich bin mir unsicher, ob ich die drauflassen möchte. Nee, nee, nee. Da kommen schon Tuning-Felgen drauf. Nee. Standard sieht nicht so gut aus. Boah, die BBS. Ich weiß nicht, Leute. Man, warum ist das so schwer? Oder das hier? Nee. Die werden so schnell dreckig. Sind jetzt schon dreckig. Chat schreibt BBS. Ich überlege nämlich auch solche zu fahren. Mit diesen Nieten. Irgendwelche geniederten Felgen. Ich fahre mal sowas. So sehr motorsportlich. Die sehen halt, also ich finde, die sehen halt auch nice aus. Die hier. Die sehen halt echt gut aus auf dem Wagen. Aber alle schreiben hier BBS rein. Oder die hier. Die feiere ich auch mega, Alter. Sie sehen richtig Hammer aus. Sie sind halt mehr Tiefbett-mäßig. Die BBS stehen zu weit nach außen, finde ich. Also die hier. Schau dir mal die an. Hier mit diesen blauen Akzenten, die ML-Felgen. Oder diese. Wo sind sie denn? Oder die hier. Boah, das sieht halt mega aus. Nee, ich glaube, ich nehme die. Äh, jetzt. No joke. Ich glaube. Entweder ich nehme die hier oder die hier. Wobei, ich hau die drauf. MS1. Sieht schon noch besser aus. Schau euch das mal an, wenn ich jetzt nicht die BBS draufballer. Die sehen zwar auch gut aus. Aber die sind halt bei weit nicht so breit. Gebt euch das mal, wie breit die reingehen. Ist halt geil, ne? Ich probiere die mal. Boah, Alter. Das ist halt mein Auto. Sheesh. Ja, doch. War die richtige Wahl, finde ich. Die sind richtig gut aus, oder? Alter. Oh, die Rückleuchten. Guck mal. Das Bremslicht. Boah, Alter. Okay, der fährt. Der Wagen fährt an sich, wenn es. Ich habe fast wieder mitgenommen. Alter, aber ey. Eins muss man sagen, optisch ist das Ding mega, oder? Also optisch eine 1A-Plus-Note. Ich muss den nur mal ausfahren und schauen, wie schnell wie fährt. Ich sage jetzt nicht, dass das ein POP hinter mir ist. Scheiße, das ist ein POP hinter mir. Ich habe nicht getankt. Und dann gib mal Gas, Karl-Heinz, ohne Tank, Alter. Puh. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding ist. Natürlich wieder Zivikop hinter mir. Der hat 2,10. Jetzt weiß ich, warum das keiner fährt, das Teil. 2,16, 2,17, 2,23. Dann war es das schon wieder, ne? 2,40. Ja, kannst du vergessen, das Teil. Guck mal, Endgeschwindigkeit. 2,40. Und es geht runter auf 2,30. Wie willst du damit flüchten, ey? 2,35, ey. Und so ein Spoiler hinten drauf. Ja, super. Da kann ich nicht viel machen, ne? Da muss ich mit viel Glück, muss ich jetzt hier irgendwie wegkommen. So, scheiße, ey. Hätte ich denn den 5 gekauft, komme ich weg mit dem Ding. Ich ziehe ja gleich eine Highspeed dazu. Oh, ne. Ach, scheiße. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich hab so ne richtig gute Idee, Leute. Okay, das ist doch kein ne Idee. Ich hab so ne Idee, ich hab so ne Idee, ich hab so ne Idee, ich hab so ne Idee. Ich dachte, das war vielleicht verbar. Oh ne, der Tank ist gleich leer, oh scheiße, der scheiß Tank ist gleich leer, was mache ich denn jetzt? Beschleunigung ist halt heftig von dem Ding, aber Endgeschwindigkeit kannst du knicken, ey, Beschleunigung geht der Wagen halt richtig ab. Aber ich glaube, das war es gleich für mich. Hätte ich nur noch voll getankt davor, ey. Oh ne, ich will nicht, ich darfst. Oh, warum mache ich das? Ich habe doch eine Idee, Alter, ich wüsste ja, wo ich hinfahren kann, aber jetzt ist es zu spät dafür. Perfekt, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist der Tank gleich leer. Aber ich habe eine Idee, wenn ich ein bisschen Glück habe, dann kann ich hier irgendwo rein. Ob ich so ein bisschen Glück habe. Leider kein Glück. Kein Glück, kein Glück, kein Glück, kein Glück. Oh scheiße, sie tasern. Sie tasern, nein, 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 du nicht. Karl-Heinz, bleib stehen. Bleib stehen. Ich stehe schon. Hallo, ich bin Busch. Karl-Heinz, wollen wir verstecken spielen? Ja, verstecken spielen. Ich will nicht verstecken. Ja, doch, schon irgendwie. Karl-Heinz, komm mal hier mit drauf. Und renn nicht weg, sonst müssen wir dich tasern. Ich will nur verstecken spielen. Das ist wieder, ja. Kommst du, Karl-Heinz? Guck, ich bin versteckt. Ihr müsst mich finden. Komm, Karl-Heinz, stell auf. Ja, aber ich will nur verstecken spielen mit euch. Kann man jetzt nicht so machen, Karl-Heinz. Ja, aber du musst sie umdrehen und ich verstecke mich wo und ihr müsst mich finden. Nein. Weißt du, was du gerade gemacht hast, Karl-Heinz? Nö. Du bist vor der Polizei weggefahren. Ja, aber du weißt... Und bist ein Auto gefahren. Ja, ich hab mir den kurz angeguckt, ob der gut ist. Und der fährt sich richtig kacki. Ja, aber du darfst trotzdem noch immer kein Auto fahren. Und vor allem nicht vor der Polizei flüchten. Ja, aber nur getestet. Einfach nur geguckt, ob der gut ist, der Wagen. So ein Auto-Test-Magazin. Du brauchst trotzdem noch kein Auto fahren. Ich will aber auch mal so ein Auto-Test-Magazin machen. Ja, komm mal mit drauf, Karl-Heinz. Au. Au. Ah, es ist rutschig. Ja, es ist so gut wie. Jetzt? Ja. Ups. Ist ein bisschen viel los jetzt wegen mir. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, Frage. Handschellen anlegen oder Kabelwinder? Kann ich noch ein Sandwich essen? Ja, Sandwich. Ja. Dann kam ich noch. So, Karl-Heinz. Ich muss trotz alledem jetzt mal nachher zu Hause fertig gehen. Ja, ich habe noch ein Sandwich. Ja, ich habe noch ein Sandwich. Ja, ich habe noch ein Sandwich. Und da will ich noch ein Red Bull. Warte mal, ein Red Bull braun noch. Da muss ich dir leider Karl-Heinz anlegen. Seit wann es da auf dem Kindertal. Noch ein Red Bull mag ich noch. Ich habe noch ein Sandwich. Er ist, Tiano, du kriegst ein Herzbotschen, wenn es das noch weiter trinkt. Ein noch. Dann bin ich... Das ist ein noch. Karl-Heinz. Oh, ein Sandwich. Er ist fertig. Wie viel isst du denn, Karl-Heinz? Ja, viel, weil ich habe nicht gegessen habe. So, wie viel? Als ich hat man in der Schule gelernt, wie als... So, bist du jetzt fertig? Ich bin fertig. Okay, gut. Ich lege da einmal Karl-Heinz an, Karl-Heinz. So. Und dann muss einmal... Kommst du mal bitte mit, ja? Oh, ja. Kommst du? Mhm. Warum machst du denn so sowas, Karl-Heinz? Ich wollte nur Probe fahren. Aber du darfst kein Auto fahren, Karl-Heinz. Ich wollte nur Probe fahren. So, warte, ich mache dir die Tür auf. Ich... So. Taxi nach vorn, gefällig. Sag jetzt nicht, es riecht nach Käse hier drin. Der Wagen ist brandneu. Der hat viel, das ist so. Dann schneide ich dich einmal an, Karl-Heinz. Da haben wir die Haare von dem Typen da schon aus wie Käse. So. Was? Soll ich mitfahren, oder? Wünschtboxer. Naja, passt. Ich fahre mit dem Mischro mit. Ich wollte das Auto nur ausfahren und testen. Und ich wusste halt nicht, wo ich das machen kann. Ich habe wieder auf der Autobahn gemacht und habe durchgedrückt. Dann war auf einmal der Sprit leer. Und dann haben wir den Salat. Mögen sie auch Salat? Ich mag Salat mit Gartensalat drin. Frisch aus dem Garten. Ne, ich mag keinen Salat mehr, seit ich so eine militante Veganerin im Internet gesehen habe. Ach so. Essen sie gern Fleisch, oder wie? Naja, ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ist dann mal ungesund, wenn sie noch Fleisch essen. 1615 Mission Rob. Leute, lasst mal einen Like-Up da. Der erste Like-Up für heute. Es hat mich dann gedauert, eine Stunde fühlt sich und ich wurde festgenommen, Leute. Haut mal auf den Like-Button, bis der Like ist das komplett gesprengt mit für Karl-Heinz, Leute. Drückt mir die Däumchen. Drückt Karl-Heinz mal die Däumchen. Der Ranz-Ratte-Fan. Vielen Dank fürs VIP-Werden. Das Stone-Band. Romm, wie geht's dir? Und Schandle-Heinz? Sehr gut, sehr gut. Wollen nicht besser sein. Das Samuel-Verkäufer. Ich gebe dir das Fuß und der alte Mustang gerade 10 von 10. Ja, der alte Mustang, das ist halt jetzt gewesen, aber das ist halt auch langsam. Leute, auf die 5000 Likes, wir pushen den Streamer hoch, ja, in die Trends, ab geht's. Like-Hype, Robert, Like-Hype. Der flogte Admiral Camaro oder so, ja, so viel dazu. Max-Mark-Kakao, kennst du dich noch? PS-Lieder-Süß, Max-Mark-Kakao? Sag mir was, was ist im letzten Film dabei? Wenn, dann muss er aber neu sein. Das ist meine Spende, das ist ein Zunskrallen, hab ich ja vorhin vorgelesen, ziemlich sicher sogar. Zunskrallen, hab ich vorgelesen. Matthias Runkowski, lass knacken, immer. Drmakma Toast, danke fürs SIP-Werden. Urufut, 131, wie wäre es mit einem Evo? Nein. Bitte guckt nach dem Explorer, wäre cool. Also, wenn, dann müssen wir auf 3.0 einraufschallern. Black Beauty raus, sag schon, für deine 240 M2, ja, war schöner gewesen, jetzt bei der Verfolgung. Da flogten wir halt an, für ein Euro, dann war zwei Euro. Wie wäre es mit einem Landrober oder Mustang? Naja. Unsere Entscheidung hat sich als schlecht bewertet, vor allem, ich hatte keinen Tank mehr, Alter. Ich hatte einfach die ganze, das ganze LPD gerade hinter mir. GTCD, YouTube. Moin, kennst du dich noch? Dich kennen wir noch, jawohl. Julian und Luceverein zu 7HW lang versuckt werden. Vielen Dank. Darf ich dir alles vorwiesen, ne? Darf ich alles vorwiesen? US Army 81 ist noch vip geworden. Sven Schieferdank von Euro. Vielen, vielen Dank. Hallo, kleiner Zwerg. Ich bin kein Zwerg, ich bin groß genug. Nicht für alles. Achtung. Ah doch, sind es krallig, ich habe es noch nicht vorgelesen. Wieso wird im Winter so wenig auf Baustellen gearbeitet? Bei Frost platzt doch die Bierflasche. Ich gucke die eh raus aus dem Auto. Wie alt bist du nochmal? 13. Du bist doch noch nicht alt genug zum Autofahren, ne? Das weißt du. Dementsprechend gehe ich auch davon aus. Ich bin gut gefahren, ich habe keinen Unfall gebaut. Wie alt sind sie? Hast du gut gemacht. Wie alt sind sie? Ich bin, äh, 42. Oh, bella. Nein, ich bin 20. Also, weil sie haben schon graue Haare. Bloß nicht frech, oder? Ne, aber sie haben graue Haare. Warum färbt man sich graue Haare? Was ist falsch mit ihnen? Oh, der ist sogar noch offen. Weißt du, ich hasse Kinder nicht. Ich weiss wieso. Du hasst Kinder? Warum? Nein, nein, ich hasse nicht Kinder. Ich habe Kinder. Achso, ich habe verstanden. Ich hasse Kinder. Nein, nein, nein. Ich mache da mal die Karpen runter. So. Da hast du bloß nicht in die Eier. Und, ähm. Ja, warum soll ich das machen? Ich schaue jetzt noch mal. Ich schaue ganz kurz in deine Tasche, was du das alles bei dir hast. Ja, ich habe ein Skateboard, Wasser, Kennzeichen, iPhone, Benzinkanister, Schokolade, Reddoss. Ich habe auch was zum, wenn ich ein Motorrad fahre, so ein Schutzding. Eine Cola, ein paar Chips, Kaffee. Ja. Und ich habe ein paar Patronen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja. Du solltest aber nicht im Motorrad fahren. Ich nehme da einmal deine SIM-Card aus deinem Handy raus. Ja. Ich fahre ja nicht im Motorrad. Ich fahre ja mit dem Roller. Mit dem darf ich fahren. Ich finde es lustig, dass sie alle graue Haare haben. Sie sind alle alt irgendwie. Das lässt sie älter wirken. Nein, das ist, also, du musst wissen, das ist ein seltener Gendefekt. Der Typ da, der ist eigentlich mein Bruder. Wir haben beide graue Haare, bloß er hat Bock auf eine andere Frisur. Sie sind Brüder? Ja, ja. Und er ist ein paar Jahre älter als ich und aus dem Grund sind seine Haare noch ein bisschen verweist. Kollege, ich bin 22. Sind sie die Griechi-Studios? Halt die Klappe. Sind sie die Griechi-Studios von YouTube? Nein, wir sind das Los Angeles Police Department. Ich dachte, ich dachte, die Griechi-Studios sind jetzt groß geworden. Ah. Okay. Ich frage noch ganz kurz mal, was ich gefunden habe. Kennen Sie Paluten? Natürlich. Ich habe so einen Mini-Paluten zu Hause. Haben Sie auch so einen Mini-Paluten? Ah, nee. Tatsächlich habe ich keinen Mini-Paluten. Sie sollten sich sowas holen. Wozu? Ja, zum Kuscheln. Ich habe auch meine Freundin und mein Kind. Dann schenken Sie Ihrem Kind einen Mini-Paluten. Das wäre vielleicht eine Idee. Cool. Jetzt habe ich einen Ohrwurm vom Lied. Welches Lied? Ich esse Fleisch. Ich esse Fleisch niemals Gemüse. Ich esse Fleisch. Ich esse Fleisch niemals Salat. Ich kratze vom Schnitzel die Panade. Dafür bin ich mir zu schade. Ich esse Fleisch nur noch Fleisch. Wie geht der zweite Part? Das ist der Sound auf der Spinde. Oh, ich dachte schon sie haben sich völlig umgebracht. Ups. Oh, nein, nein. Gucken Sie auch bei Paluten den Gucci-Simulator? Den Gucci-Simulator? Gucken Sie den auch? Bei uns in der Schule guckt das gerade jeder den Gucci-Simulator? Nein, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Kennen Sie nicht? Nein, ich kenne mich nicht. Müssen Sie mal gucken. Echt? Ist gut, sagst du? Und dann müssen Sie einen Mini-Paluten kaufen. Kennst du Mimi? Nö. Macht der immer Mimi-Mimi? Naja, was heißt Mimi-Mimi? Er macht Sachen mit Leuten, die lügen. Die sind für die Leute ganz schlimm. Er zerstört ihnen die Karriere. Ich bin Apo-Red-Fan. Sie sprechen mit der falschen Person. Apo-Red-Fan. Apo-Trocken am Start, Jungs. Der Allerechte. Ich habe die Hoffnung, über die ich gerade eben verloren kann. Okay, tut mir leid. Ich habe wirklich gehofft, sich mal auf die stille Treppe. Direkt für zwei Wochen, Digga, ne? So ein Ding ist das. Wie, zwei Wochen? Muss ich jetzt ja zwei Wochen sitzen, oder wie? Naja. Ich muss fragen, wo Frau Geldautomat ist. Weißt du was? Ich glaube, ich werde mal mit seiner Klassenleitung reden. Mit seiner Lehrerin muss ich mal reden. Sie müssen die Frau Geldautomat herholen. Die bringt mich da immer raus. Soll ich dich anrufen, ne? Ja, irgendwie muss ich da wieder raus. Ich bin ja nicht strafmündig. Ich ruf's immer an. Ja. Ich ruf's immer an. Wo hab ich's? Ha, schön. So, wenn ich jetzt Anwalt anfangen ist. Ihr könnt auch vielleicht den Herrn Patrick Swayze anrufen. Herr Patrick Swayze? Ja. Ja, hallo, Frau Jarvis, lange nicht gehört. Conor hier am Telefon. Alles flach oder wie? Ich habe gesagt, ich bin heute brav. So viel dazu. Grüße. Ich habe hier jemanden in den Zellen sitzen, der hat ihn in einen schönen Spitznamen verliehen. Soll ich diesen Spitznamen mal nennen? Oh, nee. Die wird so mad auf mich sein. Ah, jetzt weiß ich, was ist das? Das ist ein Taschengeld für Karl-Heinz. Dankeschön. Alter, Nina Dragon, danke für 399 Kuss. Vielen Dank, Nina. McLaren kann glatt, das zu werden. Die Kollegen hatten schon gesagt, prinzipiell gelten irgendwie dieselben Strafe, aber ich wollte es nochmal abgeklärt haben. Ja, stimmt gar nicht. Die haben gesagt, wenn ich nicht traf, wenn ich mir 13. Ja, alles, alles, alles da. So ein Blödsinn. Ist mal wieder mit dem Auto durch die Kante die Crews von uns abgehauen. Das hat er gemacht. Bis gleich. Tschüss. Was ist denn los, Karl-Heinz? Die Frau Geldautomat kommt. Bist du weinst du denn schon wieder? Ich meine, ich geh weg. Soll ich weggehen? Okay. Geh mal aus der Zelle raus, ich bin gleich wieder da. Du Beste. Nina Dragon, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Magda Lump, die Lieblings-Sportart von Ordnungsbeamten ist Parkuhr. Ach, du Kacke. Eine Band mit dem Namen Globuli gründen, Lieder von was, Placebo-Kabern und sich dann auflösen. Oh mein Gott. Tast, die Pistolen-A-Proof, also sie react, Opa Willibald, nochmal beste Name. Es gibt einen Explorer zum Kaufen, glaube ich. Nee, es gibt keinen Explorer. Sehr, sehr sicher sogar. Wir haben keinen Explorer zum Kaufen privat auf RLO. Gibt's nicht. Wollen wir aber auf 3.0 auf jeden Fall bringen. die Bitte gab es schon von ein paar Mitgliedern. Kadox, danke für deine Donation. Vielen Dank, Kadox. Jetzt kommt die Frau Geldautomat. Leute, auf die 4.000 Likes, die sind kurz davor. Bitte knacken wir sie, bevor YouTube den Like-Button wieder wegmacht. Die hatten doch mal diese, wie sagt man, die wollten, YouTube wollte doch mal komplett den Like- und Dislike-Button wegmachen. Wisst ihr das noch? Das ist ja voll bescheuert eigentlich. Wobei, auf Twitch geht's ja auch, ne? Bei Twitch gibt's ja auch kein Like und Dislike. Das ist eigentlich, ja, gut. Live-Streams, ja. Aber, ja, doch, stimmt eigentlich. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Doch, das stimmt eigentlich. Wäre gar nicht so, also so doof ist das gar nicht, wenn du den Like-Button wegmachen würdest. So doof ist das gar nicht. Oder? Ist das doof? Wobei bei YouTube, ich weiß auch damals, wo der Aufschrei groß war, als die fünf Sterne auf einmal weg waren. Da gab's dann nur noch Like-Dislike. Kennt ihr noch die Sterne auf YouTube? Da konntest du fünf Sterne vergeben. Du konntest sogar so einen halben Stern sogar, glaube ich, vergeben oder so war das. Oder nee, der halbe Stern hat angezeigt, äh, prozentuale Angabe, genau. Konntest vier Sterne, fünf Sterne geben. Und dann hattest du oft viereinhalb Sterne auf gute Videos, weil irgendwer hat es immer disliked, aber das war noch ein lustiges System. Sterne. Oder auf Clipfisch, da musstest du mit fünf Fischen oder so konntest, äh, bewerten. Selbe System wie damals YouTube. Clipfisch, Alter, das war noch vor YouTube die Zeit. Da war ich auf Clipfisch unterwegs. Boah, das sind Zeiten. Gibt's Clipfisch noch? Oder das google ich jetzt mal. Gibt's Clipfisch? Clipfisch war richtig traurig, wenn es die Seite nicht mehr gibt. Nein, sag nicht Clipfisch, gibt's nicht mehr. Nein. Bis 2017 nur. Betreiber RTL? Was? Okay, also das ist, RTL war Betreiber von Clipfisch? Ihr wollt mich doch alle verarschen gerade. Der Nachfolger ist Watchboxer, das guck ich mir an. Seitdem Watchbox nur noch als Sender beziehungsweise Kategorie bei RTL erhältlich, aber okay, schön. Okay, aber das ist heftig. Ich wusste nicht, dass Clipfisch zu RTL gehört hat. Traurig. Traurig. Einfach seit 2017 gibt's das nicht mehr. Das ist echt sad. Bei mir ist jetzt beim iPhone wieder das Feuerwerk. Ja, immerhin, wenn ihr liked, kommt ein schönes Feuerwerk. Alles klar, halt kann warten. Meine Frage, sind sie neu hier? Ja. Äh, naja, jetzt schon ein bisschen über einen Monat ab. Sie sehen aus wie ein Drookie. Ich bin aber kein Drookie. Ja, es sind trotzdem Rookie für mich. Sie sehen so aus. Ja, ich, kannst du so sehen, ich bin Officer. Ja, Officer Rookie sind sie dann. Officer Rookie, halt. Ja. Kann ich Ihnen einen Witz erzählen? Erzähl, ja. Was ist ein Officer im Kleiderschrank? Was denn? Ein Kleiderständer. Ja. Sag mal, seit wann ist denn Karl-Heinz in der Zelle 1, sonst kriege ich den immer hier in der großen Zelle? Ja, ich, ja, keine Ahnung. Die war offen, ich bin da reingegangen. Möchtest du die große? Nö. Nö. Ich bin, ich bin da reingegangen, weil, weil die offen war. Ich dachte mir so, ich gehe da mal vor. Wo fange ich da an, Karl-Heinz? Mein Rücken juckt, kann ich mir kurz kratzen, ich komme da nicht ran. Wo denn? Hinten am Rücken. Hinten Ecke. Hier oben? Ja, 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 genau. Ja, ja, danke. Ich wollte nämlich richtig blöd dastehen mit meinen Händen, dass ich die verschränkt habe, dass alle wissen, dass ich gerade Matt bin. Warum bist du denn Sau? Weil ich, ich wollte nur was probieren. Ach. Und dann wäre ich mitgenommen. Ich mag das nicht, wenn ich mit ihr durch Gitterstäbe sprechen muss. Du meinst nicht. Nee, ich kann nur noch. Nee, ich mache es selber auf. Danke. So. Jetzt hat. Da scheppert es da drin. Alter, hier scheppert es etwas. Ich bin, ich bin mit dem Auto die Autobahn gefahren und ich wollte nur das Auto ausprobieren, weil ich das ausprobieren wollte, wie schnell das fährt. Es fährt voll langsam und voll scheiße und auf einmal kommt Polizei. Und dann habe ich angehalten und die haben mich dann mitgenommen. Karl-Heinz hat mir irgendwann nicht mal was ausgemacht, was du alles fahren darfst und was nicht. Ja, aber ich wollte es nur ausprobieren. Wie soll ich es dann ausprobieren? Ja, dann sag doch vorher Bescheid oder frag doch vorher. Ja, aber dann heißt es eh nein. Oder sag, ob man irgendjemand mitfahren kann oder so. Ja, aber die lassen wir ja nicht fahren, weil dann sagen die eh nein. Das geht nicht, weil ich zu irgendwer bin. Und warum wolltest du das Auto einfach so, dass wir fahren, ausprobieren? Ja, weil es neu war und ich wollte es ausprobieren. Achso, dir das geholt? Ja. Dann dachtest du ja doch, warum holst du dir denn ein Auto, wenn du gar nicht damit fahren darfst? Weil ich eine Sammlung habe und ich die dann immer hinstelle und die mir angucke. Ja, ich wollte nur Probe fahren. Und die haben dann mich dann verfolgt und dann bin ich aber stehen geblieben und dann war das Auto, ja, war das eh leer und dann, ich bin auch gar nicht mehr weggerannt oder so. Ich bin dann direkt stehen geblieben. Na gut, die haben jetzt gesagt, dass du weggefahren bist. Ja, aber ich bin ja dann stehen geblieben. Irgendwann mal. Ich bin ja mal stehen geblieben dann. Irgendwann mal. Mhm. Hab die zuerst nicht gehört, dem Auto, weil das Auto so laut ist. Hab nicht gehört, dass die hinter mir waren. Ich hab's erst am Ende dann gemerkt, dass die hinter mir waren und dann bin ich hier angehalten. Was hast du dir denn für ein Auto geholt? Ne, Viper, aber die ist voll langsam. Die fährt nur 230. Voll der Müll. Ja, das ist jetzt doof, Karl-Heinz, ne? Ja, das ist richtig doof. Die lügen. Die lügen, story. Was machen wir jetzt mit dir? Ja, halt rauslassen und dann fahr ich halt wieder mit dem Roller. hier raus. Ja, warum nicht? Ist ja keiner zu Schaden gekommen. Ich hab ja geguckt, ist alles cool. Wie alt bist du noch mal kann 1,13, ne? Alt genug, um 13 zu sein. Alt genug, um 13 zu sein. Okay, doof ist es trotzdem, ne? Ich weiß. Es tut mir auch leid, ich wollte es aber nur probieren und ich dachte so, vielleicht merkt es keiner, weil ich das so insgeheim gemacht habe und auf einmal dann so blopp und dann war blöd und ich mach so, Auto macht so und er kommt und dann, ja, ist halt blöd und doof gelaufen, aber ich, ich hab nur probiert und sollte nicht nochmal vorkommen. das ist der Sound auf, ich springe. Aber das Auto ist doof. Äh, welcher Officer hat den denn angehalten? Ich weiß nicht, die haben mich dann bedroht mit einem Taser und dann bin ich aber stehen geblieben im Busch. im Funk niemand meldet, wer ihn, äh, gemessen hat und deswegen können wir ihm jetzt auch nichts nachweisen, bis auf die doppelte Geschwindigkeit. Ja, wenn, das ist ja doof. Nee, stopp, ihr könnt ihm gar nichts nachweisen, wenn sich der nicht meldet, der ihn gemessen hat. Ihr könnt ihm noch nicht mal die doppelte Geschwindigkeit nachweisen. Das stimmt. Moment kurz. Das ist aber schön doof. Mit dem der, das Gesetz schon wissen, die Rookie, Officer Rookie, das müssen sie wissen. Das heißt, wir können Karl-Heinz nichts nachweisen. Aber, seien Sie nicht traurig, als Kleidungsständer gibt's immer irgendwo einen Job. Danke, dass er sich nicht meldet. Das war ja nur ein Witz. Es gibt auch Zeitungsständer. Okay. Gut. Dann einmal raus. Wussten Sie, dass der Typ mit den grauen Haaren und mit den anderen grauen Haaren, als die Brüder sind? Ich komme selber raus. Das sind die Griechi Studios. Sind jetzt erwachsen geworden. Okay. Gut. Haben Sie auch einen Mini-Paluten zu Hause? rumliegen? Hm, hm. Und? Okay. Hast du was? Ja, der Kollege war von zwei, der meinten Mission Raw. Der Mini-Paluten, komm ich auf so eine Scheiße. Der Kollege, der den in Karl-Heinz gemessen hat, der kommt jetzt gerade in den Zellen runter, der ist in Mission Raw. Ah, der hat mich jetzt auch gemessen. Kann der auch Fieber messen? Fieber messen kann er bestimmt, ja. Na, cool. Ja. Ist so ein Allround-Ding dann, so ein Allround-Gerät. Mit dem kann man Geschwindigkeit und Fieber messen. Nee, nee, Fieber messen kann er damit nicht, aber er kann bestimmt Fieber messen, ne? So. Dann, äh, ja. Da ist der Kollege, der hat ihn gemessen. Ja. Hallo. Hallo, Karl-Heinz. Und dann, äh, später nochmal mit 230. Auf der, äh, Autobahn. So, war schon schnell, aber traurig, dass das Ding hier schneller fährt. Ich hab's voll ausgefahren mit 230. Schon traurig. Karl-Heinz. Ja? Ich find's ja gut, dass du ehrlich bist. Ich hab voll drauf gedrückt, also schneller ging nicht. Ich hab alles gegeben, was ging. Mehr ging wirklich nicht. Mehr war nicht drin. Okay, ich bespreche mich mal ganz kurz mit denen und dann komm ich gleich wieder, okay? Okay. Ich hab alles gegeben. Mehr war nicht drin. Bestimmt halt wirklich, ich hab voll Gas gegeben. 230 ist ja traurig mit Tuning. Das ist ja, das ist ja wirklich traurig. Er hat alles gegeben, was ging. Oh, nee. Ah, das ist das Zucker. Freispruch. Akram, danke für 20 Cent. Bloody danke für 2 Euro. Mit Fies. Wann klärst du mit Karl-Heinz eine Freundin oder Liebesbriefe verteilen? Erstmal Liebesbriefe verteilen, aber komplett random, Leute. Erstmal auf E-Mail-Kleinanzeigen. Suche Freundin. Basti 11 LS 19 einfach 90 Cent. Vielen Dank. Royal Play PS4 und Mika FVM. Danke fürs Zipfern. Oh, ihr Wipps. Das ist halt so lustig mit Karl-Heinz, ey. Sie könnten auch als Tablet-Ständer arbeiten bei McDonald's. So ein Bestelltablet könnten sie dann sein, wo man zu so einem großen Tablet geht und dann seinen Burger auswählen kann. Also wenn sie hier nicht mehr arbeiten wollen. Ich arbeite gerade. Das ist unser Dienst-Tablet. Ja, ich sag doch, sie können gut am Tablet umgehen. Dann könnten sie so ein großes Tablet zahlen, weil McDonald's was steht, wo man bestellen kann. Machen sie sich ja voll gut. Aber beim LAPD gefällt es mir besser. Cool. Ein Cheeseburger, Sechser Chicken Nuggets und ein Big Mac Menü mit einer Cola und große Pommes und eine Apfeltasche zum Mitnehmen. Und ja, ich zahle direkt mit Karte. Ich kann dir eine Sache geben. Na, jetzt kommt's. Schau mal. Boah, cool. Ja, sie arbeiten ja wirklich bei McDonald's. Cool. Das hab ich noch von McDonald's mitgehabt. Ist aber kalt. Schau mal. Sind sie da drauf gesessen? Ist aber kalt? Schmeckt nicht mehr so gut. Ich hab das auf dem Beifahrersitz gehabt. Da, wo sie drauf sitzt, der Kollege. Da, wo der Kollege immer reinfurtzt. Da sitzen sie, da tun sie den Burger hin. Ist ja ekelhaft. Das war ja in so einem Sackel drin. in seiner Tüte. Das ist schlecht. Nee, der hat mir grad einen Burger gegeben, der auf dem Beifahrersitz war, wo sein Kollege reinfurzt. Und daher würde ich dir auch was hier verziehen. Da hat er sich direkt dann vollverstehen. Geht's? Brauchst du Wasser? Das nachtrinken. Es geht. Ihr habt Wasser dabei. Okay. Das hab ich dir eins gegeben. ist das ekelhaft. Warum sagt er mir das später erst? Der arme Polizist ist jetzt weggegangen? Der ist weggegangen. Ich glaub, der hat keinen Bock mehr auf mich gehabt. Der arme Polizist mit den grauen Haaren. Oh, der tut mir leid. Mit von Carla ist aber komplett fertig gemacht so. Ahiosch, danke für 1.15. Vielen Dank. Ahiosch. Hast du meine erste Spende nicht vorgesen? Von Beam MC. Kann sein. Beam MC. Sorry. Das ist heute schon einmal passiert. Das passiert mir heute schon wieder öfters. Das ist ganz schlimm. Mal kurz gucken. Basti C haben wir vorgesen. Achtfachwitwe sucht die große Liebe. Ihr Hobbys sind Pilze sammeln und kochen. Liebe Grüße und einen schönen Stream. Oh, der ist fies. Auf das muss ich erstmal kommen. Achtfache Wittwe sucht die große Liebe. Ihr Hobbys sind Pilze sammeln und kochen. Liebe Grüße. Das ist halt echt. Ja, ja. Gut, bei Pilze sammeln kann schon mal was schief gehen. Immer ein Vorbildesnis gerade. Und GTCD YouTube. Ein Stand. Wie die vegane Frau. Auf der Straße. Oh, sollen wir so einen Stand aufbauen? Wie die vegane Frau. Oder die Leute fragen, warum sie nicht vegan sind. Und die an der Hand schreit oder was. Grüße aus aus Iserlo. Dankeschön an Christian Koch. Vielen Dank. Die reden mit dir. Ne, die reden gerade nicht mit mir. Die reden gerade da hinten und schauen gerade, was sie mir für eine Strafe geben wollen. Haben die mich gerufen? Nein, aber nicht. Karl-Hein. Ja? Was darfst du noch mal alles fahren? 50 Kubik Roller. Alles, was 50 Kubik hat. 50 Kubik Mofa. 50 Kubik Supermoto. 50 Kubik Roller. Alles, was rollt. Und 50 Kubik hat. Rum, rum. Ein Feini. Wie lange bist du schon hier, Karl-Hein? Was ist? Wie lange bist du schon hier? Seit ca. 20 oder 15 Minuten. Glaub ich. Also, eine kleine Strafe musst du schon kriegen, ne? Ich könnte, ähm, ich könnte, ich könnte einen Stand am Hauptplatz aufbauen und dort Leute anstrengend und nicht vegan sind. Oh Gott. Wäre das eine Möglichkeit? Gut. Ja, bitte. Ja. Und wenn der Officer die Rechnung bezahlt haben will, ist er sich dann verletzten. Ja, aber die Rechnung bezahlen. Den geflitzt hat. Oh, nee. 23 Minuten sind sie hier drin. Nein, aber nicht. 23 Minuten im Knast schon. Das wird künftig mit dem Supreme Court abgesprochen. Ja gut, 15, 20 Minuten habe ich gesagt. Das passt schon. Relativ gut geschätzt, das Ding. Ihr könnt auch euren Chief fragen, was ihr da machen sollt, aber... Ihr Chief, der Herr Swayze? Ja, genau. Ich mag Herrn Swayze. Ich mag ihn auch. Wann kommt denn der wieder? Ich seh den nie. Der ist da. Ist der gerade da? Kann der mal herkommen? Ich kann ihn mal fragen, wenn du möchtest. Ich hab den schon gar nicht mehr gesehen. Will noch mal Hallo sagen. Ja, warte kurz. 13 Minuten. Oh, holy shit. Aber gut, ich hab gut geschätzt. Ich muss jetzt zwischen 15 und 20 Minuten. Ist ja okay, ne? Kommt der Herr Swayze auch noch. Den bestellen wir hierher. Baby, don't hurt me. No more. Ich geh kurz pipi. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich geh nur ganz schön pissen. Gib mir zwei Minuten. Zwei Sekunden. Bin gleich wieder da. Folgt mir in der Zwischenzeit gerne auf Instagram, auf TikTok oder auf Twitch. Yes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich würde noch fragen, ob er das anfangen bleiben will oder nicht. Ob er das planen möchte oder nicht. Oh, nö. Und was denn jetzt passiert? Okay. Also was auch immer jetzt gerade passiert ist. Perfekt. Bin gerade rausgeschmissen worden vom Server. Connection Timeout. Ist mein Internet wieder am Arsch oder so? Oder hat es jetzt mehrere rausgeschmissen? Code Zero einfach mal bekommen. Perfekt. Ja, dann schmeißen wir uns nochmal rein, dann schmeißen wir uns nochmal rein. Also ganz kurz weg. Auf einmal haut er mich raus aus dem Dings. Schauen wir uns mal aufs Meere geschmissen hat, weil das wäre schlecht. Ist ja mehr ein neuen Server. Jetzt müssen wir mal gucken. Ob es nur mich war. So hat es mich noch nie geschmissen. Schauen wir mal in der Log nach, warum es mich geschmissen hat. Es scheint wirklich, äh, es scheint so zu sein, dass ich das wieder war. Also vielleicht, dass mein Internet wieder im Bob ist. Wobei, dann würde YouTube wieder rumheulen irgendwo. Wobei, habe ich letztes Mal um diese Uhrzeit meinen Router neu gestartet? Das kann sein. Ja, klar, mein Router wird sich gerade neu gestartet haben. Das wird sein. Beziehungsweise meine IP wird sich geswitcht haben gerade. Das ist der Sound auf Spende. Das wird sein, weil ich habe um die Uhrzeit letztes Mal meinen Router mal neu gestartet, wo mein Internet ausgefallen ist, so halt. Ja, klar war es das. Um 20.41 Uhr. Ja, deshalb. Ich dachte schon. Und ich dachte schon, ey. Ich dachte schon. Ich mache mal Join Leave. Nee. Da bin ich blöd. Ich finde gerade die Log nicht davon. Ich suche gerade meine Log davon. Ich finde meine Log, ob, äh. Ah, ja. Wenn es nämlich nur mich erwischt hat, dann logisch. Ja, hat nur mich erwischt. Dann wird es mein Router gewesen sein. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, unser Haus da und so neu ist scheiße. Ich dachte, da ist ein Problem. Dein Strom war kurz weg. Mein Stream oder mein Strom? Andel ist schuld. Andel, hör auf, das LAN-Kabel anzuknabbern. Oder das WLAN-Kabel anknabbern, genau. Nein, jetzt bist du der Projektleiter von YouTube. Ja, ja, ich bin Projektleiter. Ein Hund leitet das Projekt Real Life Online. Wer hätte es sich gedacht? So. So, wir müssen wieder zurück ins Beach Game. Okay, danke. Tschö, gleichfalls. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Hallo, bin mir da? Will man pinkeln eingeschlafen? Passiert manchmal, Karl-Heinz. Will man pinkeln eingeschlafen? Ja, kann passieren. Ja, ist ja einfach so richtig. Ach, hier. Danke schön für einen Euro. GTCD, YouTube. Vor dem Döner stand am HP und Leute dazu zwingen, bis sie dich hassen oder die grüne Gang machen und sich auf die Straße kleben. Auf dem Parkplatz hat die Straße kleben. Vor dem Parkplatz, die Leute ihre Autos nicht ausparken können, auf dem grünen Punkt dort, ja. Das wär's. So, danke nochmal. Ach, hier, Schmacken, da dumm passt mir das, ich will überlesen. Gibt es eigentlich eingefleischte Veganer? Eine Aufforderung zum, was miträtseln, nennt sich Knoblauch. Was, eine Aufforderung zum Miträtseln, nennt sich Knoblauch? Den verstehe ich jetzt nicht, den Letzten. Eine Aufforderung zum Miträtseln, nennt sich Knoblauch. Eine Aufforderung zum Miträtseln, Knoblauch. Ich verstehe das gerade wirklich nicht, was? Das erste, was ich denn nicht verstehe. Okay, merke nur noch um, das war's wieder komplett. Versteht denn wer von euch? Vielleicht eine Aufforderung zum Miträtseln, nennt sich Knoblauch. Was ist das denn für ein Joke wieder? Hä? Also, Marco Nalumpe, ich check das gerade gar nicht hier. Ich check das gerade null. Gerade kommt... Knobel auch. Ach, Knobeln auch. Ah, jetzt hörst du mich. Was? Ah, jetzt hörst du dich. Okay. Ähm, wir haben uns mit der Frau geeinigt, äh, 20 Sozialstunden und sie hat für dich die Strafe übernommen. Cool. Also, die Geldstrafe. Und du müsstest jetzt eigentlich nur noch 20 Sozialstunden am Hauptplatz machen. Ein bisschen mit Besen, mit Besen umputzen und so. Cool. Dankeschön, Frau Geldautomat. Frau Geldautomat. Bitte. Darf ich nur sagen, dass die Frau Geldautomat mein Auto vorhin mitfinanziert hat? Ist ziemlich cool. Ist schon cool, ne? Frau Geldautomat hat vorhin mein Auto mitfinanziert, mit dem ich gerast bin anscheinend. Das Supreme Court, nicht ich. Na, sie haben das aber bezahlt. Ja, das Supreme Court hat bezahlt. Ach so, geht aus der Firmenkasse raus, das Geld? Ja. Okay, wusste ich nicht. Umso besser. Der Knobel auch, ja. Ich hab den Rasen vom Supreme Court, dann zahl ich das ja nicht. Ist ja nicht mein Rasen. Ach, nee. Ich hab gedacht, das ist eine Geste von Ihnen. Nee. Jetzt bin ich trau. Ich dachte, das Geld kommt aus Ihren Taschen. Nein. Aber so ein Marsch hat mir auch 50.000 gegeben. Der war aber nicht dort eingeweiht. Nee. Das war aus seiner Tasche. Das war aus Privatusgeld. Und der eine her, der komische Ibisch, oder wie der heißt, der komische... Eibe. Herr Eibe. Der hat mir nur 11.000 geben können. Der war übelst arm. Danke. Der muss ein bisschen besser bezahlt werden, Herr Eibe. Herr Eibe kriegt eigentlich für seine Position genug. Ja, aber das war ganz schön geizig mit 11.000 Dollar, wenn die anderen so viel geben. Okay, wo geht's hier raus? Der Eibe ist ja auch gerade am Sparen. Warten Sie noch kurz hier mit dem Karl-Heinz. Ich gehe kurz raus und ein Fahrzeug bereitstellen. Äh, da ist Gacki drin. Da hat wer reingeschissen. Da war ich auch schon mal. Ich kenne es hier in- und auswendig. Ich weiß genau, wo es hier lang geht. Herr Eibe. Ist ja gut. Ja, Herr Eibisch. Hey, die 50 ist überfallen. Du läufst dem Officer jetzt aber nicht weg, ne? Warum soll ich den weglaufen? Ja, weil der gefragt hat, ob der dir Handschellen jetzt anlegen muss. Nö, muss er nicht. Alles gut. Bin ja auch vorher nicht weggelaufen. Über was denken Sie gerade nach? Philosophieren Sie gerade? Ich philosophiere gerade über die gute Arbeit meiner Chefin. Wer ist Ihre Chefin? Ein Vollgeldautomat. Ach so, die nennen Sie auch so cool. Dank dir nennen die mich so. Cool. Boah, es ist aber eine sehr große Hose. Sind Sie schwanger? Weil Sie so eine große Hose anhaben. Das nennt sich High Waste. Ach so, ich dachte, das ist so eine Schwangerschaftshose. Nein. Alles gut. Ach so, Entschuldigung. High Waste. High Waste to hell. We're gonna High Waste to hell. Versuch, ihn zu erreichen. Ich erreiche ihn nicht. Die Arme sind sich schwanger. Wegen der Hose. Aber ey, das sieht echt aus wie so eine Schwangerschaftshose. Das ist doch mal ehrlich. Kommt heute noch Patrick Swayze? Ich erreiche ihn nicht. Ich sag doch, der ist nicht da. Der ist da. Ich hab ihn heute schon gesehen und telefoniert. Ja, aber dann liebt er sie nicht, wenn er nicht abpippt, wenn sie anrufen. Sag ich ihm so. Okay. Das heißt, High Waste to hell, bitte mach richtig. Hä? Aber das ist doch der... Oh mein Gott. Das ist doch der Choke, dass ich High Waste to hell singe, wenn die eine High Waste anhat. Mein Gott. Alter. Also manche Leute, die kann es echt auf den Kopf kloppen. Er schreibt mir, es heißt High Waste to hell. You don't say hell. Komm. Und der Choke dahinter ist, dass man High Waste to hell singt, weil sie eine High Waste Hose anhat. Also manchen Leuten musst du echt manchmal eine Humorpauke hauen, ne? Dass sie irgendwie einen Choke verstehen. Und ich denke schon, ich bin lost wegen dem Knoblauch vor allem, weil ich es nicht lustig fand. Hier, Karl-Heinz. Karl-Heinz hier. Achso, hier. Achso. High Waste to hell. Tschüss. Wer ist denn das dicke Kind da oben? Wer ist denn das dicke Kind da? Das ist der Rainer. Warum ist der wanted? Because he has a brain-schaden. Achso. Ist his brain busted? Ja. Cool. Fahren wir mit dem Auto? Jo. Darfst du dich gerne hinten hinsetzen. Cool. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ends mit. Ja, Gott sei Dank. Das macht da wieder mal der Drachenlord, ja. Macht mal alle Mett in den Chat. Ja, das Mett kommt immer noch vom Drachenlord. Moin, da bin ich mal wieder. Du kennst mich nicht. Yola, ne, Brat 10, kenn ich tatsächlich nicht. Vielen Dank für deinen Support. Und alter Nina Dragon nochmal mit 23,90 Euro Cent. Äh, äh, vielen... Ach, danke. Vielen Furz. Wirklich, vielen Dank. Alter Nina Dragon nochmal so viel. Braucht hier immer so viel raus. Und ihr Handy und Funk sind abgenommen? Nee, die SIM-Karte hat er mir rausgenommen. Dann gebe ich dir jetzt gleich wieder zurück. Mhm. So. Oh, da ganz viel Mett im Chat. So muss das. Mach mal das dann vorne. Bitte? Ob wir das dann vorne machen mit der SIM-Karte. Jupp, die gebe ich dir gleich zurück. Oh, nee, dann kriege ich wieder die richtig... ...ekelhaftes, richtig irgelhafte Outfit. Danach bin ich immer ein Nerd. Ja, putzen ist ja cool, so ein Umweltschutz oder so. Boah, ist das... ...der Roller laut. Den würde ich dir halt mal untersuchen. Hup. Sicher illegal getunt mit einem... ...mit einem illegalen Kennzeichen und so dran. So... ...so ein Club-Kennzeichen. So aus dem Club-Sparten ausgebaut. Putzen, hab ich die kaputt gemacht. Jetzt darf ich... ...jetzt darf ich hier arbeiten, Leute. So. Dann... ...über... ...gebe ich dir hier die SIM-Karte zurück. Bitteschön. Sind Sie eigentlich selbstständiger Schichtarbeiter? Mehr oder weniger. Cool. ...haben Sie gerade den Arbeitspulli an? Arbeitspulli? Ja. Das ist ein Schuss, was wir haben. Achso, ich dachte, das wäre ein Arbeitspulli. Cool. Ja, das ist cool, die Uniform, ja. Ja, dann ran an den... ...ran an den Speck. Pass, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und pass auf dich auf. Viel Spaß mit der 20 Sozialstunde. Reinige den Hauptplatz. Manuel Rost, gibt es eigentlich offiziell Desktop und Mobile Wallpaper von dir? Würde es feiern. Äh, beim... ...wenn du dir VIP holst, sind Wallpaper dabei. Da gibt es dann so Links, wo man, ähm, sich Wallpaper runterladen kann. 1 zu 7 Wallpaper gibt es da. Dann dieses Hundeknochen-Wallpaper gibt es, wo der Hund gezeichnet ist und so hochauflösende Sachen halt. Habe ich halt für die VIPs gemacht, so als kleines Present, als Dankeschön. Kann man sich dann ein paar Wallpaper ziehen. Ich hatte, ich hatte das einzige offizielle Wallpaper, was wir eigentlich haben, ist sonst noch das, äh, Real-Life-Online-Wallpaper. Das ist halt als Hintergrundbild auf unserer Website. Das haben wir in 4K gemacht. Auf dem, äh, RLO-Discord haben wir das geteilt. Ich glaube, das hat auch schon so seine Runden gemacht. Das kann man sich aus dem Wallpaper auch reinmachen. Nicht ganz cool. Haben sehr viele Spieler sogar als Wallpaper bei sich. Äh, GTC... CD YouTuber, also dieser Name war der letzte Spende für heute. Grüßt, Schandl und Dario. Grüße, geh raus aus Schandl und Dario. Schandl schläft gerade und Dario ist gerade nicht da. Perfekt. Äh, Daniel Soto Peretz. Wie wäre es mit Kindergefängnis-Einricht? Denkst du auf 1K1? Ja, das wär's, ey. Ist aber so meiner, so. Ne, so, ähm, eigentlich müsstest du machen, so ein Jugend, äh, Jugendknast, ne? So, Jugendaufsicht brauchst du sagen. So, it's maxi. Geld geht flöten. Warum geht das Geld flöten? Ein Stand, wie bei WKV, das war ich schon vorgesen. Eigentlich nur schon mal vorgesen. Perfekt, haben wir hier alles durch. Ja, danke. Noch 14 Strafarbeiten zu machen, das freut mich sehr. Pass auf, Karl-Heinz, der Arndl hat recht. Denn da ist viel Zykkeli drin. Was? Im Red Bull, oder was? Viel Zykkeli. Na, er kriegt ein Herzkasch. Man kriegt da. Na, Luca, 102 Pro. Danke fürs Zykkeli. Dankeschön. Luca. Da gibt's die Jugendstrafanstalten nur für, äh, Karl-Heinz. Wo ist das mit dem Wallpaper? Bei YouTube wird dieses, also es gibt ja so VIP-Abzweigungen. Warte, lass mal ganz kurz gucken, wie das ist. Ich glaub, ab, es gibt ja Mitglied, VIP und so weiter. Wenn wir auf meinen Kanal gehen, meinen Kanal, ich geh jetzt auf meinen eigenen Kanal. Perfekt. Und wenn ich jetzt auf Mitglied werden gehe, bei VIP-Silver haben wir das gemacht und VIP-Gold. Bei VIP-Silver gibt's 4K-Hintergrundbilder, exklusive, und bei VIP-Gold gibt's exklusive 1 zu 7 Hintergrundbilder. die haben wir da reingemacht. Das sind VIP-Silver und VIP-Gold. Nur so als kleines Present, als Dankeschön. Weil diese Ränge sind ja eigentlich da, um den Streamer zu unterstützen und dass man da noch was dazu tun kann, das ist ja nur so ein kleines Dankeschön. Als so ein kleines Present. Das ist jetzt nix aufwendiges, ne? Grünen Gang or V-Gen. Erstmal die vegane Gang aufmachen. Macht die vegane Gang auf. Dann schreien wir Leute auf dem Hauptplatz an. Bist du vegan? Warum nicht? Einfach Leute anschreien, die nicht vegan sind. Genau mein Humor. Ja, komm noch 11 Strafarbeiten. Sozialstunden sag ich schon. Was auch geil wäre, Rasenmähen als Strafarbeit. Das wäre doch mal lustig, oder? Strafarbeit. Dann kriegst du ein Rasenmäher hingestellt und darfst am Hauptplatz hier die ganzen Rasendingsen mähen. Aber da kommt es halt nicht hin. Das ist das auch nur für Spende. Sind das im Monat nur 91 oder steigert sich das Geld? Wie meinst du das? Äh, dieses, also die VIP-Abstufungen. Ne, du kannst ja selber aussuchen, welche VIP-Abstufungen du haben möchtest. Aber je nachdem, was für eine Abstufung du nimmst, äh, gibt es halt andere, ich sag aber unter Anführungsstrichen, Geschenke, die da dabei sind, ne? Aber wenn du zum Beispiel die Stufe für 24 Euro nimmst, kriegst du alles, was du davor bekommst. Du siehst ja, was du alles dafür kriegst, ne? Also es ist halt, ja. Kleinigkeiten. Keine, ich werde fest, hundele Grüße aus Gera. Dankeschön von, von John Nix. Ja, John Nix. Hm. Bei mir dann, was ist mit der Lose, als Benachrichtigungssound? Wir müssen n'n Klingelton rausbringen, so wie Bibi. Hat das ne WhatsApp? Boah, dieses Bibi-Phone, kennt ihr das noch? Hat Alexi Wechsel mal ein Video drüber gemacht und dann, da gibt's ja wirklich n' Sound. Du hast ne WhatsApp. Wenn du ne WhatsApp kriegst, das ist echt schlimm. Das Bibi-Phone. Ich hab' auch nix gesagt. Hey, hey, hey. Aus Versehen, tut mir leid. Dann könnt's ja auch, wenn ihr euch klingt, es hängt sich umzuvoxen. Guck mal nicht, dass das kleine Kind das sieht. Ja, da ist der Opi vom Freund von der Tankstelle, der sich besoffen hat. Sie stehen aber ein bisschen falsch. Da muss man aufpassen. Dann kommt die Polizei und schnimmt das Ding ab. Aber so wie sie geparkt haben, haben sie gesoffen, so wie's aussieht. Ihr Bruder oder wer das ist. Sie sehen ja voll gleich aus. Sind sie ein-Eige-Zwillige oder zwei-Eige-Drillinge? Schau, schau mal, Kleine. Wir hatten den Date mit der Queen. Wie kriegt man da nichts für den? Kommt das andere Kind aus dem Popo raus oder wie funktioniert das? Ich hab noch nie drüber nachgedacht, wieso das funktioniert. Der eine aus dem Mund und der andere aus den Augen. Wo kommt dieses Kind her? Und wenn's Drillinge sind, aus dem Aschlo. Guten Abend, kleiner Mann. Ich bin groß genug, dass ich 13 bin und Moped fahren darf. Ich bin nicht klein. Wieso darf er Moped fahren und ich nicht Auto? Ja, sie haben sich ja nicht bestanden, weil sie besoffen sind immer. Wo gibt's noch Aufgaben? Ich muss noch erledigen. Ich muss noch Strafarbeiten machen. Fünf Stück. Hat Arke zur Reche. Wenn er auf dem Ultraschallbild ein dunkler Schatten ist, dann ist das ein kleiner Freddy mit Hut. Ey, mir hat aber Freddy nochmal erklärt, ne? Die sind nicht zusammen. Er hat mir das OOC erklärt. Das Lustige ist, jetzt IC, glaube ich, als Mark Rumpel, die sind jetzt zusammen, aber OOC, weiß ich, von Freddy hat mir das letztes Mal erzählt. Die sind gar nicht zusammen. IC. Das heißt, die haben da irgendeinen Scheiß erzählt. Die sind IC nicht zusammen. Die haben da einen kompletten Scheiß und Stuss erzählt. Ich schwöre. Und als Rumpel stehe ich jetzt da und denke mir so, mein Teil, ja Freddy, was ist mit dir los? Also ich übelst aufgeregt, ja, jetzt denken die, ich bin wieder zusammen und so. Jetzt denken das alle so. Arme Freddy. Müssen wir mal drauf ansprechen. So. Das ist so mit vegan. Ich weiß nicht, ich schrei irgendwie mal an. Demnächst. Oh, schau mal hier, das ist so ein schöner Korb mit veganem Obst. Ist Obst eigentlich vegan? Nicht jedes Obst ist vegan. In viel Obst könnte man Tiere finden. Nennt man noch Eiweiß. Zusätzliches Eiweiß. Die Werkstatt ist aufgrund eines Brandes derzeit geschlossen. Danke für Ihr Verständnis. Ich hatte da Fred informiert. Einwohner Fred. Andes Autoschmaus hat heute fürs Ziel geschlossen. Oh, schau, ich bin fertig. Cool. Ich habe das meine, ich jedes Mal, wenn ich Strafarbeiten machen, wir machen gehen, sehe ich so aus. Das ist nicht geil. Hallo. Ich habe mich umgezogen, ich bin jetzt endlich schön angezogen für heute Abend. Er hat ein Händ an, er ist erwachsen geworden. Ich schaue in einer Freundin. Oh, daumen sind gedrückt. Danke fürs Daumen drücken. Viel Spaß. Ist das Däumchen oben, wird man dich loben. Dann ist das Däumchen ganz oben. Den habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich gehe ein Auto kaufen. Aufpassen, Mülltonne. Oh, hier ist aber gerade ein richtig großer, richtig großer Heckmick hier. Hups. Bin ich froh, wenn ich hier wegkomme vom Hauptplatz. Aber ganz schnell gehen wir da weg. Aber ganz schnell, bitte. Oh, Fahrradl. Oh, Fahrradlfahrer mit dem Fahrradl unterwegs. See you. Immer handelt die Ente hinten. Muss ich mein Auto zurückholen, was die vor... Die haben 100 pro das Auto abgeschleppt. Die Frage ist... Ach nee. Wobei, ich habe eine Idee. Ich hole einfach das Auto mit dem... mit dem Dings ab. Wisst schon mit was? Hätte ich aber gleich damit fahren können, ich trottel. Wobei, ich muss erst mal gucken, ob das da ist. Wenn es nicht da ist, dann ist es eh egal. Ich schätze mal, dass sie das da eingepackt haben. Jetzt gelacht, wir haben ein altes Fahrradl noch da gestanden. Das wäre jetzt lustig gewesen. Ich habe zwei Fahrräder da gehabt. Ja. Schauen wir mal. Also. Meine Viper, die so schlecht fährt, die ist tatsächlich da. Portion bezahlen. Ja. Schau, da ist sie. Meine Viper. So, die werden wir dann mit dem, ähm, ihr wisst schon mit was holen, ne? Boah, das Ding ist aber so nice. Irgendwie muss man die ja abschleppen. So. Lassen wir die hier mal stehen kurz. Ich hole meinen Abschlepp-Service Grund Karl-Heinz. Karl-Heinz Abschlepp-Service, bestes Service. So, 0XD. Danke fürs Rückwerden. Vielen, vielen Dank. Ne, Endsmet. Vielen Dank für die Blumen. Also, es wird der neue Spruch von Karl-Heinz, bist du schon vegan? Sind sie schon vegan? Ich weiß nicht. Aber ich meine, ja, Unrecht hat die Dame ja nicht, ne? Frau, wie geht, äh, Veganerin da aus dem, aus dem TikTok, äh. Ich meine, Unrecht hat sie nicht, muss ich sagen. Es stimmt schon, was sie sagt, aber sie ist halt sehr brutal, wie sie es rüberbringt. Und mein ganzes TikTok ist voll mit. Ja, es macht mich echt fertig. Es macht mich wirklich fertig. So. Ich mich dann jedes Mal scheiße fühle, dass ich nicht vegan bin. Ich fühle mich dann immer so angegriffen, so angeschrien eben auf TikTok. Warum bist du noch nicht vegan? So. Alter Bruder. Nichts gemacht. Das klappt sicher, ne? Ach stimmt, der hat ja Turbo, der Wagen. Turbo. Hoffentlich sieht das kein Kopf. Und wenn, dann ist es egal. So, haben wir das letztes Mal auch geholt. Oh, da ist Polizei. Das heißt, wir... Ah, ne, der ist schon wieder weg. Jetzt war es Andl. Das war es nicht. Andl, die Ente. Andl im Entenmobil. Aber wir müssen Andl als... Oh. Wir müssen Andl als, ähm, Autosverkäufer mal so ein Entenmobil als Geburtstagsgeschenk oder so geben, wenn er Geburtstag hat. Und übergeben wir ihm so'n... So'ne Viper. Die da eh so'n bisschen... Oder nee, das Auto Ente. Das richtige Ente halt. Das wär doch mal geil. Und das, äh, schenken wir ihm dann irgendwann. Das Ding ist echt kacke zum Fahren, ne? Oh, bitte... Sag der Cop sieht das jetzt hier nicht. Bitte sagt der Cop sieht das nicht. Bitte lass mich in Höhe. Ah, bitte lass mich. Danke. So, wir steppen das Ding wieder ab und dann packen wir's ein. Oh nee, ich muss es jetzt aufmachen. Stimmt. Was sagen geht's, glaub ich. Ja. Ja, jetzt klappt's. So. Fahr'n wir mal. Chip, 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 chip. Eine frische Fahrzeug-Lieferung kommt sofort Richtung Hauptplatz. Klappt. Perfekt. Karl-Heinz weiß halt, wie man's macht, ne? Karl-Heinz weiß ja, wie's funktioniert. So, und nicht anders. Die werden sich alle denken, was macht der dann da? Was wird denn, dass es jetzt fertig wird? Geht sich das hier aus, ja. Oh, der Spoiler. Der ist jetzt eigentlich ab. Ja, der Spoiler mag er nicht. Aber hey, es hat geklappt. Ich kann, äh, das Fahrzeug so wieder zurück, wo das die Cops irgendwie, äh, sich drüber so krass beschweren, dass ich eine Anzeige bekomme. Und wieder im Knast lande, weil ich einen Ausruf fahre, ohne Erlaubnis. Oh! Mach mal das Ding mal ein. Perfekt. Und den packen wir auch ein. Das hat einfach funktioniert. Oh, 2800 Dollar. Ach, leck. Irgendwie drauf verarsche, Diggi. War das seins? Ich hoffe nicht. Das stand gratis da. So. Haben wir das auch geschafft? Jetzt gehen wir mal Auto gucken. Weil die Viper doch nicht so das geile Teil ist, dass ich mir gedacht hab, dass es ist, aber... Passiert halt. Oh, wobei so ein Kombi wäre auch was Nices, ne? Ey, so ein Kombi wäre doch mal richtig nice. So ein schnellen Kombi, so richtig Tuning-mäßig. Und davon ist Polizei. Upsi. Ey, mein Motorrad steht auch hier. Äh, was macht die Polizei da? Ich muss das gar nicht wissen. So. Also wenn die Polizei da steht, kann ich eh nix machen. Erstmal Geld abheben gehen und gucken. M2 schreiben so viele. M2. Hol dir M2. Hole dir doch einen M2. Ja. Jungs, denke ich nicht. Jungs. Ich hätte gern irgendwas Billiges. Wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gern irgendwas Billiges, was aber schnell fährt. Also irgendwie... Weiß nicht. Warum ist da Polizei draus? Was denn da passiert? Ich hoffe, da kommt es jetzt nicht zu einer Schießerei. Ist der Audi TT schnell? Der wäre halt auch geil, ne? Könnten wir, glaube ich, sogar als Cabrio fahren. Lass uns mal gucken. Kann man den Cabrio-mäßig hinrichten? Äh, ich glaube, ne? Der wäre halt auch nice. Würde ich fühlen, das Auto irgendwie. Ich frage mich, was da draußen los ist. Interessiert mich gerade. Wir haben sie eingekesselt, aber sie konnten dann fliehen. Ja, weil der erste mich von vorne nur eingekesselt hat und dann haben die vergessen mich von hinten. Deswegen konnte ich rückwärts raushauen noch. Wir werden beobachten. Und wem? Na hier. Karl-Heinz, der mein Auto geklaut hat mal. Ich hab dein Auto nie geklaut. Doch, ein BMW. BMW, sowas kannst du leisten? Ah, ich hab noch mehr. Okay, konnten Sie sich irgendwelche Kennzeichen merken? Äh, nee, ich bin so schnell weggefahren, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Also ich wollte eher weg dort. Wir sind jetzt nur in der R, weil er uns gerufen hat dazu. Ja, goldfarbene Maibachs aber. Ja. Wir hätten fahren jetzt in der Freitäuse. Oh, das ist das Kartell. Ja, okay. Die waren auch schon gestern bei uns in den Zentralo. Ja. Die haben sich dann da eingeparkt. Kartell gegen Taxifahrer? Und dann sind die auch direkt abgehauen wieder. Kartell versus Taxifahrer? Jetzt fängt's ja mal an, ne? Weiß ich nicht. Ähm, konnten Sie irgendwen erkennen in den Maibachs? Nee, die hatten vertöntes Stück. Ich bin ein echter Cowboy. Ich auch. Ich bin ein echter Countryboy. Okay. Gut, dann, ähm, wir haben das so aufgenommen erst mal. Ähm, wenn Ihnen das nochmal auffallen sollte, wenn Ihnen die Maibachs nochmal auffallen sollte, schicken Sie uns gerne nochmal ein Dispatch. Und, äh, dann versuchen wir am besten Dispatch schreiben, dass Sie mir nochmal, die halt da sind. Die sind hier liefern lassen. Ich hab ihn mir liefern lassen, ja. Vielleicht darfst du mit dir nicht fahren. Nein, ich hab ihn liefern lassen. Vom, vom Mechaniker. Aber Sie wurden jetzt nicht beraubt soweit und... Ich denke, war der Mechaniker länger. Nee, Mechaniker. Und wir haben die denn irgendwas zu Ihnen gesagt? Okay, und du bist nebenbei hergelaufen oder bist du... Ich hab gewartet, bis er den hergeholt hat. Ich hab den da ausgeholt und dann bin ich mit dem Fahrrad dorthin. Okay, alles klar. Dann werde ich mal danach fragen, ob da irgendwas gewesen hat. Ich danke Ihnen. Pass nicht auf Sie auf, ja. Ich darf den ja nicht fahren. Ciao, ciao. Okay. Du, Karl-Heinz, möchtest du bitte fahren? Ja, bitte. Boah, ich hab besseres. Ich hab besseres. Ist das die Arschlitzpizza aus der Pizzeria vom Hauptplatz? Da mag ich sie nicht. Nee, nee, die hab ich in meinem Kofferraum gehabt. Ach, cool. Warme Pizza und frische noch. Ich hab Döner vom Hauptplatz. Mh, lecker. Mh, lecker. Sind Sie schon vegan? Bitte? Sind Sie schon vegan? Ich will kein Leben des Huhns. Gib ich Ihnen wieder. Sind Sie schon vegan? Äh, Luke, hast du Ihnen gerade das Huhn gegeben? Wieso hab ich das jetzt? Wenn Sie noch nicht vegan sind, sollten Sie sich schämen. Dann rede ich mit Ihnen nämlich nicht. Okay. Die Pizza war aber eh vegan, oder? Ja. Die kam nicht von mir. Gut. Oh, nochmal wegen Auto. Ja, ja, ja. Ich hoffe, da gibt's was Schönes. Ich bin ein echter Countryboy. Soll ich nur aufhören von dem Lied? Nein, bitte nicht. Please stop it. Get some help. Dieses Lied einfach. Ich bin ein echter Countryboy. Kennt das wer von euch dieses Lied? Das ist echt schrecklich. Boah, der ist geil, der Tahoe. Der ist ja mal mega geil. Ich glaube, daraus habe ich eine gepanzerte Version gemacht. Muss ich mal gucken. Haben wir irgendwo gepanzert, den Wagen? Countryboy. Wie kommt wieder diese Frage? Was nehmen wir für ein Auto mit? VW Passat. Oh, der RS7, der geht relativ schnell sogar. Der RS7. Das ist ein schnelles Auto. Das ist ein sehr schnelles Auto. Das ist sehr teuer. 60.000. Aber Audi RS7 fanden sehr viele auf dem Server. Weil der halt schnell ist. Also das merkst du halt. Hatten wir auch mal eine Verfolgungsjagd gehabt, falls ihr euch daran erinnern könnt. Der ist richtig schnell gegangen, der Wagen. Der ging richtig ab. Audi A8 haben wir auch. Ein R8, genau. Audi R8. Hm. Alter BMW. Das Problem ist, da draußen ist ein Cop, der chillt und wartet, was ich hier mache. Alter, der chillt hier und wartet. Okay, einen Crown Vic könnte ich sonst noch fahren, ne? Ich weiß aber nicht, wie schnell der fährt. Und Dodge Charger. Vance 24. Oder ich kaufe halt wirklich den M5. Hätte ich auch Bock drauf. Der kostet 50. Der ist sogar günstiger als der M2. Der M2 kostet 60.000. Der M5 kostet 50.000. Muss ich so drüber nachdenken, weil der M5 ganz geil, ne? Oder ich hole mir irgendwas Geländefähiges. Dann bin ich sehr schön über den Berg, wenn mich irgendwer verfolgt. So ein Buggy zum Beispiel. Damit könnte ich einfach über das Gelände abhauen. Da draußen steht halt ein Cop. Ich kann dir so lange nichts kaufen, solange er da draußen steht. Das ist ein bisschen problematisch. Was der Lange da war. SUV. Oh, Kombi. Eigentlich so ein M5 Kombi wäre doch mal lässig. Das fährt auch keine Sau. M5 Kombi. Ja, doch. Würde ich hartfeiert irgendwie. Kann der Cop da draußen bitte weggehen? Ich möchte hier nur was kaufen. Danke. Ich gehe da wieder. Ich tue so, als hätte ich nichts gekauft da drin. Ich habe das Gefühl, der wird jetzt warten, bis ich hier ein Auto ausparke, ne? Ist das ein Auto offen gelassen? Ne. Alter, der Wagen ist halt schon nice, ne? Guck. Guck dir den Benzer an. Das ist so viel Polizei gerade. Bruder, ich möchte auch nur ein Auto kaufen. Oder ein Quad, ne? Ja, aber Quad. Quad wäre aber geil am Land eigentlich, jetzt, was mir gerade so kommt. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Ein Quad, damit könnte ich ja fahren, wo ich möchte. Wäre schon geil. Aber ich weiß nicht, wie schnell das Ding ist, ne? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, nicht so schnell. Aber doch, Quad wäre geil. Sollen wir jetzt ein Quad kaufen? Und sagen, es ist ein 50 Kubik Quad? Weil es schaut ja nicht groß aus, ne? Es kostet ja nicht viel. 15.000. Und ich habe Fun damit. Ich glaube, das Quad kannst du richtig geil tunen sogar. Weil, da gab es ein Update fürs Quad. Da kannst du richtig geiles Tuning dran machen. Karl-Heinz auf dem Quad würde ich schon fühlen. Doch, das wäre... Ach komm, ich kaufe einen Quad. Das kostet 15.000. Warte, wir machen das. Wir tunen das mal. Ich glaube, da gibt es echt geiles Tuning für das Ding. Also, ihr werdet staunen, was man daran machen kann. Weil ich habe schon mal eins gesehen. Irgendwer auf dem Server hatte da schon mal einen Quad gehabt, was du richtig geil tunen konntest. Ist das wohl das Richtige? Oh, ne, sagt ich, das ist das Falsche. Oh, ne, da gibt es keine Anbauteile. Hä, welches hatten die denn? Es gab irgendwo ein Quad, was du richtig krass tunen konntest. Warum geht das hier nicht? Och, ne, ist das das Falsche? Das war doch das Ding hier. Ich bin mir sowas von sicher, dass das das Ding hier war, was du so tunen konntest. Also, ich fahre nochmal zurück. Was war das andere? Wirklich jetzt? Scheiße. Das Falsche gekauft hat. Lass mich nochmal gucken. Das gibt es doch gar nicht. Irgendwas ist da mit mir rumgefahren. Quad. Das ist es aber nicht. Das, was hier, das Teurere. Das war so ein... Das ist der Sound auf der Spende. Ne. Ne, das war nicht das, Leute. Das ist ein anderes. Und was müsste das hier sein? Das, das... Nicht das ATV war es, das war das andere. 100%ig. Aber irgendwie geht das nicht mehr zum Tune. Also, irgendwas ist da kaputt an dem Teil. Anscheinend, so wie es aussieht. Äh... Irgendwer hat das mal gefahren und da waren so viele Tuning-Teile dran an der Kiste. Also, irgendwas stimmt da gerade nicht. Also, irgendwas ist da kaputt oder so. Das war 100% pro, das Ding da vorne. Das, was jetzt da draußen steht. 100%ig. Oder muss man da irgendwas... Warte, kann das sein, dass sich da irgendwas ändern muss, dass das so wird? Weil ich, ich hab's, ich hab's ja gesehen. Irgendwer hat er da so eine, so eine Wheelie-Bar und alles dran an dem Teil. Ich bin mir so sicher. Ist ja vielleicht irgendwie, muss ich da... Vielleicht muss ich da irgendwas umstellen. Das kann sein. Tank, Tachometer. Oder irgendwas hat sich da umgestellt. Das kann's auch sein. Aber es macht keinen Sinn. Nee, das ist... Alter, das ist komisch. Hab doch wen gesehen, der da mit rumgeguckt ist, wo alles verändert war in der Kiste. Es gibt zwei... Das ist bei Kategorie Gelände. Das war noch ein anderes Sport, das... Ey, ey, laber nicht. Das gibt's nicht. Nee, das kann nicht sein, Leute. Hä? Das ist die Sportversion. Da gibt es drei Stück. Oder kann das sein, dass wir die nicht mal im Shop haben. Einfach über Extras. Nee, über Extras auch nicht. Nee, das ist das einzige Quad, was wir aber in so einem Shop haben. Außer, dass es gibt... Wir haben zwei Quads im Shop. Das eine ist dieses eckige ATV, das andere. Ich bin grad so verwirrt. Wir haben das doch gehabt, oder? Oder ist das unter Gelände? Nee, unter Gelände gibt's nur einen Buggy. Nee. Haben wir nicht. Das gibt's nicht mehr, oder so. Das hat doch einer gehabt, das Ding. Schau mal, hier ist Quad für 15.000. Dann gibt's hier dieses ATV für 29.000. Aber das ATV ist nicht das, was ich mein. Das ATV... Ist nicht das. Ich mein, genau das da... Mit dieser Form, genau so nur mit Tuning-Teilen. Und das gibt's hier irgendwie nicht. Das haben wir nicht im Shop. Nee, das gibt's nicht. Ich guck grad hier alles durch, das ist... Also entweder ich bin blind, oder... Weil die Leute meinten, es gibt noch ein anderes, ein drittes hier drin. Aber das ist hier nicht. Hier sind keine Quads sonst. Es gibt noch das... Das Trike gibt's noch für 30.000. Aber das meine ich ja nicht. Es gibt nur die zwei Quads. Das Quad und das ATV. Und das Quad hier... Da gibt's die Tuning-Version davon. Schade. Es gibt noch eines mit der... Äh... Mit der Wheelie-Bar. Sieht genauso aus. Genau, ja. Das gibt's. Schau mal, Homeland. Ich schau mal, wie schnell das Ding fährt. Boah, ist das langsam. Da waren doch zwei. Ja, aber das ATV meinte ich nicht. Ich meinte das andere. Streetblazer ist... Ja. Gut, dann haben wir das aber nicht. Dann kann's... Weißt du, was nur sein kann? Vielleicht, dass irgendein Admin das mal gefahren hat. So, just for fun. Das kann sein. Das glaube ich nämlich. Aber das war auch nicht das von Tesla. Nee, dann hat das höchstwahrscheinlich... Dass irgendein Admin ist damit rumgegurkt. Und ich dachte, das gibt's zum Kaufen. Ich dachte, man kann das Ding hier einfach umbauen... ...zu dem anderen... ...Gerät, ne? Schade. Außer es gibt hier vielleicht irgendwie so umbaumäßige Dings. Aber es gibt's hier nicht, ne. Es ist short jetzt. Ich hab gedacht, man kann Skytunen. Dann ist es halt eh kacke. Dann kommt das Ding weg. Ja, Extras hab ich auch schon geguckt. Gibt's nicht. Das ist nicht das. Es ist ein anderes Quad. Es sieht standardmäßig gleich aus. Aber es hat einen anderen Namen vom Spawning her. Finde ich schade. Ich dachte, das wär das, ne. Ich dachte, man kann das. Das bin ich traurig. Bei Andels Autohaus. Nee, die haben das auch nicht. Die haben das nicht. Also das doch nicht. Also Gelände. Ah, jetzt hab ich mich so auf dieses Quad gefreut. Und jetzt das nicht. Schade. Achtung, das Areal um die Bug. Oh, perfekt. Dann können wir was... Wobei, der wär doch auch nice. Stellt euch vor, wir holen uns ein Buggy. Und bauen den komplett um. Und fahren dann da mit Offroad. Das wär auch lustig. Aber dann siehst du halt, dass Karl-Heinz drin sitzt. Ähm, nee. Also SUV, X5, SUV, ich weiß nicht. Irgendwie würde ich mir gerne den Taro hier holen. Ich find den cool, den Wagen. Der kostet 40.000. Aber ich find den nice, den Wagen. Den würde ich mir gerne holen. Den kannst du, glaub ich, auch von den Scheiben her tönen. Würde ich fühlen, das Ding. Taro für 40k. Weil keinen Plan, wie schnell das Ding fährt, ne? Oder ein Tour-Reck. Für 26k. Was sagst du zum Tour-Reck? Fettes Auto. Oder da weiß ich halt nicht, ob man es tönen kann. Oder den Buggy, ne? Aber da siehst du halt, dass Karl-Heinz drin sitzt. Das ist das Problem. Irgendwie find ich den Tour-Reck geil. Ich find, der hat was. Optisch. Fahrt auch nicht jeder, das Ding. Vor allem, ich glaube, der ist sogar relativ schnell als Tour-Reck. Weil ich glaube, der hier ist gar nicht mal so schnell. Der Taro. Ich glaub, der ist relativ langsam sogar. Ich hab irgendwie Angst, den zu kaufen. Wobei, der kostet 26.000. Damit mal eine Runde ziehen. Und schauen, wie schnell der fährt. Weil fährt halt niemand das Ding. Und dann geil herrichten. Taro denkt jeder Cop. Das stimmt auch wiederum, ne? Wenn du da mitkommst, denkt jeder, dass du ein Cop bist. Das ist halt auch geil, ne? Taro kostet aber 40.000. Er kostet halt nur 26.000. Fragen über Fragen, was gescheiter ist zum Holen. Der Tour-Reck ist jetzt schon nice, ne? Guck dir das mal, wie brutal der aussieht. Vor allem hinten der kleine Spoiler und so. Ist schon cool. Tour-Reck ist schon geil. Ich suche halt was zum Off-Road-Fahren. Würden wir mal damit wegkommen. Über die Berge. Tour-Reck kommt mir nur etwas riesig vor. Im Vergleich. Soll ich den Tour-Reck einfach holen und probieren. Den haben wir ja. Den X5M haben wir ja mal gekauft. Glaube ich sogar. Sau viele schreiben, die sollen wir den Buggy holen. Das ist der Sound auf der Spende. Ich weiß auch nicht, wie schnell der Buggy fährt, ne? Aber 7000 Dollar kann es auch nichts falsch machen. Ich hol mir den mal. Buggy, du willst nur fahren. Aber du kannst bei dem die Scheiben krass tönen. Beim Tour-Reck kann man sie tönen. Stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Im Tour-Reck, dann kannst du die Scheiben geil tönen. Das ist halt das Ding, wenn ich mit dem hier fahre. Mit dem Buggy, weil es hier aus Karl-Heinz drin sitzt. Ich habe einen Urus. Ja, stimmt. Ich habe einen Urus. Aber ich würde gerne was fahren, was ein bisschen unauffälliger ist. Oder wir fahren halt mit dem Buggy und haben unseren Spaß unseres Lebens. Das wäre halt auch geil. Komm, scheiß auf, wir holen uns einen Buggy und haben Spaß damit. Wobei ich nicht weiß, wie schnell der fährt, ne? Aber damit dürften wir theoretisch offroaden. Das ist halt cool. Bei 7000 Dollar machst du nichts falsch. Und Anbauteile gibt es auch. Ja, klar gibt es ja Anbauteile. Das ist halt geil, ne? Am Buggy. Anbauteile hast du ohne Ende. Und damit dürfen wir sogar Offroad fahren. Also das ist Win-Win-Win-Win-Situation. Oh, wir können Hardtop drauf machen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist nice. Frontstoßstange, Grill, Heckstoßstange, Käfig. Was können wir hier machen? Ach, Gurte können wir hier einbauen. Ja, gut, die beilern wir rein. Seitenschweller. Anbauen, weglassen. Spoiler. Oh, 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 ui. Hallo. Aber hallo. Ich überlege nur den Seitenschweller. Wobei, ich lasse den weg. Mehr Bodenfreiheit. Mit Felgentyp könnten wir Offroad machen. Ja, machen wir Offroad-Felgen dran. So richtig heftige. Alter, das wird ja richtig spaßig, da mitzugurken. Das finde ich jetzt schon lustig. So, da kommen aber, was hauen wir da für welche drauf? So standardmäßig? Ja, komm. Standardmäßig Felgenfarbe machen wir schwarz. Ja, schwarz. Oh, das wird lustig. Da habe ich Lust drauf. Kennzeichen, Eck, Kennzeichen, Front, Koffer, Raum, Lackierung. Ich will den komplett schwarz machen, oder? Alles black. Boah, sieht ja echt mega aus, das Ding. Also, es war eine gute Idee, den zu nehmen, wirklich. Also, danke, die Leute, die mir gesagt haben, wir sollen wir den holen. Weil der sieht ja echt nice aus, so, zum Fahren. Und passt auch zu K1, weil er halt klein ist, der Wagen. So, Scheinwerfer. Da gibt es nichts mehr zu machen. Ja, passt an sich, ja. Kann man so lassen. Verbesserungen noch, Bremsen, Federungen lassen werden so. Getriebe, Motor. Alter, das kostet gar nichts, denn das Turing, das ist so geil. So, fertig ist die Kiste. Ist das geil. Oder gibt es noch Extras? Ne, schade. Kofferraum. Motorhaube hat da kein, da hat ja nichts. Lackierung? Auch keine. Okay, schade, dass das keine Extras hat. Ich dachte, vielleicht kann man die Kennzeichen ablutieren, oder so. Boah, ist ja richtig nice. Das ist ja aber mega. Also, ich gehe, das gefällt mir richtig gut, Leute. Also, das ist ja top, die Idee mit dem Buggy. Und Offroad-Felgen. Sollen wir ganz schön tanken fahren. Das ist mir nicht wieder so ein Malheur passiert wie davor, wie letztes Mal. Weil ich musste mal ausfahren. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt. Also, so schnell wird der, glaube ich, nicht fahren. 200, wann war es das? Das ist ein Fun-Mobil. Kompletter Fun. Fun-Faktor 100. Offener Motor sogar hinten. So, tankt mal das mal auf. Unterwasserkurt, M5-Kombiböde. Ja, jetzt haben wir erstmal unseren 7000-Dollar-Buggy geholt. Mit 50 Kubik, genau. Ihr werdet lachen. Aber ich bin in Griechenland, bin ich damals einen 50 Kubik-ATV gefahren. Also, so ein Strand-Buggy. Mit 50 Kubik, sowas gibt es halt wirklich. Halt viel kleiner ist das Ding. Aber trotzdem, theoretisch, wenn sich irgendwer nicht auskennt, sage ich, aber das Ding hat 50 Kubik und fertig ist die Sache. Ja, das hat 50 Kubik, ist ein Mini-Auto. Macht aber echt mega Spaß damit zu fahren. Gut, damit, wenn wir hier mit Off-Road fahren, haben wir alles geschafft. Aber, dass du auch Bescheid weißt, wenn du, äh... Kaufen sie den Wagen nicht, der ist kacke. Ist das ein Kind am Steuer? Ja. Ist das ein Kind am Steuer? Oh, nee. Rechnung, ja. So, wir fahren den mal aus der Waage, oder? Hätte ich gesagt. Macht ja mega Laune, das Ding. Oh, Alter. Oh, für ein Buggy? 200 ist okay, ne? Das ist ein Korb. Oh, kurz gesagt, der hat das nicht gesehen, ne? 190 Pferder. Ja, ist halt langsam. Aber, ey, besser als... Besser als nichts, oder besser als der Wagen vorhin. Damit können wir immerhin... Oh, nein. Das war's für uns. Das war's jetzt. Ja, das war's für uns. Da sitzt sicher die Urinente drin, muss man aufpassen. Und weg. So, ist das mega. Guck. Irgendwas macht mega Spaß. Ist doch immer, was ist denn doof, was passiert, was die Urinente? Ich hoffe. Äh, der andere fährt ja heute mit der Kiste, oder? Ich weiß es nicht. Doch, der hat sich doch vorhin damit angehalten. Ja, klar. Der war ja vorhin mit der Kiste am Dings. Am, äh, wir essen. Oh, macht das Spaß. Schau mal. Wir haben gerade den Kopf einfach abgeheckt. Einfach drüber und wechseln mal. La-da-di. La-da-da-da-da-da. Das Ding ist halt echt fies, ne? Einfach mit dem Strandbagi übers Gelände abbauen. Aber dafür ist der Wagen ja auch gemacht, ne? Dass du hier schön im Gelände fahren kannst. Und das andere cool ist, dass wir den Motor hinten haben, weil wenn wir irgendwo mal gegen Felsen oder so fahren, wird der Motor nicht kaputt. Das finde ich halt auch nice. Wenn du halt geländemäßig fährst und du fährst die ganze Zeit mit dem, mit der Front irgendwo gegen, was ja öfters mal passieren kann, dann fängt der Motor irgendwann an zu rauchen. Und so haben wir es halt richtig geil, wenn du irgendwo in so einen kleinen Baum oder so reinfährst, dann fängt der Motor an, nicht an zu rauchen. Also der Buggy ist ja mega gut fürs Offroden. Macht auch Spaß damit zu fahren. Was ist denn da passiert mit der Highspeed-Unit? Was ist denn da hinfahren gerade? Oh, ist das fies. So. Also auch Wunschkennzeichen noch dran machen. Warte mal. Das könnten wir. You don't. Ne. Slow down das Kennzeichen. Anbringen. Das wäre ein lustiges Kennzeichen. 50 Kubik? Hahaha. So. Wir könnten so 50 Kubikzentimeter schreiben, theoretisch. Ja, passt. 50 Kubikzentimeter. Das passt schon. Das passt schon. Unser Buggy mit 50 Kubik. Das steht drauf, Leute. Das steht drauf. Der. Wenn mich ein Kopf fragt, warum ich den fahre. Oh ne. Da vorne ist er. Oh ne, Alter. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da hat mich gesehen. Aber sowas 100%. Ich hatte mich gerade gesehen. Scheiße. Da ist er. Da ist die Highspeed. Da ist die Highspeed, Leute. Das ist schnell weg. Ich wollte auch gerade tanken gehen. Ups. Oh ne, ey. 50 Kubik, Andi. Ich habe ja nicht. Ich weiß nicht mal, ob das Andel ist. Aber ich glaube, er ist es. Weil er fährt. Ja, es ist ein Cop, der alleine fährt. Und es ist dasselbe Auto. Also es muss. Es muss Andel sein. Mit der Arme. Ich wollte nur tanken fahren. Er denkt sich, ich catch ihn gerade oder so. Ich hoffe, dass er nicht da hinkommt. Oh, oh. Der ist offen. Cool. Jetzt muss ich mir merken, dass er offen ist. Ist ja richtig nice. Kocht hier jemand? Oder sieht das so aus? Das sieht so aus. Ich liebe diese Karre jetzt schon. Damit beitest du ja die Cops richtig ab. Ich bin mir schon fast Leiter Andel. Wir gehen schon tanken zu dieser einen Tankstelle da hinten. Oh, ist das... Da vorne ist ein Cop. Oder ist er das? Ist er das davor? Guck mal, da vorne ist ein Cop. Ich glaube, dass... Ich glaube, aber wir lassen nicht weiterfahren. Oh ne, der dreht jetzt nicht um, oder? Weil da vorne fährt irgendjemand. Ich seh's aber von hier aus nicht. Irgendwer fährt hier vorne. Ich hab richtig Schiss gerade. Ich weiß nicht, ob das ein Offroader ist oder so, ne? Komm, fahr mal einfach. Ich will tanken. Ist das Kopflose? Ist das halt ein Kopfloser zu sein? Startdruck hat das werden. Insi-bumsi genau. Was ist das denn? Ist das ja gar kein Kopfloser. Hallo, äh... Hallo? Ihr müsst auch tanken. Ich mach Platz für dich. Wir können zu zweit tanken, wie du dich auch anders hinstellst, rückwärts. Ja, okay. Vielleicht klappt das. Du hast hier den Tankdeckel rechts. Also ich hatte noch nie so viel Spaß mit einem Auto, wie mit der Kiste gerade, ne? Ich schwöre euch, ich bin so froh, dass ich auf euch gehört habe, mit dem Buggy gekauft habe. Du bist aber jung. Ja, ich fahr ja auch nur 50 Kubik. Ja, sportlich, sportlich. Sportlich, sportlich, ja. Wie schnell fährt das, wenn ich fragen darf? Hm, 190 mit Tuning. Oha. Macht aber Spaß, weil man da mit dem Gelände fahren kann. Das glaube ich, das ist echt cool. Ja, ich fahr damit schon die ganze Zeit hier rum. Macht richtig Spaß. Gut, man sieht sich. Jo, ich find dir noch viel Spaß. Was machst du hier in der Wüste? Ja, ich guck mir ein bisschen die Wüste an. Weil du siehst gerade blutig aus. Hattest du heute eine Operation? Ja, ich hatte einen Motorradunfall vor einer Stunde ungefähr gehabt. Ja, man sieht's, die wurden sich noch nicht ganz abgehalten. Gute Besserung. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Guck mal, ein netter Junge. So, dann fahren wir wieder auf die Autobahn, oder? Auf geht's auf die Autobahn. Oh, warte, mich hat ja wer angerufen. Mich hat ja letztes Mal wer angerufen. Ich hab das gar nicht gecheckt, dass ich... Ich hab mich da angerufen. Die Frau Geldautomat hat sich ja, ne? Ah, nee, hier. Ich ruf doch mal zurück, wer war denn das? Ich wollte vergessen, dass ich einen Anruf in Abwesenheit hatte. Die fahren mal Richtung Palito. Wobei, ist er nicht gesperrt? Ich glaub, er ist gesperrt, ne? Will ich jemanden Fallschirm oder so kaufen? Er kann immer einen Fallschirm gebrauchen, oder? Kommen wir mit dem Auto eigentlich in den Walmart rein? Das ist ja so klein. Also, ich glaube sogar... Oh, wir passen damit sogar in den Walmart rein. Wir können da Drive-In machen. Das ist ja mega. So, ich hätte bitte gerne einmal... Ein Fernglas. Das klappt. Und dann hätte ich... Oh, ich passe sogar hier durch. Und dann hätte ich noch bitte gerne einen Fallschirm. So, ich brauche eine Taschenlampe. Und einen Ball nehme ich mit. Und einen Fallschirm. Perfekt. So, dann gehen wir noch... Dann gehen wir noch in die Snack-Abteilung. So. Da nehme ich ein bisschen Red Bull und was Sandwiches mit. Cool. Wollen wir mal hier lang. Was gibt es hier zum Kaufen? Oh, Alkohol. Das kaufen wir nicht. Rot gibt es hier. Low Price. Alles gute Preise hier. Und fertig. Oh, cooler Drive-In hier. Besser als hier der McDonald's Drive-In. Hier kriegst du alles. Na, verbrauchen wir mal Richtung Palito. Jetzt habe ich einen Fallschirm gekauft. Brauche ich noch was? Wir könnten wieder... Ach, stimmt. Handschirm und so. Sollten wir vielleicht mal wieder kaufen. Wenn wir wieder was brauchen. Eine Waffe brauchen wir auch so langsam wieder mal. Können wir damit mal einen Rauch durchstarten oder so. Hätte ich voll Bock drauf. Wenn ich so drüber nachdenke mit dem Teil hier. Rauch bin ich voll viel... Das bin ich falsch abgewogen. Na egal. Komm, wir gehen jetzt mal die Handschirm und so kaufen. Phil, danke fürs Rückwerden. Unter Wasser Kurt. Egal, der ist auch sexy. Ja, komm, der ist geil, der Wagen, oder? Ist zwar langsam, aber damit kannst du offroaden. Kannst du alles machen. Vor allem, wie viel Spaß man mit der Kiste hat. Guck mal, kann sich richtig geil driften und so. Und schau, wir müssen nicht... Wir können hier einfach langfahren. Guck, wie schön langen das hier ist. Nie wieder an die Straßenverkehrsordnung halten. Und das Auto ist so klein, dass Karl-Heinz perfekt reinpasst. Guck mal. Karl-Heinz kann vorne endlich mal rausgucken, weil die Scheibe so weit unten ist. Bei keinem Auto kann Karl-Heinz rausgucken, außer bei der Karre hier. Ist also maßgeschneidert für uns. Und das für 7.000 Dollar, bitte. Das hat nichts gekostet, das Auto. 7.000 Dollar. Es ist nur die Frage, wie viel Platz haben wir im Kofferraum? Da haben wir... 50 Kilo Platz haben wir im Kofferraum. Das ist viel. Also für so ein kleines Ding ist das schon viel. So, wir gehen mal kaufen. Handschellen kaufen wir. Augenbinden kaufen wir auch. Die Kuh da vorne kaufen wir gleich mit. So, wir haben das auch. Eine Waffe brauchen wir noch. Oh, nicht angeschneidert. Anscheinend, für was sonst habe ich hier diese Gurte gekauft? Warum ist hier Sperrgebiet? Da vorne ist Sperrgebiet. Was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin. Ich wollte eigentlich Waffen kaufen gehen. Stimmt, da vorne ist mein... Handschellen-Schlüssel. Ja, die kriegen wir beim Dingstrüben. Beim... Bei der Tankstelle. Stimmt, wir dürfen nicht vergessen. Die Handschellen-Schlüssel. Äh... DarkenTV, so auch Ronny Birkanack. Danke fürs Sip werden. Magdeburg, FCM, Beck11. Danke für deine Donation, Freunde. Von 99 Cent. Vielen Dank. Jeder Cent ist es wert, vorgewiesen zu werden. Atze Grünkohl. Voll mit 25 Euro und Fies. Soll ich das jetzt vor? Komm, dann lasst es aber mal regnen. Oder wisst ihr was? Hauen wir mal einen Herzring raus für euch, Leute. Über 8000 Leute. Leute, haut auf den Like-Button. Lasst ein Herz im Chat. Da würde mich sehr freuen. Leute, hau mal den Herzring rein, bis der Bob wieder zugreift. Und alles raussperrt. Das geht nicht mehr. Einen Herzring im Chat. Herzring. Hau mal raus hier. Einen Herzring. Einen Hardrain. Fällt gerade ein, das Ding ist gar nicht zugelassen, ne? Also egal. Das ist halt eh voll egal. Ich darf damit eh nicht legal fahren. Wobei, dann geht das mit der 50 Kubik-Sache ja gar nicht durch, wenn ich damit vielleicht jemand finde, der mich damit durchlässt. Ah, ich soll das vielleicht doch anmelden. Geraldine. Dankeschön für den Euro. Sage of Falk. Wie wäre es mit einem SUV-VW-Turic? Ja, den habe ich mir vorhin überlegt, aber jetzt sind wir doch zum Ding gekommen. Liebt vegan statt brutal. Vielleicht kann man mal zurecht gehen. Die Dame hat ja recht an sich, ne? Sie hat ja nicht unrecht. Ist ja wohl geldautomatisch und vegan. Muss ich sie fragen. Ich glaube aber nicht. Warum sein Serien-Chunkie kann GTA zocken? Wegen den vielen Spoilern im Spiel. Oh mein Gott. Kannst du mal Karl-Heinz GmbH auf die Autos machen? Die Autos liefern. Ach so, Karl-Heinz GmbH aufmachen, die Autos liefern. Mit dem könnte ich machen, theoretisch. Wäre cool. Dann fahren wir den ganzen Tag mit dem Gabelstapler rum und liefern Autos zu ihrem Ort. So, ich muss da hinten hin. Das ist mein Bestimmt. Oh, oh, ich wollte doch in den Laden rein. Da wollte ich noch was holen im Laden. Ist doch der richtige? Ne, ist der falsche. Ey, ich muss zur Tankstelle im Laden. Es ist um 24.07. Und den Schlüssel. Bist du schon vegan? Leider nicht. Nero-Tis-Youtube. Danke für 90 Cent auch. Vielen Dank. Chuck Norris ist auch da. Uiuiui. Der echte Chuck Norris hat gerade vorhin donated. Wenn du ein Stuhl wärst, welche Berühmtheit würdest du auf dir sitzen lassen? Boah, was ist das für eine Frage? Wenn du ein Stuhl wärst, wen würdest du auf dir sitzen lassen? Boah, das ist schwer. Welchen Star würd ich auf dir sitzen lassen? Welchen Stuhl wäre? Boah. Also ganz schön eine perverse Frage, ne? Das ist ganz schön pervers. Ne, lass mal überlegen. Wenn würde ich auf mir sitzen lassen? Ähm. Boah, das ist eine echt schwere Frage. Welche Berühmtheit? Das ist der Sound, auf der Spinde. Boah, das ist echt schwer zu sagen. Ich werde diese Frage jetzt ernsthaft beantworten für dich, ne? Dass du es weißt, weil du Chuck Norris heißt. Boah. Hab ich jetzt die... Nein, jetzt hab ich die Schlüssel nicht gekauft. Ich bin Trottel. Ich war doch im Laden, um die Schlüssel zu kaufen. Ich kauf rumpellos und geh wieder. Das ist wieder so typisch, Alter. Das ist wieder... Mein Brain war wieder AFK, weil ich nachgedacht hab. Ach, super, Alter. Jetzt weißt du... Das ist wieder komplett. Das ist wieder komplett. So, jetzt aber... Boah, ich wüsste aber echt nicht, ne? Welchen Star will ich auf... Das ist halt echt dumm. Die Frage eigentlich. Domme. Ne, ähm... Boah, ist echt... Boah. Ich werde diese... Ich will diese Frage ernsthaft beantworten. Aber mir fällt gerade echt kein Star ein, die ich mir sitzen lassen würde. Also gar keine Ahnung. Kommt ihr... Ich bin komplett überfordert mit dieser Frage gerade. Zum einen, weil diese Frage man sich auch pervers denken kann. Zum anderen, weil ich diese Frage legit beantworten möchte. Aber mir nichts einfällt. Weil mir kein Star einfällt. Keine Ahnung. Für mich fällt gerade wirklich nichts ein. Entlock 17 mit? Immer mit. Mit 30 Munition. Habe ich eigentlich noch Munition dabei? Drachenlord. Dann halte ich es aber nicht lang durch. Oh, mir fällt was ein. Ähm... Ich würde... Ich würde... Jimin von BTS auf mir sitzen lassen, dass ich bei Shandle angeben kann. Das würde ich machen. Von BTS, dieser... Naja. Man kann sich vor Shandle angeben, dass er früh gesessen hat. Weil mir gerade keine bessere Antwort einfällt. Aber ganz ehrlich, mir fällt gerade echt nichts anderes ein, außer nie diese Antwort zu geben. So. Ich gehe nochmal tanken und dann schaue ich mal. So. Mikasa danke für 5 Euro und Janik danke für 1 Euro. Daniela Bucher danke auch für 2 Euro. Wie scharf man ist, dass du dich an einen erinnerst, wenn du den Namen nicht erinnerst? Solange du dich... Solange du den Namen gleich hältst, erinnert man sich. Am besten sind sowieso Namen, wie man sich merken kann. Einfach so... Magna Lung kannst du dich auch merken. so einfach einfallsreichen Namen. So einzigartige Namen. Wenn du jetzt Phil heißt, könnte man sich auch irgendwann mal verdutzen, dass man es nicht mehr weiß. Keine Ahnung. Es gibt viele, die Phil heißen. Das habe ich so geschrieben, aber sobald du das umschreibst, weiß ich auch nicht mehr, wer du bist. Das ist halt schwer. Ronny Birkhan, vielen Dank Ronny. Frage, die Sachen aus deinem Shop, werden die auch in die Schweiz geliefert? Natürlich. Die auch in die Schweiz geliefert. Ich glaube, es fallen halt nur höhere Kosten an. Aber es werden auch in die Schweiz geliefert. Aber an eurer Stelle, Leute, habe ich noch warten in dem Shop. Ich würde jetzt an eurer Stelle nichts bestellen, weil der neue Shop ist bald coming soon. Ist dann der neue Merch da, also wo auch bessere Qualität ist. Also viel besser. Es wird zwar ein Stück teurer, das Ganze, aber nicht viel, sind ein paar Euro mehr. Aber dafür hat man bessere Druckqualität ETC. Also wenn ihr in Zukunft Merch kaufen wollt von mir, dann bitte nicht jetzt. Jetzt ist gerade ein sehr schlechter Zeitpunkt, weil wir bald den neuen Shop halt releasen und der neue Shop sehr viele coole Sachen beinhalten wird. Da werdet ihr Augen machen, da werdet ihr staunen, was es da alles Cooles gibt. Und da ist Qualität besser. Einfach besser. Deshalb, kauft wenn dann im neuen Shop, wenn ihr neuen Merch haben wollt. und noch nicht jetzt. So, fangen wir mal in die Stadt rein. Also ich habe jetzt eine Waffel gekauft, ich habe Handschel, ich habe alles für den Rauch gekauft eigentlich. Aber ja, freut euch auf den neuen Shop, das wird geil. Auf jeden Fall sehr geil. Einfallsreicher Name ist mein Name einfallsreich. Auf jeden Fall einfallsreich genug, dass man sich den merken kann. Ein einfallsreicher Name. Sehr toller Name, wirklich. Das ist Xion Unterhosen, aber das gibt es nicht. Xion Unterhosen wird es nicht geben, nein. Aber ganz tolle anderen Sachen. Stone, wenn ihr dein Name, kann man sich auch merken. Das ist toll. Das sind so Namen, die merkst du dir für immer, die werden dir alt. Ich werde Unterboden beleuchten noch einmal in die Kiste, hätte ich gesagt. Äh... Ich hätte zum Konvoi mitgefahren. Im Kartellkonvoi. Also ich frage mal, das ist Kind. Boah, voll cool. Seid ihr irgendwie, seid ihr Politiker? Ist da der Präsident drin, da vorne? In irgendeiner ist der Präsident drin. Hallo? Sind sie Präsident? Cool. Der Unterboden brauche ich unbedingt noch für die Kiste. Das muss. Boah, ich habe ja keinen Unterboden-Controller mehr. Scheiße. Ich hoffe, das war jetzt kein Kopfhaut. Hin. Wenn das jetzt ein Kopfhaut war, dann habe ich ein großes Problem jetzt. Oh ne, da sind ganz viele Kops. Oh nein, 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 oh nein. Oh, 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 oh nö, oh nö. Und das ist ein Offroader und ich bin sowas von hart gearscht, Leute. Mein Arsch geht mir jetzt ganz schön auf Grundeis. Ja, das war's. Ja, das war's wieder für mich. Auch wenn er es nicht zugibt, aber sein Arsch geht ihm ganz schön auf Grundeis. Das war's jetzt, Leute. Das war's jetzt mit mir. Ähm, wir machen jetzt einen schönen Ausflug mit dem Ding und schauen, ob wir damit wegkommen. Okay, ähm, das war's doch nicht, ähm, der Polizist hat gerade einen schönen Überschlag vor uns gemacht. Oh mein Gott, war das gerade peinlich. Habt ihr das gerade gesessen? Der ist fünf Meter gefahren und der hat sich zerstört, Alter, der Arm. Oh mein Gott, oh mein Gott, das muss immer's klippen, ey, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich muss mal den Wiederholer angucken. Ey, Gott sei Dank hab ich genau in den Momenten nach hinten geguckt. Oh, ist der großartig. Der Typ darf jetzt eine Stunde Krankenhaus-RB wegen mir machen, weil der da hinten reingefahren ist. Ah, nee. Oh mein Gott, der Arme. So, bitte mal ran vorbeifahren, gucken, ob's dir gut geht. Ah, der ist gerade frisch aus der Werkstatt draußen. Ich schmeiß mich weg, ey. Der ist gerade frisch aus der... Ihr müsst euch vorstellen, der holt gerade sein Auto ab, weil das schwer verunfallt war in der Werkstatt. Vielleicht kommt er gerade aus dem Krankenhaus ab und holt sein Auto ab, weil es schon einmal überschlagen hat. Jetzt fährt er da fünf Meter raus, verfolgt mich und in meiner ersten Kreuzung schmeißt ihn raus. Aber ganz ehrlich, wie schafft man sowas? Wie hat der das bitte hinbekommen, dass der sich mitten auf der Straße in der Stadt überschlägt? Da war nicht mal was. Warte, ich guck mir das nochmal an. Da war doch nicht mal was. Der hat... Den hat's einfach... Ey, Leute, den hat's einfach überschlagen ohne Grund. Der ist einfach gefahren und auf einmal war der weg hinten. Oh, warte, das muss ich mir jetzt... Ey, das ist so... So funny, ey. Was hat der gemacht? Ist der zu schnell um die Kurve oder was? Oh, ich kann... Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, was macht der denn? Der ist da volle Kante in die Kurve reingefahren mit Vollgas. Der ist ja mit Vollgas geradeaus weiter. Der arme Junge. Ich wollte doch nur die Unterbombeleuchtung einbauen lassen. Ah, scheiße. Ey, der tut mir gerade so leid, ne? Der tut mir gerade halt legit echt leid. Der arme Vollzist. Oh, nee. Oh, nee, ich steck fest. Oh, nein. Oh, ist das jetzt das Karma, von dem ich gerade gehört habe? Wobei, der ist ja selber schuld. Oh, nee. Das ist jetzt Karma, das hier stecken bleibt, ne? Ey, das ist doch echt Karma. Das Karma existiert einfach. Gibt euch das. Gibt euch die Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme da nicht mehr raus. Das ist doch echt Schmutz. Oh, mein Gott. Das ist so Karma, weil ich den so ausgelacht habe. Muss halt nicht sein, ne? Das war la Krise. Oh, nee. Naja, wir hätten jetzt wenigstens Zeit. Oh, 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 oh. 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 Oh, Bruder. Was habe ich das jetzt geschafft? Doch, kein Karma. Schön. Karma ist doch ein Ding, was ab und zu funktioniert und ab und zu nicht. In diesem Fall hatte ich jetzt doch kein Karma bekommen. Ere geht raus an meinen Karma. Oh, ah, Hirsch. Ey, der wurde jetzt doppelt überfahren. Der hat, der hat den gerade überfahren, nicht ich. Das war der. Der war schuld. Ich habe ihn nur erlöst. Schau mal, jetzt fährt er weg. Guck mal, wie er jetzt wegfährt, weil er sich, weil ich jetzt denke, nö, den lasse ich jetzt da liegen. Den armen Hirsch. So, ich müsste tanken fahren, der Tank ist wieder fast der, das Ding, ähm. Einfach der Profi, ja. Gerade einfach geprofit rausgefahren. Das Geile ist halt, du bist halt damit richtig undercover, wenn du alles ausmachst hier. Die ganzen Lichter einfach ausmachen. Cops sehen dich niemals mit der Kiste. Du bist so klein, du kannst dich überall verstecken. Das ist der absolute Burner, das Auto. Ich schwöre euch, das wird mein Lieblingsauto demnächst. Damit werde ich jetzt immer fahren als Karl-Heinz. Alleine, was ich da gerade für einen Luck hatte, dass der Off-Roader da das Fliegen gelernt hat in der Kurve. Oh, das ist so schön. Sollen wir dran vorbeifahren und dem zuwinken? Sollen wir mal vorbeifahren und gucken, wie es ihm geht? Ich glaube, das ist jetzt ein Rieseneinsatz. Sergeant Connors, danke für 5 Euro, vielen Dank. Yassi, danke für 2 Euro. Wichtiger Witz, wie können 4 weibliche Personen auf einem Stuhl sitzen? Okay, den kann ich leider nicht vorlesen. Lieber wichtiger Witz, das geht leider nicht. Dafür werde ich erstmal gesperrt für 5 Monate. Oh, hört ihr? Da kommen sie schon. Da kommt schon, äh... Rettung, Feuerwehr, alles drum und dran. Kai Catman, danke für den Euro, vielen Dank. Da Kai. Komm, wir fahren mal dran vorbei und schnuppern mal rein. Das muss... Das darf ich mir nicht entgehen lassen, wie das aussieht. Das war hier vorne, ne? Oder war... Ne, warte, das war mal da hinten. In der... In einem anderen Kreuz. Oder war es hier? Ja, wo war denn das? Wo hat es denn aufgeschlissen? Oh, da. Ah, hier vorne war das. Hier muss das gewesen sein. Darf er mal vorbei. Da vorne war es, ja. Guck mal, ja. Ja. Das war so, wie er liegt. Guck dir das... Oh, ne, weg. Oh, ne, ich kann nicht mehr. Auch zu müde, auch zu schlafen. Oh, das ist mir so schadenfreudig. Das krisen, ich habe doch mit dreifach jetzt zurück irgendwann. Oh, ich kann nicht mehr, wie der da lag, gerade rechts. Nur mal schön vorbeigefahren und gewunken. Oh, ne. Aber der Kollege war schon da, um zu helfen. Es ist aber noch kranken... Krankenhaus der Pies noch da. Der Arme. Oh, ne. Tut mir so leid. Das ist immer lustig. Oh, Kartell. Ich bin jetzt nicht mal mit Absicht hier vorbeigefallen. Kartell observiert anscheinend. Ich kann mal Richtung Hauptplatz haben in der Kiste eigentlich. Im Laufe des Streams geht es noch zurück. Ja, schau mal mal, ob ich es zurückkriege. Bis jetzt geht es mir gut. Bis auf, dass ich einmal gecatcht wurde, voller Koppario. Aber ich muss sagen, mit der Kiste hier, komme ich gut weg vom Fleck. Jetzt fehlt nur noch... Ach, Nossen müsste ich noch kaufen irgendwo. Ich muss... Weißt du was? Ich frage jemanden, der mir Noss besorgen kann, weil ich... Ich kann nicht... Och, ich wollte das Ding noch anmelden. Stimmt. Ich melde das noch schnell an, das Teil. Ich bin jetzt kaputt. Hallo. Hallo. So viele Mädchen. Was geht ab, Kaleins? Hallo, ich versichere nur gerade mein neues 50-Kubik-Buggy. Ja, okay, jetzt ist er vertieft in sein Tablet. Warum sind denn da so viele Mädchen? Gute Frage, nächste Frage. Kann ich dir leider gar nicht machen und ich bin mit meiner Frau da. Arbeitest du hier? Schön wär's. Weil dann würde es heißen... Die Motorhoferschule... Waisel. Okay, cool. Cool. Richtig cool. Und warum bist du hinter der Theke? Ich möchte mich auch gerne einmal wichtig fühlen. Ach so. Oder hilfst du beim Führerschein, dass die spicken können? Ähm... Bitte sag das nicht so laut, ich muss da ein bisschen mogeln damit, dass meine Frau überhaupt schafft. Kannst du mal... Sag mal, ich... Ich komme da gleich rüber und helfe dir. Okay, tschüss. Ja, das war gerade ein bisschen gespenst. Oh, das war sein... Das war sein LKW-Steel. Oh, ne, nevermind. Der macht gerade seinen Führerschein. Oder so, irgendwie in seiner Form. Ist ja wirklich gespenst. Von J1 zu 7. Wie nennt man Kandienchen im Fitnessstudio? Das Pumpernick hat er in Kämmer war schon. Ja, schon old. Ich habe schon so oft gekriegt. Das ist unglaublich. War viel, ne? Für 5 Euro. Ich hoffe, die waren es wert. Und ja, ich tanke das Ding hier sehr oft auf, weil ich weiß nie, wann Cops kommen. Und je besser wir das auftanken, desto besser ist es. Macht Sinn, ne? Ja, gufid. Wie danke für einen Euro? Sergeant Connors tanken für 5 Euro auch. Vielen Dank. Wobei, das habe ich schon vorgelesen. Ein kompletter Depp. Mal besser zweimal vorgelesen als keinmal, oder? Ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Äh. Shishkabab. 185. 185. Ich bin gar nicht da. Ah, komm, mich kennst du noch. Doch noch. Dr. Pimmelhut? Sag mal. Was? Du sollst dich, glaube ich, nicht mit dem Auto erwischen lassen, gell? Dr. Pimmelhut, warum hat er 50 Kubik? Ach, darfst du den fahren? Ja, weil der nur 50 Kubik hat. Der ist ja hinten fett drauf. Wie schnell fährt der denn? Langsam. Das ist voll schlau. Voll schwart. Dann schreib ich demnächst auf meine schnellen Autos drauf, dass die bis 130 kmh gedrosselt sind. Und dann fällt mich keiner mehr an, weil die ja nicht mehr schneller fahren. Ja, pass mal auf, ich geb mal Vollgas, der ist voll gedrosselt. Pass mal auf, aufpassen. Voll gedrosselt. Schneller geht's nicht. Bitte, was? Wir haben einen Papageien zugelegt. Demnächst fliegt im Krankenhaus auch ein Papagei rum. Cool. Dann haben wir einen Krankenhaus-Papagei. Ja, ich muss weiter, ich muss den Unterboden einbauen. Mach das, mach das. Ich muss Nitro holen. Schön. Ich hoffe, dass jetzt das Ding offen hat, ohne dass da Cops sind. Ich muss den Unterboden einbauen und ich muss Nitro kaufen. Alles Sachen, die ich muss. Schön ist, dem ist es immer relativ egal, die Mechaniken hauptsache sind, die Geld. Ist doch so, oder? Alter, so schnell. So schnell, Robert, nicht so schnell. Wobei, wird der da nicht wieder hergebracht, der Typ mit seinem... Oh Gott sei Dank, kein Kopter und kein Marschen, so wie es aussieht. Das ist sehr gut. Ich hoffe so sehr, dass der nicht kommt. Aber das Ding sieht doch geil aus, oder? Ist doch nice. 50 Kubik Gieß da. Boah, cool, Polizei-Autos. Boah, cool, Porsche 911. Cool. Turbo S, voll cool. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Verkaufen Sie Nussflaschen und Unterbodenbeleuchtung? Ich noch nicht, aber ich kann mal einen Kollegen fragen. Ich brauche Unterbodenbeleuchtung und Nussflaschen. Für welches Fahrzeug? Äh, da vorne der Buggy, der 50 Kubik Buggy. Ja, werde ich mal nachfragen. Danke. Retrix, bin schon ewig dabei. Kennst du mich noch? Liebe Grüße, Dario. Retrix sagt mir sogar was. Muss dann länger her sein. Aber Retrix ist ein Name, dem mir irgendwie gerade sehr Dings vorkommt. Ich kann mich nicht exakt daran erinnern. Aber Retrix, kommt mir bekannt vor. Vielleicht wegen HelloTrix. GoofyTV, danke für eine Eurone vorhin. Vielen Dank. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit kein Cop kommt, weil der müsste, also der eine Wagen, der den es überschlagen hat, der müsste hier bald ankommen. Der müsste hier in den nächsten Sekunden noch... Oh, Polizei. Uiuiuiui. Aber der eine Wagen sollte hier bald ankommen. Aber das sieht schon mega aus, ne? Ich überlege, soll ich hier den Seitenteil noch anbauen? Aber dann sieht das kacke aus, oder? Zeitenteil. Ähm. Das wollte ich nicht. Na komm. So sitzt man richtig. Wir fahren heute kein Roller mehr. Heute wird hier nur noch Strandbaggy gefahren. Oh, ich muss so dringend Pipi, ey. Das ist der Sound, auf der Spende. Hm. Frage, ob die dir ein Dokument ausstellen, dass der Baggy 50 Kubik hat. Gar nicht mal so eine blöde Idee, ne? Aber können sie nicht, weil das Ding hat halt keine 50 Kubik. Das würde, das würde vor der Polizei nichts verändern. Gar nichts. Dokument. Weil, ähm. Wobei wir könnten RP-technisch, könnten wir sagen, kannst du 50 Kubik einbauen, aber dann wird es halt trotzdem, RP-technisch kann Sinn machen, weil das Ding halt trotzdem keine 50 Kubik hat, wenn es 200 fährt. Hm. Eine Drossel wäre aber cool zum Einbauen, also wenn es sowas RP-technisch geben würde. Drossel-Einbau, Drossel-Ausbau, würde ich fühlen irgendwie. Ach, bitte sag nicht, dass das ein Kopf ist. Bitte sag nicht, dass das Polizei ist. Das Polizei ist, können wir gleich abhauen, aber ich... Ja, ist ein Kopf. Scheiße. Oder? Oder ist das Kopf? Ist das Polizei? Nee. Warst du nicht Karl-Heinz? Ob ich's war oder ob ich's bin? Ob du's bist. Ja, warum? Ich wollte nur sicher gehen, ich hatte dich einmal vor dem Gerichtsgebäude gesehen. Ach so, okay. Wann war das? Da hattest du den Rasenmäher mit Blaulicht. Ah, das kann ich mich erinnern, doch. Ja, ja. Da hattest du den Rasenmäher mit Blaulicht. Ja. Sag mal, wenn ich dir 5000 hebe, Ja. Meinst du, du könntest mir eins von da hinten ausbauen und mal Mercedes einbauen? Nee, kann ich nicht, weil sonst kommt Polizei und krieg ich Hausverbot. Das war aber ich mir nur ausgeborgen, das ist wieder zurückgegeben, wenn ich das für jemanden anderen mache, wäre blöd. Okay. Aber Polizei mag mich gerade sowieso nicht. Hallo. Wieso? Oh, hallo. Wegen meinem Auto. Ich darf hier das einbauen und so weiter. Also, ähm. Ist offen. Also, mach ich dann für die zwei Noßflaschen 5000. Mhm. Und für die Unterwohrbeleuchtung hast du da schon einen Controller? Nee, brauche ich noch. Ja, nein. Dann mach ich das 10.000, also insgesamt 15.000. Okay. Okay. Dankeschön. Danke. Dann baue ich die Unterwohrbeleuchtung mal ein. Könntest du kurz runtergehen vom Fahrzeug? Ja, klar. Und einmal aufschlappen. Oh, da kommt er. Schauen wir mal, wer da kommt. Da kommt er. Da kommt er. Waren, guck. Oh, nee. Da ist ein Kopf. Ui, ui, ui. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Oh, ich hoffe, der sieht mich nicht. Nein, da rennt er. Da rennt er. Scheiße, da rennt er. Oh, ich hoffe, der sieht das nicht. Ich hoffe, der sieht das nicht. Scheiße, da ist ein Kopf. Da kommt mich genau das Auto von vorhin an. Der Herr Überschlag. Der Herr Rollover ist da. Moin, bin seit Anfang am Aero-Projekt dabei. Respekt, was du auf die Seite gestellt hast. Dankeschön, LeonFLK083. Was ein schöner Name. Immer so lustig, wenn man die Zahlen noch mit aussprechen muss. Aber danke für die Props. Iceman82 auch. Danke für den Euro. Psychic Brabding, den kennen wir ja auch noch. Das haben wir ja vorgegeben mit dem Dokument ausschauen. Aber es bringt sich leider gar nichts. Huber, der echte. Dank fürs Resubben. Ich hoffe, der macht das schnell. Ich hoffe so sehr, dass er das... Weil da hinten steht ein Kopf. Seht ihr den? Ich hoffe, dass der nicht irgendwie gesnitcht hat, dass ich hier drinnen bin. Ach nee, bitte nicht. Ich hoffe, der redet da mit dem. Guck. Der zeigt dir irgendwas. Das und dann machst du das gleich mit mir. Die kann man dann ändern. Achso, die habe ich schon geändert. Ja, okay. Aber unter Boden geht nicht. Ah, okay. Dann würde ich nur mal gucken, wie viel das Team kostet. Okay, einfach kostet ein paar Tage, oder? Genau. Ja. Das ist gefährlich. Ich glaube, die haben das nicht gesehen, dass ich hier bin. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, haben die das jetzt nicht gesehen. Weil die suchen genau dieses Fahrzeug mit genau dem Kennzeichen. Wenn das aufgeschrieben hat, der Typ im Überschlag-Auto, dann weiß er, dass er das ist, ne? Ich bin seit den 40k dabei. Echt krass, was auch so ein Projekt gemacht hast. Kuss. Seit 40.000. Holy shit. Frag doch, ob du eine Lizenz für dieses Auto kriegst. Ja, kann ich vergessen. Seit ein... Wobei, ich könnte es probieren, weil es doch relativ langsam, 180 fährt er halt. Aber ich weiß nicht, ob ich da eine Lizenz vom Staat bekomme. Da müsste ich hingehen zu Frau Geldautomat und fragen, aber eher nicht, dass ich da was bekomme. Ich bin jetzt froh, dass es erstmal angemeldet ist, das Fahrzeug. Da könnte ich im schlimmsten Fall der Fälle sagen, dass es 50 Kubik ist und wenn sich da wer nicht auskennt bei einer Verkehrsanhaltung, könnte es sein, dass er mich weiterfahren lässt mit dem Dokument, was ich da vorzeige. Aber ich glaube nicht, dass das durchgeht, oder? Ist halt... I don't know. Wiederum steht das Kennzeichen da auf dem Motor drauf, ne? Das könnte echt... hinkommen. So viele verunfallte Fahrzeuge, wie wir schon gesehen haben. Der Wagen hier vorne, der wurde ja bei Grape Seed ist der verunfallt. Wo der Typ im Rollstuhl saß. Ich muss erst mal hier alle Leute wieder finden, die sich verunfallt haben. Herr Niklas, danke für das Wittbeeren. Flachwitz, treffen sich zwei und der eine kommt nicht. Es sitzen zwei im Stehcafé, ist auch ein guter. So, soll ich dir in der Rechnung schweifen? Ja, bitte. Alles klar. Ist bezahlt. Ist das schon fertig? Ich muss das Fahrtück noch ablassen und dann noch final kurz anschließen. Okay. Das Spoiler hinten ist halt auch nice. Auf so einem Strandpark gehen Spoiler. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das ist seit langem die beste Investition, die wir hatten, Leute. Seit langem. Retrix hat damals sehr oft gespielt. Ja, ist schon länger her, ne? Dankeschön nochmal hier an Retrix. Aber warst du die ganze Zeit dabei? Oder wie? Jetzt immer? Am Start? Bin misst bei, ich meine, wir sind jetzt 7000 Zuschauer, ne? Kannst halt niemals alle Leute im Chat sehen, leider, ne? Hast du nicht noch ein bisschen für so'n Gefährt? Ne, hat ja 50 Kubik, steht ja drauf. Hab ich ja so gekauft. Ja, ja. Aus dem Gebrauchtwagenhändler, ne? Ja, klar, aber da ist 50 Kubik Motorswap hab ich gemacht. Da ist jetzt ein 50 Kubik Rollermotor drin. Irgendwie kann ich das sehr schwer glauben. Ja, steht doch drauf. Guck mal. 50 Kubik steht doch drauf. Okay, und wenn ich bei mir auf ein Kennzeichen schreibe, es fährt nicht schneller wie 80, dann... Naja, muss man ja, muss man dann aber ja machen. Oh, ne? Ich hab ja den Motor geswapt. Da ist ein anderer Motor jetzt drin. Ja, klar. Boah, cool. Ja, gut, funktioniert alles. Cool. Ähm, auch keine Scheiße am besten. Ne, ne. Und ja. Dankeschön. Aber tolles 50 Kubik Fahrzeug. Danke. Also zumindest sieht der Motor dann danach aus. Ja, klar ist es ja auch. Ich bin jetzt auch nicht so gut damit ausgerufen. Also, für den Tag noch. Danke. Eieiei, wenn du das mal gut geht. Ich fände nur noch meine Farbe ein. Ich bin nicht verantwortlich, was passiert. Ich, ich denke da eher an mein eigenes Wohl. Rote Unterbohrnbeleuchtung und ab geht's. Geil, oder? Oh, mega das Ding. Und da ist denn schon ein Kopf. Oh ja, das ist ein Kopf. Ja. Stell ihn weg, stell ihn weg, stell ihn weg, stell ihn weg. Das war ein Kopf, das war ein Kopf, das war ein Kopf. Was ist denn da her? Ich weiß, ich seh's leider nicht. Ne. Hey, warum ist der nicht hinter mir hergefahren? Sieht das Ding ja noch krasser und brutal aus, als davor. Ist es wild, ne? Ja, der Chat schreibt schon wild aus. Nur in der Nacht muss ich's vielleicht ausmachen, dass die Cops mich nicht finden damit. Also da mach ich immer Licht aus, dass ich, dass ich weg bin. Wobei genau in der Nacht sieht's halt geil aus. Nossflasche hab ich auch zwei geholt. Also es kann nichts mehr schief gehen mit der Kiste. Wir haben alles gemacht, was geht. Mehr geht halt echt nicht. Ich werde das mal ausfahren mit einer Nossflasche. Oder soll ich's erst behalten, bis mich ein Kopf erfolgt auf der Autobahn oder so? Ich schau mal. Ich fahr mal Richtung Autobahn. Ich will's mal ausfahren, das Gerät. Mal schauen, was wir mit Noss zusammenkriegen. Ob wir damit 200 knackeln. Weil ich bin damit bis jetzt 190 maximal gefahren, glaub ich. Und schneller ging das Ding halt nicht. Soundtechnisch ne Meisterleistung, das Gerät. So 50 Kubik. 50 Kubik, 2 Takt, blunder. Wobei es gibt ja auch 4 Takt, 50 Kubik. Ist halt eher selten, aber gibt es. Ein Freund von mir hat da so einen Roller mit 50 Kubik und 4 Takt. Also hat dann zwar keine Leistung, so kann's auch nicht viel dran tunen oder sowas, aber... Alter, ich dachte schon, Polizei fliegt hier oben. Bruder, Herzinfarkt. So, erstmal tanken fahren. Und dann schauen wir uns mal die Nossflasche zu nehmen am Highway. Ja, 190 fährt sie. 203 bin ich grad gefahren. Geil! Mit Bump 203 ist drin. Muss aber Glück haben. Aber bin grad 203 gefahren mit der Kiste. Geil. Also schafft sie schon 200 mit, äh... Mit Bump schafft man schon. Dann schätze ich mit Noss 250, so. 260, 270. Was schätzt ihr im Chat, wie schnell wir fahren mit Noss? Also wenn wir 200 fahren mit dem Bump, dann kann ich mir vorstellen, 250. Wobei, ich glaub, ich glaub 270. Wenn wir gut fahren, 270. Ah, ich schätze 270, ja. Aber der Dunk ist echt schnell leer, ne? Aber ist halt... Ist halt ein kleiner Motor drin. Das ist halt auch... Kleiner Tank, kleiner Motor, alles klein da drin. Wir nehmen echt jeden Stream, weil seit sechseinhalb Jahren... Was? Retrick seit sechseinhalb Jahren in jedem Stream mit am Start. Das ist echt heftig, wenn das stimmen sollte. Weil es gibt ja Leute, die schreiben das hier mal rein, dann sind sie es gar nicht. Aber ich glaub's jetzt mal. Weil der Name mir schon was gesagt hat, irgendwie. Also seit sechseinhalb Jahren dabei, Alter. Da muss ja noch aus der Anfangszeit kommen, wo ich noch keine Facecam hatte, oder? Das muss, äh... Ja, das ist schon saulang, ja, sein. Weil ich hatte ganz am Anfang keine Facecam im Livestream. Meine ersten Livestreams waren ja GTA 5, ähm... LCBDF... äh, LSBDFA waren so die ersten Livestreams, die ich gemacht hab. Das war nicht mal im Online-Modus, so. Oh, heftig. Das Ding könnten wir mal, ähm... waschen gehen, ne? Fällt mir grad ein. Fangen wir schon zu ner Waschstraße, machen wir hier die Sachen weg. Das Ding wieder schick ist. Schick. Ab zur nächsten Waschstraße. Und drüber wohl den Hügel. Weil soll ich das Ding einparken, in der Unterbodenbeleuchtung? Ich hoffe, das speichert, ne? Das soll es vielleicht einparken gehen, nach der Unterbodenbeleuchtung. Hoffentlich ist es nicht zu sehr kaputt, das Ding. Jo, wir machen das ja wieder sauber, relativ. Das ist doch ein bisschen Dreck dran. Halbwegs sauber, aber nicht ganz. Aber die Reifen sind komplett sauber wieder. Ja, schön. immerhin. Beschweren kann man sich jetzt eher weniger. Schauen wir mal. Das kostet ja so eine 1% Crazy. Ja, gut, das geht. Ich hab jetzt schlimmer gedacht. Oh, was hat das denn noch für ein Kennzeichen gehabt? Das ist cool... 50 Kubik E hier oben. Perfekt. Einen Tank hat er sich nicht gespeichert sehe ich gerade bei dem Wagen. Hatte ja viel mehr Tank gehabt drin. Wieder tanken fahren. Dann hat er sich nicht gespeichert. That's bad. Auf RLU 3.0 gefixt, ne? Sagt man so schön. Da wird jeder Tank direkt gespeichert. Jetzt ist er wenigstens wieder gut aus dem Wagen. So. Dann fahren wir auf die Autobahn und dann fahren wir die Kiste aus. OCB Slim. Habe mein Moped von Ori auf 80 Kubik getunt, aber 4-Takt-Roller habe ich auf 80 kmh getunt. Pfuscht liebe Grüße aus Niederösterreich. Ein 4-Takt-Roller mit 80 kmh zusammen pfuscht. Das ist eh eine Kunst. Wenn du einen 4-Takt-Roller irgendwie zusammenpfuschen kannst, ist er 80 wert. Was? Aus so einem 2-Takt, da kannst du ja viel rausholen. Da gibt es ja... Ich glaube es gibt ja 110 Kubik ähm... Kit gibt es dafür. Da kommst du auf ähm... 30 PS glaube ich. Über 30 PS schaffst du damit. Ist halt schon krass für so einen 2-Takt-Motor. Voila. So gut, da musst du halt alles machen. Da muss halt alles gemacht werden. Sonst sprengt es dir alles in die Luft. So, fangen wir das Ding mal aus, du. Ey, jetzt sehe ich es gerade erst. Seht ihr die Halterung? Ist ja voll realistisch gemacht hier. Wo ich das Ding mal anbitte. So. Ist ja die Halterung da hinten. Die Auspuffhalterung. Ist ja richtig geil gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da sind so Schellen drum rum und dann wird das hier anmontiert am Fahrgestell. Da drogst du echt mal was gut gemacht, finde ich. Sieht richtig gut aus. Das sind so die Details, die ich halt feiere an so Autos. So, jetzt fangen wir das Ding aus. Nitro rein. Scheiß drauf, wenn eine Flasche weg ist. Ich will es ausprobieren, wie schnell das Ding fährt. Vielleicht findet man ja auch irgendwo ein wildes Andel auf der Autobahn. Wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall Richtung Stadt einwärts müssen wir das machen. Da kriegen wir den meisten Speed durch Bumps zusammen. Das heißt, wir müssen da eh relativ viel Speed aufnehmen. So, 174. Wenn wir jetzt Glück haben, fahren wir hier 180. 183 ist schon sehr schnell. So, 180. Also statt einwärts müssen wir das zünden. Ja, ich schätze 260. Wir haben erfahren. 260, 270 um den Dreh. Mal den Vollgas rein zünden. So, 272. Sobald wir dann Richtung Blitzer fahren, zünde ich das denn durch. So, mal hier weg, genau. Und die jetzt so langsam. So, und nach dem Ding hier. Wenn hier jetzt steht 130. Muss es auch bei den Autos vorbei, dann zünde ich das hier durch. So, jetzt. So, jetzt. Äh. Ja, wie ich gesagt habe. Oh, ne, schneller. 2,84. 2,84. 2,84 ist drin mit der Kiste. Das ist eh schnell. 2,25. Alter. Das Ding geht eh schnell. Wenn man es möchte, dann geht's. Oh, ne. Ich habe Polizei irgendwo. Boah, Alter. Ich saß dir ganz kurz das Interview her. Sheesh. Weg da. War ganz schnell. Ha, 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 ha. Na, Ferrari habe ich überholt. Wer kennt es nicht? Einer schreibt, 2,88 ist immer gefahren. Geil. Also, wenn ich jetzt NOS zünde, würde ich hier voll abziehen, ne. Aber ich mache es nicht. Oh, krass. Also, echt schnell das Teil. Echt schnell. Kann man sie nicht beschweren. Ah, die muss ich schon wieder tanken? Das gibt's doch gar nicht. Ist der, ist der, ist der Tank so klein. Gut, man sieht den Tank hier und ist halt echt klein. Trotz kann nicht sein, dass der so viel Tank zieht. Schon wieder fast die Hälfte leer, Alter. Ich bin, äh, warte, wo war ich tanken? Das war oben in, äh, in Sandy war ich doch tanken gerade eben. Von Sandy Richtung Stadt einwärts ist es ein Drittel weg. Einfach weg. Mehr als ein Drittel ist weg. Das nervt halt irgendwie auf Dauer, immer tanken fahren mit der Kiste. Logistics LSPDFA warst du, äh, anfänglich ohne Cam. Hab die Streams echt gefeiert in einem Stream. Die Spendenanzeige mehrmals gewechselt wegen Fool. Was? Die ist mehrfach gewechselt? Achso, meinst du diese Spendenanzeige oben, diese, diesen, äh, diese, diese Bar oben, diese, da wo nur standen, so ein Limiter, ne? Weiß schon. Weiß ich noch. Doch, 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 das ist so lang her. Da sind wir dann voll, wa? Na krass. Ey, kann man die Leute auf dem Server auch optisch zu dem aus dem Film umbauen lassen? Ne, leider nicht. Aber wir haben den aus dem Original, haben wir als Admin-Fahrzeug zum Spaß zu haben. Aber den kannst du da nicht so umbauen und filmen, nein. Und du kannst den halt nur, ähm, optisch lackieren und leistungstechnisch was tunen. Das muss ja ja einfach nicht sein, ne? Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch der Buchstabe W? Ja, die sieht aber auch schon alt. Haha. Mal kurz an zu uns krallen. Ja, leider keine Highsmith-Duel wär da, ne? Weil das wär abfuck, wenn jetzt da irgendwo eine Highsmith-Unit wäre. Und ich dann einfach wieder über die Berge wegziehe. Aber krass, dass die Cops bis jetzt nichts so gemacht haben, irgendwie. Also, bis jetzt, schau uns nicht los gegen das Ding hier. Wir könnten das Ding noch blinkend machen, dann sind wir ja noch anziehender für die Cops eigentlich. Und es blinkt. Das liegt die Polizei ja auf LNO. Wir sind ja auch dafür angehalten. Wird ja mal stillgelegt. Das wird jetzt erstmal... Wird erstmal mit einkassiert, das Ding. Ich will mal nach Palito heute nicht fahren. Und ich wollte erstmal schauen, ob ich vielleicht ne Geisel oder sowas finde. Das ist das Erste. Ich wollte vielleicht heute noch, äh, ne Geiselnahme machen. Oder wir überfallen oder so. Da hab ich voll Bock drauf. Ich find halt nur keinen. Ich muss das irgendwo im Land machen. Das heißt, wir fahren hier links ab. Wir fahren dort hin, wo wir letztes Mal jemanden gesehen haben, der da angebaut hat, hätte ich gesagt. Also hier hinten. Ja, Handschellen und so haben wir jetzt alles, ne. Also wenn wir jemanden mitnehmen wollen, können wir das jetzt auch in den Buggy halt, ne. Oh, ne. Oh, ne. Bitte sag ich nicht, dass ein Polizeihelikopter da läuft. Bitte sag ich nicht, dass ein Polizeihelikopter da läuft. Bitte sag ich nicht, dass ein Polizeihelikopter ist. Bitte. Wenn das ein Kopfhelikopter ist, dann hab ich reingeschissen. Wortwörtlich. Wobei ich hätt ne Idee, aber trotzdem kacke. Wer suchet, der findet. Hier rein. Hätt ja sein können, dass da irgendwo wer ist. Er war's ja nicht. Er hätt ja sein können. Oh, wobei so ein Orange wäre ganz geil, als... Wenn wir grad einordnet mal so. Wie sieht denn so Orange aus? Orange. Oh, ne, da kommen welche. Ne, nicht ganz so geil, wie ich mir gedacht habe. Äh, sah es gut besser aus, glaub ich. Das ist nicht so geil. Irgendwo Frucht besser vorgestellt. Was war das hier so? Ne. Ach komm, lass mich die Farbe einstellen. Meine Güte. Mein Gott, Walter. Oh, das sieht aber auch nice aus. So ultraviolett. Was sind mehr violett? La que pide, he? Feier ich. Hat was. Das sieht doch mal geil aus. Weil mir danach sieht das besser aus. Ultraviolett. Wir sind ja auf der Suche einer Geisel, Leute. Wir wollen jemanden mitnehmen. Oder jemanden überfallen. Oder mit jemanden ein Juve machen zusammen. Das ist, äh... Das wird lustig mit der Kiste hier. Das wird richtig lustig. Wenn's hinhaut. Das sieht doch nicht so aus, als würde irgendwo jemand kommen. Hoppala. Das wird alle irgendwo und nirgendwo. Ich weiss auch nicht. Das taugt noch gar nicht. Boah. Ein bisschen aufpassen, Karl-Heinz. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal tanken fahren zur Sicherheit. Und dann... Ja, schauen wir mal. Jetzt wird's nämlich dunkel. Ich glaub ich fahr... Ja, ich glaub ich fahr ich schon Palito. Da war ich heute noch nicht. Da wird immer was los sein. Palito ist zweiter Hauptplatz gefühlt. Also, da müssten wir ihn finden. So, schauen wir mal. Dann macht Blaulicht rein. Würde ich gerne. Würde ich echt gerne machen. Kann ich aber leider nicht. RP-technisch. Jetzt sind wir jetzt auf einem anderen Level. Da müsste ich zum Polizeiauto gehen. Das soll ausbauen. Dann müsste ich das schon RP-technisch verpacken. Als Karl-Heinz. Oh, lustig wär's. Ja, also auf nach Palito. Gucken wir mal, ob wir da eine Geisel finden, die wir mitnehmen können. Oder überfallen können. Mal schauen. Oh, scheiße. Hat's ihn wieder überschlagen? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, wenn das derselbe Typ vom vorhin ist, dann hat er echt einen scheiß Tag gehabt. Das war derselbe Auto. Ich glaub, das war sogar derselbe Dude gerade eben. Mitten auf der Autobahn sitzt er da. Mit seinem verunfallten Auto. Das gibt's doch nicht. Und ich rase beim 50 Kubik, äh... Ja. Richtung Palito. Ja, arme Junge, wenn das derselbe war. Alter, dann muss er echt einen scheiß Tag gehabt haben. Ich hoff's zumindest, dass das nicht wahr. Wenn doch, dann RIP. Hat heute ein ganz schlechtes Karma. Da muss er irgendwas angestellt haben, dass er sowas erlebt. Mein Rubbelos hat mir auch, by the way, gesagt, ich komme heute noch ins Ding rein, ne? In, äh... Hier Richtung Krankenhaus. Aber ich bin noch nicht im Krankenhaus. Es ist, glaube ich, kein Mod da, schreibt mir beim Chat. Ist ein Mod da? Wenn ein Mod da ist, dann bitte in den Chat schreiben. Weil irgendwer das halt rein schreibt. Aber ob einer da ist. So. Bei uns krallen kannst du noch einen Fahrstoß immer laden. Natürlich. Ist ja mit Marius zusammen. Aber anderer Marius. Nicht der Marius von heute. Weil ja auch irgendwas mit Fisch hieß. Marius Fisch hieß. Ach, nö. Ach, nö. Da ist keiner. Ach, nö. Ach, nö. Bruder. Ich hab 100 pro gelassen, was da mehr ist. Äh, wo wurde hier was ausgeräumt. Aber es ist deshalb hier keiner. Da war hier ein Raubüberfall stattgefunden. Das kann sein. Da wurde was überfallen. Ja, natürlich. 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 Da wurde ein Raubüberfall. Ist auch da stattgefunden. Das ist der Grund, warum da keiner ist. Uns alle Angst, das Sperrgebiet. Wir können uns ja sonst hinstellen und warten bis man kommt. War auch ne geile Idee. Oder wir suchen, äh, Leute, die vielleicht was angebaut haben. War auch ne unmöglich. Weil dann müssten wir hier so ein bisschen aufhören. So ein bisschen gucken, aber... Vor allem hier ist ein guter Spot für sowas. Das ist ein guter Anbau-Spot hier hinten. Da kannst du so viel anbauen, wie du willst. Weil es sehr versteckt ist. Ich glaub, die Cops wissen das hier. Schon mal hier in der Mitte. Das ist halt geil hier. Das ist halt mega. Da kochen auch immer ganz viele Leute, aber heute irgendwie nicht. Und da zu... Hopp. Hopp, kippt, hopp. Nee, da ist heute bald niemand. Ah, fahr ich nochmal hier zurück. Ach, mit tanken fahren, stimmt. Richtig und richtig. Oft, oft passiert mir das, dass ich, wenn ich tanken gehe, irgendwo eine Person kommt auf einmal. Da hab ich sehr oft dieses Phänomen. Sobald du tanken gehst, kommt irgendwo aus dem Nirgendwo ein Typ und geht auch tanken. Tja, ob das Phänomen heute wieder zutrifft. Dieses doppelt tanken gehen Phänomen, aber ich glaube nicht. Keiner da. Das wundert mich ein bisschen. Das wundert mich ein bisschen. Sonst ist da immer was los. Eh, bitte. Du bitte geh einfach. Du warst nicht. Tankes, Feuerkanister? Ja. Ah. Chol-ooo. Apf. Tja, ob das nicht im Einsatz sind... Wir könnten gucken ob wer jagen geht. Das... Das kann dem Jäger kommt... Ja komm, wir gehen mal in Richtung Jäger. Ah, anders hab ich noch gar nicht gedacht Richtung. Jagdgebiet. Kannst du ja gucken ob wer jagen geht? Also dann sehen wir eigentlich aus dem Jäger- Shop vielleicht dazu. Nein, gegen mich glaube ich nicht. 12.40 Uhr gibt es keine neuen Dispatches. Perfekt. Ich fahre mich immer hoch, schauen wir mal. Mit ein bisschen am Glück sind da Leute und die können wir mitnehmen. Ein bisschen am Glück. Ich fahre jetzt hier bei der Heidelbergung oder auch eine Möglichkeit, ob das auch gerade kann. Ich höre auch keinen schießen, also wird gerade keiner sein am Jagen. Sehr schade. Es wird doch schwieriger als gedacht, jemand mitzunehmen am Land. Ich dachte es ist einfacher. Aber am Land ist gerade tote Hose. 126 Leute sind aber noch da. Holy shit. Aber am Land ist gerade nichts. Ich weiß nicht, was die gerade alle machen. Vielleicht sind die gerade alle fischen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die gerade alle weit draußen auf dem Meer. Auf der Suche nach einer Geisel. Wir machen heute noch ein Juwe, Leute. Ich muss nur eine Geisel finden. Dann gehe ich richtig zur Juwe und schaue, ob es hinhaut. Der Plan ist eigentlich nur mit der Kiste hier abzuhauen. Weil ein Juwe mit so einem Strand Buggy, ich glaube das gab es schon lange nicht. Ein bisschen Kreativität gefordert. Wir können uns auch noch irgendwo ein Boot hinstellen. Das ist ja auch noch geil. So Fall der Fälle, wisst ihr? Für den Fall der Fälle ein Boot. Das wir abhauen können. Würde ich fühlen. Hat sich wieder den Kopf überschlagen? Nee. Alter, guck mal hier. Ui, Memo. Vielleicht sind sie auch alle im Krankenhaus. Die Leute. Ja, dann schauen wir mal in der Stadt. Such mal in der Stadt. Ich dachte am Land kriegen wir easy jemanden. Aber sieht leider nicht so aus. Boah, Alter. Ich bin gerade erschrocken. Wir kommen aber 50.000 Autos entgegen. Oh, Polizei. Huch. Kartell versus Polizei. Da vorne ist ne. Ui. Hallo. Hallo? Nie tweak... Hallo? Hallo? Höhen Sie mich? Hallo? 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 liegt da tot auf dem boden oder so irgendwas da gerade passiert ja ich sehe schon hier gab es eine schießerei großer am besten du bringst dich hier mal in sicherheit dann geh ich weg wie er die waffe ausgezückt hat wollte ihm nur helfen da gab es gerade eine schießerei holy shit kartell gegen 1 zu 7 schießerei ist wahrscheinlich hier marsch umgeschossen durchgesehen wie das kartell gefahren ist das war die kartell schießerei gerade eben ich frage mich nur ob es gegen 1 zu 7 war aber erst das ding wenn ich jemanden am boden liegen sehe halte ich an ersthelfer ich war ersthelfer mit 13 ja ersthelfer Karl-Heinz immer vor ort und da meine ich so wie aus dem staub machen also mache ich das auch oh wir sollten vielleicht zu einer tankstelle fahren stimmt die 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 tankstellen abfahren in der stadt aber was die gescheiterste idee da findest du immer eine geisel ist der geisel spawner kann man sagen geisel spawner ich hoffe nur die verfolgen nicht mich ne wäre das sehr kontraproduktiv wenn wir mal hier richtung abfahrt und wobei hier könnten wir auch wir fahren jetzt gerade alle richtung norden das ist sehr gut für meine meine sache die ich jetzt durchziehen möchte der hat jetzt wahrscheinlich panic gedrückt bis zum geht nicht mehr das heißt alle cops werden jetzt richtung norden fahren und ich fahre jetzt richtung wien stadt wo viele leute sind und wo keine polizei sein wird vermute ich jetzt mal ich glaube nicht dass eine stadt einheit jetzt noch da sein wird oder aber schauen wir mal immer schon gleich sehen wenn wir da mit 50.000 karacho durch den hauptplatz durchfahren und indem wir polizei erst dann wissen wir das ja ja ich schätze dass jetzt keiner da sein wird vermute ich jetzt mal da ist schon mal ein auto das ist sehr gut und dank stella da ist unser auto auftanken klappt da war gerade jemand tanken da war gerade jemand tanken gut ach ach so glock ist da zum nur noch warten dass jemand kommt und den nehmen wir dann mit das heißt ich packe mich hier irgendwie ein auf die schnelle und hoffe dass hier so passt mal auf das ist unser unser hiding spot hier verstecken uns hinter dem mülleimer so wird uns jetzt keiner sehen und ich werde ganz schnell pipi gehen ich bin gleich wieder da leute ich hoffe dass in der zwischenzeit wer kommt hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja okay wie schnell fährt das Teil so ja so ist eine 200 mit ein bisschen Glück 203 jetzt 180, 190 das Teil ist aber geil für Verfolgungsjagden ja weil man überall hinfahren kann wo man möchte er vertraut mir da aber ja damit kann man überall drin weil es cool ist ich habe auch extra Offroad-Felgen gemacht und greifen dann kann man hier einfach so kann man einmal hier langfahren überall wo man möchte guck mal und wie heißt du? Thomas Prezina Thomas? ok Prezina na ich heiß Dexter warum heißt du Dexter? ist das nicht ein Hundename? ne also mir gefaltet der Name einfach dir gefällt der Name Dexter oder wie? ja meine Eltern haben mir den damals gegeben ja ich würde meinen Hund halt auch so nennen guck mal wie easy man da drüber kommt guck mal aber es sieht sehr gefährlich aus ich habe schon etwas Angst ne muss keine Angst haben mit dem Profifahrer ja ich bin letztens auch ein bisschen auf den Bergen gefahren und bin ich voll runter gestürzt das tat weh ne das passiert mir mit dem nicht und jetzt kann man hier voll cool die Aussicht genießen ja ach ich mag die Karre würde ich mir auch holen also für 7000 geht das ja ja ich sag doch 7000 da kannst nix falsch machen und jetzt dem die Flossen nach oben du Stinky äh hast du was dabei? ne grad nur 900 Dollar ja pass mal auf ich versuch dich mal ich mach schön das iPhone so du Alunke nimm dich mal mit warum machst du das jetzt? bitte was? warum machst du das denn jetzt? kleiner ja warum nicht? bist du nicht etwas zu jung dafür? nö überhaupt nicht mach dir mal Kabelbinder dran dass du da reinkommst hm hm tschi 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 so rein da du musst da eh nix aufmachen ich schneide dich mal an ja wir machen jetzt ein bisschen ne coole Tour zusammen wofür geht's? wo es hingeht es geht wo ganz wo besonders hin aber wenn uns also wenn dich die Polizei wischt das wird nicht so gut ja ist egal ich spiel ja nur ja es spielen Räuber und Gendarme du bist der Räuber ich bin der Räuber und die Polizisten sind die Gendarmen aber ich seh das jetzt nicht so als spiel ja ist schon wird lustig glaub mir bei Traumher hab ich schon öfters gespielt und ich hab nie Konsequenzen vertragen müssen das macht nämlich die Frau Geldautomat die kriegt mich da immer raus aus der Scheiße aber wir haben immer Spaß beim Spielen glaub ja das klappt hast du dir weh getan tut mir leid ich fahre uns eigentlich immer relativ gut das müssen wir nur schnell tanken fahren dann geht's los mein Hund der heißt Dexter und ist ein kleiner Stinky denn mein Hund der heißt Dexter das ist ein kleiner Stinky was willst du jetzt mit mir machen wir fahren jetzt wohin wir haben jetzt Spaß ist jetzt mein Hund das wäre ich ungern leise Hund Dexter Platz Sitz ne ich sitz ja grad ja passt doch auch oi oi ups ich hab meinen Führerschein in diesem Event gemacht ist der Bein bisschen blöd aber was kannst du denn überhaupt alt genug um das Auto jetzt zu fahren glaub ich wie alt bist du überhaupt irgendwas mit 21 oder 22 boah dann schimpfst doch aber bald mit deinem Hunde alt dann ist doch ist doch übelst altvoll ein Hund ich bin halt ich bin kein Hund ja doch bist ja der Dexter so ich schau mal ob der Laden offen hat wenn nicht dann fahren wir wieder vielleicht ist aber das jetzt nicht ausrauben oder nö oh der hat offen cool so Dexter du steigst jetzt aus ja so jetzt komm mal her ich geb dir wieder die die Handschellen dran so und jetzt gehen wir da rein und wir überfallen das Ding hier das ist für ein Schulprojekt wir nehmen das alles mit weil ich muss ich muss morgen muss ich im Schulprojekt muss ich muss ich Ringe falten ja dann tut mir das leid warte dann bring ich ihn nochmal raus boah Dexter du hast aber ganz schön Probleme vielleicht liegt das daran weil du nur schwarz-weiß sehen kannst das Hund dann komm doch mal rein ist jetzt besser Dexter ja so dann nimm mal hier Platz Sitz na mach Platz mein kleiner Hund heißt Dexter und der macht gerne Platz und außerdem hat er nen blöden Schal der ist auch angepatzt es ist noch nicht mal richtig Winter und Dexter ist schon kalt deshalb hat er einen Schal um dass er das noch nicht schnallt oh mein Hund der heißt Dexter und der hat gelbes Haar das liegt daran dass überall Pipi drin ist oh a a mein kleiner Hund heißt Dexter und der ist ganz schön ruhig und fährt auch gern bei fremden Menschen mit oh ja das beruhigt weißt du ich brauche das für ein Schulprojekt weil morgen die Frau die Frau Klebstift die hat gesagt wir brauchen ganz viele Ringe wir machen wir machen nämlich eine eigene kleine Kette aus vielen Ringen habt ihr gemeint wir sollen das alles mitnehmen was geht und das machen wir jetzt Dexter ja dann machen wir draus machen wir draus Ketten in der Schule mein Hund der heißt Dexter du bleibst aber mein Hund oder ich kann ja ich kann ja so eine Kette mitbringen warte mal ich hab was für dich ich hab was zum spielen für dich warte mal Dexter Beilfuß ja Dexter fang warum fängst du ach so du bist ja noch gefesselt Dexter opala tut mir leid hab ich vergessen hab ich vergessen kannst du den Ball dann gerne haben ich schenk den dir Dexter ich hab leider kein Stöckchen dabei der Arme wie er da steht ich guck mal mit dem Ball nehmen der Arme Puder der Arme ey da tut mir so leid aber ey Dexter ist halt echt nur ein Name oder so süß er tut mir so leid oh ne hab ich das Gefühl in die kommt keine Polizei oder die machen stille Anfahrt an die stille Treppe alter 20 Juwelen was ist denn da los Bruder Dexter komm her Beifuß nicht so nah an die Tür man weiß ja nie ich müsste aber was essen ich müsste gefüttert werden ja ich fütter dich gleich ist kein Problem hättest du auch vorhin sagen können wo du noch Kamelbinder dran hattest hätte ich dir was gegeben wäre leichter gewesen Dexter ja ich hab ja jetzt nicht gedacht dass ich überfallen werde du bist ja ein blöder kleiner Hund du musst da her Dexter du stehst den Weg ich nehme jetzt einfach den kompletten Laden auseinander es kommt keine Cops ich glaube es kommen keine Cops ich glaube die sind gerade alle beschäftigt ich nehme gerade den kompletten Laden auseinander so Dexter wir sind gleich fertig wenn jetzt keine Cops sind lass ich dich los ich höre nämlich keine komm mal bei Fuß bis zur Tür wir schauen ob Cops da sind nee es sind keine da Dexter ich nehme dir die Dinge ab pass mal auf ich nehme dir die Dinge ab sondern du bleibst hier stehen du tust dich kein Stück bewegen und du hast von dem ganzen hier nichts mitgesehen ja wir sehen uns dann Dexter viel Spaß mit dem Ball hat das gerade wirklich geklappt ohne Cops scheiße ey es hat wirklich geklappt oh mein Gott ich habe noch nie einen Juve gemacht dass kein Cop gekommen ist die haben richtig viel zu tun anscheinend mit dem Kartell oder so holy shit Leute holy shit ich habe gerade den kompletten Juve Hops genommen ich habe gerade einfach den kompletten Juve Hops genommen alter ich habe den einfach komplett weggehopst den Juve oh der arme Dexter den hätten wir gar nicht gebraucht den Herrn Dexter umso lustiger war es denn jetzt gerade es war halt echt kein Copter und ich habe den kompletten Juve das ist ey Leute das ist noch nie ich habe das bis jetzt in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen was heute jetzt hier passiert ist es war einfach das perfekte Timing weil ich gesehen habe was die Cops zu tun hatten und ich dann Richtung Stadt gefahren bin und einfach nur durchgezogen habe jetzt aber es ist doch so viel Zeit in der Zwischenzeit vergangenen was machen die sind die alle tot? ey die armen Cops sind 111 Leute da easy money gerade Alter ich habe gebt euch das bitte 269 Juwelen wisst ihr was das ist? ey wir fahren damit direkt Richtung Juve wenn ich das schaffe Alter ich hoffe dass wir das schaffen bevor Dexter uns äh äh verdeckst also wir verkaufen das jetzt direkt doch Dexter hat etwas von Beut ab darfst du nicht also er ist ja der Geisel der Geisel gebe ich sicher nichts ab wir sind also wir sind Karl-Heinz hallo wir sind ein Kind wir teilen doch nicht wir sind Karl-Heinz also wir Karl-Heinz teilen seine Beutel sicher nicht oh der arme Junge ich habe sein iPhone auch abgenommen das hätte ich ihm zurückgeben können aber bevor er jetzt die Cops ruft und sagt Karl-Heinz hat mich mitgenommen wobei er ich habe gesagt er heißt Thomas Breziner also das ist schon er weiß noch nicht wie er mich heiß wobei er hat sicher das Kennzeichen 50 Kubik ja das hat er fix äh Petro 11 dank für 23.90 Kuss geht raus nicht Petro ja Petro 11 haut raus jawohl weil wir fahren nicht über die Autobahn weil da war ja Polizei und alles wir fahren übers Gelände ey vielen Dank für 11.90 und 23.90 vielen herzlichen Dank ey ich freue mich gerade so dass wir seit langem wieder ein Juve gemacht haben und dann so erfolgreich also ich war noch nie so erfolgreich mit dem Juve raub aber das war ja gerade einfach nur Lack des Todes also mein Rubel hatte heute mehr als Unrecht weil so ein Lack dass die Cops so viel zu tun aber es nicht mal eine angefahren ist das musst du echt haben ich habe den ganzen Juve gerade gehopst alles mitgenommen was ging die arme Polizei ist komplett überfordert mit der gesamten Situation unzufrieden jetzt darfst du uns nicht überschlagen jetzt müssen wir jetzt gucken müssen wir schnell tanken gehen um auf Nummer sicher zu gehen tanken hoffen wir mal dass das klappt schau mal was dass wir es knacken also lassen wir knacken das Ding schnell dort hin die Frage ist wie kommt es am schnellsten dorthin das ist auf jeden Fall sehr viel Geld was wir draus jetzt kriegen wenn wir das verkauft bekommen das ist sehr viel um easy money gewesen gerade eben da werde ich aber von der Frau wobei die Cops wissen ja gar nicht wer ich war der einzige das weiß ist Dexter das ist der einzige der mich gesehen hat der sagt ein kleiner Junge da weiß das eh schon wie ich da starte das war so ein kleiner Junge das war so ein kleiner Butchi Bruder der hat mir einfach mal alles abgenommen ich meine das einzig Gute ist hat das jetzt ein bisschen Zeit noch haben weil der Typ halt kein iPhone hat er kann niemanden rufen das ist das einzige positive gerade zu diesem Zeitpunkt aufpassen yes let's go let's go balling let's go oh radlfahrer äh hallo Entschuldigung meine Windschutzscheibe geht doch gar nicht Bruder kannst du doch nicht machen nicht gegen die Windschutzscheibe das kostet viel Geld wenn du darauf kleben bleibst einfach so wie so eine Fliege drangeklebt erstmal mit einem Scheibenwischer runter und erstmal anspülen er ist ja selber schuld wenn man in zweier Reihe Radl fahren muss oh Randerer da nehme ich jetzt so mit ist er halt selber schuld in zweier Reihe oh da ist was los da ist gerade was los da geht es gerade richtig ab in die Pirsch der ist gefahren da runter da geht es gerade ab Leute da geht es gerade ab da geht gerade die Sausen sag ich euch da geht die Sausen so wir schauen dass wir das so machen dass wir hier hochgehen und ich hoffe das klappt so wie ich es mir vorstelle Alter ich hoffe es Leute drückt mir die Däumchen mega geil Jübelraub gerade und geil dass du bei nahem merkst Roto 1,5 Millionen 1,5 Millionen jetzt noch ein bisschen dauern aber abonniert Leute abonniert gerne diesen Kanal würde mich sehr freuen Abo dalassen Glocke aktivieren kostet alles nix es kostet euch nichts keinen Cent und ihr supportet mich damit kostenlos genauso wie mit einem kostenlosen Like könnt ihr auch gerne dalassen das ist nichts Schlimmes wenn ihr das machen könntet damit supportet ihr mich und es kostet euch nix und dauert vielleicht ein, zwei Sekunden bis ihr da drauf geklickt habt und ja würde mir sehr helfen Leute wenn ihr das machen könntet würde mir sehr helfen und würde mich sehr drüber freuen wenn ihr euer Supporter allist natürlich komplett kostenlos ne komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren okay 142.000 die waren gerade nicht die waren sogar rot das heißt ich hätte sie noch anders verkaufen können aber mir ist egal ich habe sie jetzt für einen Spottpreis verkauft war es mir jetzt wert damit ich die los werde weil ich habe kein Auto wo ich die reinlagern kann 142.000 Dollar bekommen Leute ich bin also heute läuft richtig bei mir LKW müde LKW schlafen vielleicht ist da was drin im LKW schade nix drin also hier gab es auch ein Shootout habt ihr gerade gemerkt dass da wer vorbeigefahren ist wo eine Leiche drin lag anscheinend so wie es aussah er hat die so gehalten also das habe ich jetzt gesehen vorhin schon krass und da hinten kocht glaube ich jemand 142.000 Dollar nur für mich Alter nur für mich das ist heftig viel Kohle ey ich bin gerade so happy dass ich das gemacht habe dass ich einfach diesen Zeitpunkt hatte dass das perfektes Timing war mit der Polizei und so das hast du halt auch nicht immer das ist halt sowas von selten was wir jetzt gerade gesehen haben ist mir noch nie passiert äh LRSA Dankeschön fürs oder L30RSA wir gucken wo man es aussprechen möchte danke fürs SAM LREN SUP vielen Dank ja das schafft er bestes Auto EU West mit 50 Kubik und Alter sieht der ja auch nice aus der Wagen hm ich nicht also wir schraten hier aber gab es einen Shooter oder einen Parkplatz so wie ich es mir vorstelle äh nö gab es nicht nö aber die kam ja von hier ne die kam ja ist das Polizei gegen Kartell ich weiß gerade nicht was abgeht fightet das Kartell gegen die Cops oder was ich habe jetzt keine 1 zu 7 mal gesehen aber auch als Karl-Heinz weiß natürlich nicht äh dass das das Kartell ist ähm ich glaube ist der ist der Wagen offen oh Entschuldigung ist das ihr Auto der Stadt offen nein das ist mein Auto ich wollte nur gucken ob weil der stand offen ich es ist okay ich habe nichts rausgenommen sind sie auch Verbrecher äh nein ich bin kein Verbrecher wie heißt du denn oh ich habe mich gerade erschrocken weil sie mit der Waffe gekommen sind ja ich habe mich erschrocken dass mein Motorort angemacht wurde ja ich wollte nur gucken ob der offen ist in der Stand halt offen ich wollte dann reinkommen und ihnen das sagen ähm wie heißt der denn kleiner äh Karl-Heinz warum hast du ne Maske auf nein äh bist du der Karl-Heinz der so viel Umbruch stiftet vielleicht warum hast du ne Maske auf nein äh ich darf das bist du Polizei nein bin ich nicht was bist du dann ich bin einer dem es die Polizei erlaubt hat die Maske anzuhaben werden sie gesucht kann man so sagen von wem werden sie gesucht also kleiner das sag ich dir lieber nicht warum nicht aber man weiß ja nicht ne nicht dass du ähm ich werd mal das Kennzeichen AMG Liebe und sie werden gesucht erstmal auf Ebay klein anzeigen ich meine Spaß ne ich wollte nur wissen wer sie sind weil keine Ahnung weil sie maskiert sind sag ich mich voll erschrocken und sie bewaffnet sind wie ich ähm oder mit der Taschenlampe bewaffnet psst ja wollte schon sagen woher kriegst du die Waffen ja ne Taschenlampe und so ja cool ähm andere Frage ich hab gehört dass äh du 13 sein sollst ja woher hast du ein Führerschein oder hast du ein Führerschein ich hab für 50 Kubik einen Schein ah steht da drauf 50 Kubik 50 Kubik ja fährt nicht schnell fährt 30 oder so kann ich mal zeigen ist nicht so schnell ist voll gedrosselt das Ding ciao sag ich dir mal schneller geht nicht das sieht doch legal aus ja schneller geht auch nicht aber ich find's cool immerhin ein fahrbarer Untersatz ist auch schön ja ist auch schön so ein Wüsten Buggy so ein fahrbarer Unterschenkel halt mhm so ein fahrbarer Schenkel unten genau fahrbarer C fahrbarer Käse ja cool dann wünsche dir viel Spaß bei dem verdeckten ermitteln oder was sie machen ja dir auch danke und nächstes Mal das Auto absperren ne weil die Tür stand sperreweit offen ich dachte zuerst da ist mir umgebracht rum oder so na nein danke ja cool pass auf dich auf ja ebenfalls tschüss tschau tschau 22 mit 30 verkehr an war toll Spaß mit 30 zu brettern hallo 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 da wurde drauf geschossen auf das Ding sind ja mal alle platt ich will so gerne wissen was da gerade passiert ist ich will das so gerne wissen so was machen wir mit den 164.000 Dollar wir haben jetzt auch auf der Bank ich leg das mal auf die Bank stimmt eigentlich sagen wir mit den 164.000 wir könnten davon ein geiles Auto kaufen oder an die Wohnung kann ich davon nicht leisten ne wäre aber auch mal geiles Karl Heinz sich ein Haus zu holen ich tanke das Ding mal auf und dann gehen wir das mal rüber schallern was war ja mega der Juve gerade vorhin ich glaube ich glaube die Polizei hat so viel zu tun gehabt dass die das gleich gecheckt haben mit dem mit dem Buggy die hatte gar keinen Bock mehr drauf weil die so viel zu tun hat kommt es gegen Kartell ja weil du kannst keine Kriegserklärung gegen Polizei machen aus dem Grund wundert es mich gerade ein bisschen was da vorgefallen ist da müsste eigentlich fast irgendwas passiert sein dass sich vielleicht die Polizei eingemischt hat zwischen 1 zu 7 und Kartell oder so das kann ich mir vorstellen dass wir das Geld einzahlen na ich bin gerade die 2 Meter gefahren 263.000 haben wir auf dem Konto damit können wir uns echt was geiles von leisten theoretisch können wir uns was geiles von holen 264.000 Dollar was könnten wir uns davon holen eigentlich bei Andes Auto raus oh Andes Auto hat sogar noch geöffnet mit um die Uhr Zeit rodymoly mal schauen ob da was drin ist im Auto verschlossen da fahren wir mal hin soll man mal mit einem anderen Fahrzeug fahren oder soll ich mit dem hier weiterfahren ich fahre mit ihm weiter ich habe da richtig Bock drauf ich werde glaube ich als K-Line nicht mehr was anderes fahren aber den anderen ich fahre den weiten Weg vielleicht sehen wir ja einen Cop irgendwo in der Nähe und grüßen den mal einmal auf Ehrenbruder Basis dass wir vor den kompletten Juve Hops genommen haben einfach den kompletten Juve Hops genommen alles mit was ging 140.000 Dollar ist da das Glück ist heute auf unserer Seite muss man schon sagen dass das Kartell hier gerade so einen Aufstand macht spielen natürlich gut mit unsere Karten weil nichts passiert ist schaut mal hier 100 Radar steht hier Achtung hier ist doch gar kein Radar drin und hier rasen die Leute jetzt ihren 200 durch und dann werden sie genau hier vorne geblitzt genau hier zack und weg ist der Führerschein es ist schon fies richtig fies aber muss auch so wie gut ist euer Anti-Cheat relativ gut weil es selbst geschrieben ist man sagt immer für einen Server also ich kann es euch nur empfehlen bei ähm bei 5M Server müsstet ihr eigentlich fast euer Anti-Cheat selber schreiben weil diese Cheats die Anti-Cheats die ihr euch kaufen könnt die sind niemals für euren Server angepasst das ist eigentlich alles Kumbug wenn ihr das macht ähm immer selber schreiben das ist die beste Lösung für ein Anti-Cheat überall ähm Sachen einbauen und die Skripts halt so schreiben dass man erstmal gar nicht cheaten kann das ist auch wichtig man muss die die Skripts kann man so umschreiben dass es gar nicht mehr möglich ist dass du dir was cheaten kannst das ist äh auch eine Sache die viele nicht machen was wir zum Beispiel gemacht haben und halt Anti-Cheat selber schreiben das wirkt Wunder weil alles andere kriegst du nur False-Bands rein also nur so ein fertiges Anti-Cheat wir hatten ja auch mal so ein fertiges Anti-Cheat gehabt da kriegst du nur False-Bands und das zieht so viel Leistung oder so viel Scheiß dass du teilweise echt nicht brauchst weil es halt nicht richtig funktioniert deshalb wenn du es selber schreibst weißt du wie funktioniert es dann weißt du ist das ein False-Band und so aber es ist halt ein bisschen Arbeit wenn du es selber schreibst wenn du es selber schreibst aber das meiste ist halt wirklich was du im was du kaufen kannst nicht gut für den Server weil halt es ist halt eigentlich unmöglich den Server zu schützen wenn die Skripts offen liegen so das ist halt unmöglich du kannst ja trotzdem Sachen cheaten wenn alles andere offen liegt ist ja leider so der Andi-Cheat der Andi-Cheat ja ich glaube die verkaufen wir im Auto raus sagten ich weiß nicht oder die sparen das Geld für was besseres fürs nächste Mal hätte ich gesagt ich glaube ich spare mir das Geld ich habe immer den Server gecopy-pasted ja die Server die ihr seht sind halt alles Nachbau-Skripts oder Fake-Skripts von uns es gibt keine Leaks von unserem Server aus gibt es nicht es sind meistens irgendwelche Nachbauten die die Leute machen die dann eh nicht richtig funktionieren oder fett viel Leistung ziehen wenn der ganze Server dann anfängt zu lecken auf Wirt-Skript machen und sparen das Geld ja wäre gescheiter können wir uns irgendwann mal was wir könnten auch mal ein Auto verkaufen ich könnte auch mal gucken was wir nicht mehr brauchen in unserer Fahrzeugliste und das könnten wir dann einfach versemmeln tun wir mal schnell 6.000 Dollar leck mich fett sicher nicht ich habe keine 6.000 Dollar dafür dass ich den Wagen hier einparken möchte leckummiat de la popo das ist das erste Auto von Karl-Heinz wenn wir nicht verkaufen dafür kriegen wir ja auch nichts so ein alter Golf ich habe so viele Autos das ist Karl-Heinz Rx-Dump Infinity oh das ist ja der Wagen ist ja geil ich feiere den Wagen voll schau mal LAPD kann derzeit nur wichtige Notfälle bearbeiten guck die haben gerade echt Probleme da ist gerade irgendwas am abgehen oh der hat ein Polizeikennzeichen dran aber gut ihn behalte ich der Sky da war da kriegst du auch kein Geld für Viper könnte ich ver- ne die habe ich ja gesagt da kriegst du auch nichts für er ist 25.3 MK ne eigentlich sind alles Autos und Fahrzeuge die entweder wenig Wert haben oder ich weiß nicht wobei Aikali und Chissus Auto wobei mit dem fahre ich mal ne Runde oh ist das alles HB kennen sie ja also 7 ist das hier um Tomland das Ding zieht im Vergleich zum Strand Bett hohohoho Hohohoho das ist halt so ein Unterschied wenn du die ganze Zeit so ein Strand Auf einmal setzt sich das Ding hier rein, das ist bei 300. Alter! Bruder! Schmeckt nicht. Alter! 324, das Ding. 300, das ist ein bisschen schnell, ne? Ist das ein schneller geborener Wagen? 324! Das ist halt echt schnell, ne? Das ist halt wirklich schnell. Bitte sei kein Cock, bitte sei kein Cock. Der so langsam fährt. Alter, das Ding ist so heftig, ne? Ich schwöre euch, dieses Ding ist heftig, geil. Oder war jetzt ein Marshall, der hat es nicht gesehen, oder? Damit gefahren bin ich hoffentlich. Mega das Ding, einfach mega. 324 ist gerade auf der Geraden gefahren. Mit ein bisschen Bump, aber 324 ohne Noss oder so. Stell dir mal vor, ich hau da nochmal Noss rein, wenn ich auf 324 bin oder so. Oh, was ist denn der Wagen jetzt so kaputt? So kaputt war er doch gar nicht. Ach komm, lecker mich! Ich bin schon mal zur Polizei vorbei. U-Bus verkaufen. Wenn wir den U-Bus verkaufen, kriegen wir Fettkohle. Ich glaube, der U-Bus ist jetzt auch gar nicht mehr so schnell. Der wurde runtergepatcht, ne? Aber ich glaube, den möchte jetzt auch keiner mehr haben. Ich muss mal gucken, wie schnell der U-Bus jetzt ist. Der wurde drastisch von der Geschwindigkeit runter. Aber es ist auch gut, so Geländefahrzeuge sollen langsam fahren. Hat ja einen Grund, warum du ein Sportwagen oder ein Geländeauto fährst. Sonst ist es ja richtig unfair, wenn du U-Bus da fährst mit 300. Du sitzt in einer Highspeed und kannst eh nicht hinterher. Und mit einem Offroader kommst du halt auch nicht hinterher. Ist ja auch kacke. Dann müsste Polizei theoretisch auch U-Bus haben, ne? Ey Robin, was ist der Unterschied zwischen Wissenschaft... Oh mein Gott, ist das... Ja, gut. Der hat das, was ich nicht vorlesen kann. Danke. Äh, Lemon Tea. Hexion, hab ich was verpasst? Alles Gute Nacht. Wann ist die Bewerbungszeit so offen? Danke für die ganzen netten Hinweise. Ah! Ja gut, ich glaube, ich werde den Wagen mal parken jetzt so langsam. Auch wenn das übelst teuer wird, 6.000 Dollar. Oder ich hole mir noch schnell einen Reparierkasten irgendwoher. Oder ich stelle ihn einfach ab und hoffe, dass er abgeschleppt wird. Bitte sei kein Kopf, bitte sei kein Kopf, bitte sei kein Kopf, bitte sei kein Kopf. Bitte sei kein Kopf. Hallo? Also entweder hat er jetzt Kopfschmerzen oder hat er denn hier abgestellt. Eins von beiden. Ich weiß nicht, ob er jetzt Kopfschmerzen hatte. Ich bin mir unsicher. Der Wagen stand aber offen. Ich bringe ihn sonst zurück. Ich bringe ihn, ich bringe ihn sonst wieder zurück. Ich bringe ihn, ich bringe ihn sonst wieder zurück. der fährt gut alter der zieht ja auch komplett weg 300 hat er gleich drauf auf dem tacho nie so schnell wie der andere aber es ist ein vier sitzer der ist gerade seine 304 gefahren also schlecht ist der wagen nicht und er kann driften geil also der wäre sein geld sich auf jeden fall wäre es der wagen da konnte ich jetzt eine probe fahren um zu fragen hätte mich hier nicht gelassen soundtechnisch macht ja auch was ja 3937 das ding schiebt ja ganz anders hallo warum da stand rum der wagen hallo hatten sie gerade kopfschmerzen ja ich bin ich bin in gerade probe gefahren der fährt sich gut ja dankeschön du kleiner das ist aber zwangseineignung das weißt du darfst doch irgendwas nicht so wenn es rum steht doch wenn es offen steht gott mir ja ich glaube das sehen einige leute anders unter anderem auch die polizei ich habe es ja nur ausgeborgen wird zurückgebracht ich nehme mal einen kratzer dran zurückgebracht wo hast du es denn hingestellt ja da da ist wieder dein auto guck mal also beim nächsten mal abschließend ja ich habe eigentlich nur geholfen dass du nicht wer anderes klaut ich habe mir wieder zurückgebracht ich bin einmal damit gefahren ja da bin ich gerade am halber den hauptplatz ja genau hauptsache du bist vorsichtig dass sich nicht verletzt oder andere wenn schon mit dem Buggie bist du gefahren das warst du oder wie ja ach du bist doch einfach die Treppen hoch ja ist ja auch ein standbar du darfst das Ding fahren ich kann dir auch ein schönes Auto geben dann fühlst du dich wie ein Officer er hat 50 Kubik und damit fahr ich halt rum weil ich so ein Dokument habe wo drin steht dass ich 50 Kubik Fahrzeuge fahren darf willst du dich wie ein Officer fühlen warum warum will ich nicht wie ein Officer fühlen was für ein Kennzeichen hat dein Officer Auto ein Kennzeichen müsste doch ein Officer haben oder nicht oder was meinst du ne 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 wir hatten hier von einem anderen Fall gab deswegen ach so ja aber 50 Kubik wie halt wissen du dass du meinst du darfst das fahren ich bitte was meinst du wie naja du meinst du darfst dein Buggy fahren du hast da irgendwie ein Dokument ja alles was 50 Kubik hat darf ich fahren ich darf auch Roller fahren ich darf mit einem 50er Motorrad fahren alles was 50 Kubik hat da hab ich so ein Dokument von vom vom Staat bekommen aha ok ok schon cool ich glaub so ein Auto hat ein bisschen mehr Druck und ich darf auch nicht ich darf auch nicht aufm aufm Highway fahren das war Boot für mich ok aber sonst darf ich fahren damit ja mhm ja die Bescheidigung würde ich mir ja gerne anschauen aber ich bin ja kein Polizist ich bin ja kein Officer hab mir ja nichts Befugnis zu sie können sich das Dokument angucken wenn sie wollen das ist das Sound auf der Spendel ich find das schon mal interessant ich hab sowas noch nie gesehen ja sind sie Anwalt bitte sind sie Anwalt ich bin kein Anwalt ich hab nichts mit der Justit zu tun mehr haben sie es grad bekommen ja ne ich hab's bekommen aber sieht hübsch aus dann zeig ich ihnen alle mein Dings ja ja haben sie es bekommen ich hab's bekommen dann sehen sie es abgestempelt vom Supreme Court ist ja gut trotzdem solltest du das nächste Mal ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen auf den Straßen bitte bleiben mhm gut ich muss mal los ja ich darf halt weil das Dokument mir das erlaubt weil es immer Probleme gab ja ich verstehe jetzt gibt es keine Probleme mehr derzeit mhm also es gab schon vor allem Probleme mit irgendeinem Auto gefahren aber sonst gibt es keine Probleme aber wenigstens was wenigstens was genau so ich geh mir jetzt einen Döner holen viel Spaß und guten Hunger ja Tschüss vegan Döner veganer Döner veganer Döner mhm 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 Ahne. Vielleicht geht das Ding in die Luft, sage ich euch. Vielleicht explodiert hier, damit er was so weiterfährt. Ich freue mich, dass echt, wie er das hingekriegt hat. So, noch ein Döner. So. Niklas hat angeschwimmt für 2,01 Euro. Noch einen schönen Abend, jawohl. Liebe, liebe Leute, ich würde sagen, heute wieder 5 Stunden, 10 Minuten streamen. Ich würde sagen, wir machen für heute mal Schluss hier. Heute auf jeden Fall das Rubbellos nicht zugeschlagen. Ich bin sehr froh drüber. Wir wurden nicht überfahren, wir sind nicht hingefallen. Wir wurden nicht angeschossen, rein gar nichts. Das Rubbellos hat also wieder falsch gelegen. Vielleicht bei Karl-Heinz liegt es immer falsch. Bei Markumpe vielleicht immer richtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch hier heute gefallen hat, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo, das würde mich sehr freuen, liebe Leute. Das Kostnix würde mich sehr freuen. Döner für Euro Traum. Bei uns in Österreich gibt es noch teilweise Döner für 3,50. Nur teilweise, aber da weiß ich auch nicht, was drin ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen, schönen Abend. Das Geld sparen wir uns aber mal weg für Karl-Heinz, dass wir vielleicht nächstes Mal was richtig Geiles kaufen können von. Und ja, bleibt geschmeidig. Und Ich sitze hier echt wie ein Rottel. Und macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Stream, liebe Leute. Autohaus nächstes Mal, wenn wir nächstes Mal machen, wenn wir mit Karl-Heinz unterwegs sind, wenn wir da ein bisschen Kohle zusammen gespart haben. Also, liebe Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Liebe geht raus.